Hallo? Oh, ich hab T-Shirt nicht mehr drin. Stimmt, fuck. Das hängt schon gut an, Alter. Dem Geld nicht scheiß Möhre. Ja, hallo, hier bin ich. Pulling, Tygen, du musst dich beruhigen. Ja, ich bin doch beruhigt. Was schlägst du denn an die Karre zusammen? Hört hier nicht hin. Wem gehört die? Was weiß ich? Nichts. Das stört meine Sicht. Ich ruf jetzt Sie wohl. Warum? Das gehört Ihnen nicht hin. Ich raste auf. Vielleicht das ist vom Pinsel. Was? Pinsel fährt das Auto hier. Vielleicht hat er sich das geteilt. Das ist so ein Schrottmobil. Haschisch! Oh, das klingt wieder normal. Oh, schön. Was? Ah! 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 Ah, gut... Der sah ziemlich ungrig aus. Ah! Ah! Was, Maru, machst du das kaputt? Ah! Weil es hier nicht hingehört. Oh Gott, es stört mich, guck dir an wie wir leben, sowas gehört hier nicht an. John, das ist der Penner vom Taxi. Der Pinsel hat den bestimmt hergeholt. Boah, was sind wir hier? Eine Jugend der Berge. Wo sind unsere Autos? Das stresst mich schon wieder komplett. Was? Ich muss mich entspannen. Warte auf mich. Oh, Willi hat sich um Rasenmäher gekümmert. Ich hab grad gefiffen beim Reden. Was? Ich hab grad gefiffen beim Reden. Oh, das ist ein Talent. Das ist bestimmt ein Talent. Boah, guck uns an, das hat voll viel gebracht drinnen zu bleiben und abzunehmen, ne? Wer ist so? Ja klar, guck mal. Guck mal, wie strong ich bin. Ich kann die Schlucke hochheben jetzt. Na ja? Ja. Okay, dann tu's. Ne, nicht jetzt, okay? Ich bin bereit dafür. Nicht jetzt. Wo gehen wir hin? Ich brauche Entspannung. Sollen wir ein bisschen Tennis spielen? Sehe ich so aus, als will ich jetzt Tennis spielen? Ich brauche Entspannung. Ja, aber du kannst doch hier entspannen auf der Wiese. Oh ja, super. Bei den Drecksviechern hier an dieser Ameisen hier rüber rumkrabbeln und kümmern. Hier gibt's keine Ameisen. Oh, das ist die Pinsel. Und auch überall gibt's die Ameisen. Pinsel ist rausgekommen. Der versteckt die Ameisen. Na, da bin ich mal gespannt. Meckern mit dem. Was der zu sagen hat. Schimpf noch. Oh mein Gott. Pinsel. Kommst du! Mal sofort! Guck dir jetzt schon rein, Alter! Aber ich will kein Training machen. Jetzt! Es geht ja nicht ums Training. Was ist das für ne Schrottkarre? Was ist das für ne... Was ist das für ein Ding? Oh. Kannst du mir das mal erklären? Ja. Ja, da bin ich jetzt aber mal gespannt. John? John. Vom Taxi da? Ja. Der Panner? Ja. Hast du den mit nach Hause genommen? Der arbeitet bei der Polizei. Ja, ja. Nehmt er aus wie eine Jugendherberge. Ein Hotel. Da bin ich jetzt mal gespannt auf die Antwort. Ähm. Ähm. N-Nein. Wo ist deine Halskette? Oh, stimmt. Wo ist dein Haar reif? Rucksack. Warum trägst du das nicht mehr? Bist du jetzt zu fein dafür, oder was? Da sind wir ein paar Tage drin und du bist nicht mehr unser Freund. Ja. Großartig. Au. Ähm. Lädst einen Straßenpenner hier ein. Wollt nur umziehen. Und dann hat die, die T-Shirt verfangen hat sich. Da hab ich ja ausgeschoben. Kette. Warte mal. Dann zieh wieder an, wenn du vor bist. Genau. Los, sieh an. Ja. Wir sind jetzt hier und jetzt hast du sie zu tragen. Warten. Ja, Mann. Die muss ich drin. Ja, heute noch. Ich sag doch heute noch. Das tue ich mir nicht an. Der ist reingegangen. Hast du gesehen? Ich warte jetzt hier, bis der wieder rauskommt. Ich werde sicher nirgends hingehen. Wie lange braucht der? Was meinst du? Ja, keine Ahnung. Der sollte schnell machen, so komme ich gleich hinterher. Äh. Wir passen einfach perfekt zusammen. Wir sind einfach wie Ying und Yang. Ja. Ja. Nicht schlecht. Ich bin so froh, dass wir offen miteinander umgehen. Sonst müsste ich immer warten, bis du weg bist, um Dampf abzulassen. Ja, ja. Die kleine Lokomotive. Tschuck, 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 tschuck. Oh ja. Kommt er heute noch, oder was? Ich raste gleich komplett aus. Wenn er mir jetzt sagt, dass er die da verloren hat in seinem Saustall, ne? Boah, dann ist da was los. Das stinkt auch ein bisschen aus seiner Wohnung. Ja, dann schmeiße ich da einfach alles raus. Ganz ehrlich. Wenn der San Juri mitbekommt. Da bin ich, es beide Dank für den Weezerb im 34. Und Chris Dankeschön für den Prime im 25. Danke. Dann kommt der Sauhaufen. Na, das ist ne gute Frage. Oh, der Bagger ist da weg. Unser Auto ist weg. Haben bestimmt wieder Aldi her. Haben wir wieder falsch geparkt. Und dein Auto ist auch weg. Ja, allerdings. Ich wollt mich deswegen auch schon aufregen. Bei dir. Da ist er. Warum bei mir? Ich hab kein nix dafür. Da bin ich jetzt aber mal. Woran denn? Ich glaub, der rennt zum Wille. Ja, aber nicht mit mir. Pinsel. Da steht nix dabei. Wohin? Da haben wir uns fünf Stunden drüber und halten. Du hast keinen Hustenpinsel. Ich hoffe, damit ich nicht hoffe. Du bleibst ganz sicher nicht dran. Der soll sofort herkommen. Der fängt weg. Jetzt komm hier hin zurück. Wir haben ihn schon gesehen. Ich hol ihn. Okay, ich bleib hier. Ich bin dafür definitiv zu vor. Wohin machst du das Speckbäckchen? Weil ich hab noch Erbe-Mommelade oben am Kinn. Ich kann nicht dran. Ich kann nicht dran. Also, wo ist deine Kette? Ich seh sie. Wo ist das? Los, sag doch. Kissen, was ist die Fresse? Du Arsch, du. Ja? Warum? Ja, sag's. Los. Ich hab' sie verloren. Was? Hebe deine doofe Brille auf und deine doofe Kappi. Was hast du gesagt? Ähm. Ich hab' gesagt. Mhm. Eigentlich nur, ich hab's verloren. Was? Wie bitte? Ich müsste es so hören. Ich hab' gesagt. Krieg deinen Kiefer auseinander. Oder so'n Schlaggleich nur mal zu. Meine Kinder. Ich gehst aber doch mal. Nein, 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 nein. Da hol' ich dich hier über meinen Schoß. Dann gibt's halt auf den Bubbles. Nein, nein. Ja? Ähm. Doch. Okay. Wollen wir jetzt los? Wo ist dein Hals? Ich hab's verloren. Was? Was hast du? Was hast du? Hast du die Fontänen? Du hast es verloren, du Arsch. Oh, mein Gesicht ist nass. Ja. So hab ich jetzt nicht unbedingt formuliert, aber... Und wo ist es? Oh. Jetzt mach die einen Hassfris. Wo ist es? Wo ist es? Bin sie? Ja? Das kann nicht sein. Ich hab sie... Du hast es verkauft, kein Schwein. Er hat es verkauft. Nein. Ja, genau, das verlierst du, aber die Koks nicht, ne? Du schäbiger, schäbiger Lügner. Arschloch. Fatze. Au. Ja, du belügst uns an. Nein. Du, ich dachte, wir sind Freunde. Ich wurde entführt. Ich dachte, wir sind die bestesten Freunde. Intruder. Ich wollte Dings von deinem Sohn werden. Und wer hat dich angegeben? Wer hat dich entführt? Ah. Hinsichchen. Ja, ja, ja. Hier die Aufmerksamkeit. Und wer hat dich entführt? Ja, warum entführt? Das hat er doch gerade zweimal gesagt. Wenn du nicht die ganze Zeit nur... Das träum ich nicht an, Dicke. Halt zwei. Mein Gott, Alter. Oh, Johan, nimm mal an. Wie du wurdest entführt? Ja. Von wem? Ja, von wem. Von den Leuten mit dem Schad auf dem Kopf. Ein Turban. Hm. Äh. Ja. Du lügst. Du hast es verkauft. Nein. Boah, wenn wir das zeitgleich machen, Twinkie, dann kommt ein Tornado. Mhm. Du hast es verkauft. Du bist ein Lügner. Nein. Doch, bist du wohl. Weil ich bin... Also wurde dir das geklaut, ja? It's only game. Wurde dir das abgenommen? Ja. Und dann nehmen die die Crocs nicht ab. Ja, ja, ja. Labertasche, Labertasche. Wieso, das sind doch nur Crocs. Labern, labern nicht. Ja, und das war auch nur Plastikleuchtebänder. Genau. Ja, knicklisch, ja. Die leuchten schon kaum noch. Das waren Kicklichter. Ja. Ja. Ja, wir fahren da jetzt hin. Wer geht es geklaut? Weiß ich nicht. Waren das die Penner vom Cody? Nein. Ach ja. Nein, die Schwanninen. Gut, dann wähle ich jetzt eine genaue Personenbeschreibung. Du packst jetzt deinen Stift aus und machst uns ein Phantombild. Mhm. Wie die ausgesehen haben. Los, zeig. Mal uns deine Lüge auf Papier. Du Nichtfreund, du Anti-Made. Wow. Du bist so einer, du droppst nicht mal ein CSGO. Obwohl du dich nicht in den Augen hast. Achso, Trum. Ich dachte von Yellow. Und du griffst meine Kuh in meine Kraft. Ja. Äh, ein bisschen. Und bei Geister bis auch ein Schösser. Nö. Doch. Äh, immer extra. Personen-Phantombild. Können wir jetzt mal. Na, das Wesentliche hier. Ähm. Oh, ich noch. Schwarze T-Shirt um den Kopf. Ja, mach ein Phantombild. Das ist jetzt mein. Ja. Zeig uns, tue uns deine Lüge auf. Das sag ich Manuel. Oh. Okay. Der ist Cousin. Aber der Daule ist ein Moment. Ich hab hab's Boten. Was? Ich hab, ich seh noch keinen Stift in deiner Hand. In deiner Verlogenen, du Dreckigen. Mhm. Golde, Golde. Okay. Dann. Hast du hier ein Papier? Ja. Und einen Stift. Oh. Den ich werde jetzt gleich zeichnen. Assalamualaikum, Schiff. Salamualaikum. Fahr die Taxi? Jetzt gerade nicht, aber gleich bestimmt. Okay. Ja gut, dann rufen wir an, dann gebe ich eure Kunden. Ich hab hier gerade, der Action ist gerade. Ja, wir müssen erst mal gucken, wie wir vom Haus wegkommen. Frau, das ist unabgeschleppt. Oh. Ja, braucht den Taxi. Äh. Ne, Pinsel ist da. Ich glaube, der kann's mitnehmen. Und sein Armreif wurde geklaut, sagt er. Weißt du, oder was? Sein Armreif? Ja. Und seinen Choker um den Hals. Ui. Der sagt, er wurde entführt, aber wir glauben dem nicht. Ne, würde ich ihm auch nicht glauben. Äh. Ein Chef glaubt dir auch nicht, Pinsel. Was? Ja. Okay. Aber Sneakers. Okay, wir sagen Bescheid. Okay, bis später, Pinat. Ich weiß ja doch auch. Aber Sneakers hat, pass auf, Sneakers hat gesagt. Der weiß, wer das war. Und warum holst du so komisch Luft? Weil. Was ist das, diese? Bäume, da geht. Ja. Da will ich gar nicht hier. Hier sind so viele Bäume. Auf jeden Fall. Ähm. Ja. Sneakers. Weißt du, wer das war? Wer ist Sneakers? Der Chef. Ach, der Kicker? Ja. Du lügst. Doch, ruf doch an. Ich ruf den an. Und wo ist das Phantombild? Hm. Okay, dann mach ich schon gleich. Glaubst du, den Tunis? Okay, pass auf. Pass auf. Was ist komisch, ja? Ein Auto? Was? Ihr holt euch ein Auto? Ja, woher denn? Für drei Leute? Ja, bei mir passt der nicht rein. Hast du vom Willi den Autoschlüssel? Nein. Und wenn ihr euer Auto holt? Hat man den gehört? Ja. Ja. Hat man den gehört? Oh mein Gott. Nein. Nein. Ich find's geil. Oh mein Gott. Hast du Zwiebel gegessen? Oh mein Gott. Das wär in die Ketchup-Pulle gesoffen, ne? Riecht wie bei mir. Oh, da geht noch einer. Nein, nicht. Durch. Alter, kein Feuer an Warn. Oh. Nein. Ich bin nur hart. Oh. Riecht wie ein Brattler. Ja, dann komm, holt das Auto. Ja, der hat mir seinen Schlüssel gegeben. Komm, wir fahren neben. Wir holen mein Auto. Ich fahr dir hier. Ach so. Ja, kannst dir ja so lange dreckige Lügen überlegen für deinen besten Freunden, du Arsch. Riecht. Hohnsack. Fick dich, Pinsel. Die Autos werden automatisch abgeschleppt nach zwei Tagen oder so. Dann kommt Kürtis wieder raus. Ich will Kreis-RP sehen. Geh nix. Ich fahr. Ja. Ja. Offenbar sieht uns keiner, ne Kackharre. Oh. Oh, ist das denn? Oh. Geil. Oh mein Gott. Ja. Kannst du mir deinen Bauch schalten? So geht's schon. Das ist wohl... Oh. Boah. Ist das? Das ist der Penner. Twinkie. Ja, großartig. Zu dem komm ich gleich. Ich hab Hunger. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist voll schnell. Twinkie? Ja. Schneid dich lieber an. Nimm meinen... Nimm einen Stuhl da auch noch. Damit wenigstens du angeschnallt bist. Wie soll das so gehen? Eieieiei. Kommst du bitte vorsichtig fahren. Ja, ich fahr doch schön voll langsam. Ich würd gern leben, dann. Ich fahr. Das Auto ist super schnell. Ich fuck ihn fast. Na, dann sei nicht so ein Bleibwuch. Hab ich gar nicht. Ach du Scheiße. Ich werd drauf gehen. Ich werd irgendwann Rennfahrer sein. Ich hab voll keine Lust heute. Boah, das rutscht überhaupt nicht, das Auto. Das ist ganz komisch. Das rutscht nicht. Warum rutscht das nicht? Ja, weil Straßen sind nicht nass. Deine Arschkimmel ist nass. Pass auf, was du sagst, mein Freund. Pass auf, was du sagst. Pass auf, was du sagst. Lass es sein. Nimm die Finger runter. Freundchen. Du bist gar nichts. Du bist gar nichts. Du bist nur Twinkie. Ach, ich bin nur Twinkie. Ja. Wenn ich nur Pina bin, bist du nur Twinkie. Ich hab gesagt, du bist Pina, nicht nur Pina. Aber gut zu wissen, dann weiß ich ja, wo ich stehe. Ach komm, hör auf. Na. Geh mir nicht auf den Sack. Ach, geh du mir nicht auf den Sack. Hör auf zu streiten wieder. Du bist streitsüchtig. Nee, du. Nee, warum? Du. Ja, was mach ich denn? Ja, streiten. Immer streiten. Oh, komm. Ui. Oh, zum Glück gegen die Reifen. Die halten das aus. Hast du dir wehgetan? Nein, geht schon. Fährst du das Auto oder das andere? Egal. Ja. Ja. Dann steig du hier ein. Ich löse unser Auto aus. Kannst du langsam mal fahren? Kannst du langsam mal fahren, dass die böse Mafia, die will gleich wieder Geld haben. Oh oh. Ich hab nur noch 36 Dollar. Okay, könnt's. Chef, ich brauch Vorschuss. Ja, Peanut, hättest du mal die Kundin gefahren. Warum? 10.000 Dollar zahlt sie. Ich hab noch 36 Dollar. Ist das der Chef? Ja, der Chef bringt viel Geld. Hat deine Frau wieder Geld oder was? Peanut. Ja, die hat wieder alles. Dann gehen sie viermal. Und wünsch ihnen einen super, 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 super mit dem Fühler. Und oh mein Gott, was war das? Hab's. Hab was? Was war das denn? Was? Ach. Da. Na, was glaubt, Techno Mike? Hallöchen. Hallöchen. Danke fürs Trinkgeld. Ich muss nur. Wir können endlich weiterleben. Bischof? Ja? Asche. Boste? Du hast mich spielsüchtig gemacht. Gar nicht. Willst du Geld? Komm her. Ja. Ich hab noch 36 Dollar. Ja, komm her. Wo bist denn du? Hinterm Auto. Schau mir da was im Mund. Ja, ich bin dünner. Mach die Scheibe runter. Ja. Los, ich krieg Ärger von meinen Frau. Warum denn? Wie viel Geld wird's haben? Eine Million. So viel hab ich nicht dabei. Eine Million. Eine Million. Eine Million. Eine Million. Peanut, es gibt bei uns Taxi-Klemm-Mödis. Was? Oh geil, 25.000. Nein, Mann, Mann. Peanut, bitte die 25.000. Auch in meine Größe? Dank, warum krieg ich so viel Geld? Weil ich nett bin heute. Darf ich meinen Schwanz am Auto reiben? Nein. Okay, ich muss los. Bitte nicht zu sehen. Nicht hauen. Nicht hauen. Nicht hauen, Twinkie. Back, back. Ja. Ja. Du weißt, wohin das Geld kommt. Ich hab kein Geld bekommen. Du weißt, wohin das Geld kommt. Geld und Kogaime kommt. Du lückst mich ja so an. Nein, ich geb dir das Bord. Und den hat's dir wieder zerstört. Und Peanut, wie fühlst du dich? Scheiße. Scheiße. Scheiße, mit Trauer gegen die Wand. Mittwochs ist anonyme Alkoholika-Treffen mäßig. Ach stimmt, wir würden uns eh treffen. Mann, ich hasse es. Ich hab 36 Dollar nur noch. Chat, ihr müsst sagen, wie das Spiel läuft, ne? Mit diesem komischen Slow-Medium-Preset-Ding da. Und ob sich an der Grafik irgendetwas verändert hat, aber ich glaub nicht. Ist gut, ist gut da. Okay, gut. Was machst du? Ich war zum Friseur. Okay. Ich hab dieses Preset auf Slow gestellt, anstatt auf Medium. Sollte nur mal bessere Qualität sein. Stani, da steht nix bei. Ich hab nur mal zur Information. PC kam an. Stand ja, geht nicht an. Häkchen rein bei Wut repariert. Bei Fehlerquelle-Dingsbums stand nix drin. Ich hab keine Ahnung. Zeit, wie ein Saft lang. Was soll ich sagen? Nein, gut sieht's aus. Natürlich. Was geht schon wieder? Ja, bin so. Wir sind unterwegs. Okay, bis gleich. Ich liebe mein Auto. Boah, ich fahr mittlerweile nur noch mit Controller, ne? Selbst schnell. Irgendwie ist das geiler damit. Ich werde alt. Komm rein. Komm rein. Boah, das macht bestimmt voll Bock, mit dem Lenkrad zu fahren, Alter. Ich guck ja immer von Nils so ein bisschen die Streams, wenn er da rumgurt. Er hat ja so ein richtig fettes Setup. Das macht bestimmt übel Bock, Alter. Fliegen tue ich mit Controller tatsächlich. 8K bis dabei ist mega teuer, ne? Aber solltet ich auch nicht machen. Das lohnt sich nicht. Nicht für GTA. Das ist der Quatsch. Ist so voll normal. Lern fahren. Selber cocksucking Motherfucker. Deine Karre ist Schrott. Ja. Hallo, Willi. Nein, du Arsch. Ich hasse dich. Lass es sein. Lass es sein. Du besoffenes Stück. Ramschnitzel. Ja, hallo. Oh, nicht ein Kreis. Super. Hallo, Willi. Hey, doch, Peanut. Hi. Hast du dich im Rasenmäherr gekümmert? Ja. Super. Aber, äh, der Bagger ist weg. Ja. Den kann der Pinsel wiederholen und scheiß mitbauen. Ja. Boah. Auf jeden Fall. Der Pinsel hat so einen Obdachlosen hergeholt. Wie Obdachlosen? John. John. Äh, wo? Weiß nicht, der stand vorhin hier. Der hat hier geschlafen. Okay. Soll der hier schlafen oder nicht? Wir bestimmen das jetzt. Ich kenne den nicht. Äh, ich kenne den auch nicht. Ja, aber ich, ihr entscheidet das. Aber ich würde jetzt... Er hat mir geholfen, die Verdächtigen zu finden. Magst du den? Magst du den, Willi? Ich kenne den zu wenig. Ich würde jetzt tendenziell nein sagen, aber der Ronny entscheidet. Ich enthalte mich. Hier. Nimm das Bild. Was soll ich denn mit dem Bild? Wieso du? Das ist das Phantombild? Ja. Was für ein Phantombild? Das ist das Phantombild. So sahen die aus? Genauso sahen die aus. Was ist das? Das wird schwierig. Ich kenne die. Ich weiß, wer das ist. Das wird echt schwierig. Ja, die kenne ich. Die sind ganz bekannt. Die haben nur rote Augen und die sagen immer, Oh, Teenie. Also, ich habe gesagt. Das wird echt schwierig. Die hatten ein schwarzes Shirt um den Kopf gewickelt. Und dann hatten die ein schwarzes Dober-Tamil-Handschirm. Bist du jetzt Voice-Actor oder warum betonst du die Wörter so? Die hatten ein schwarzes Kopf-Tuch um den Kopf gewickelt. Und dann hatten die noch so eine Trainingshose mit einem weißen Schirsch. Okay. Aber ich habe nur zwei gesehen. Da war mehr. Dann hatte ich ein Tüter am Kopf. Ah, ja. Okay. Ich glaube, du lügst. Nö. Hase Peter hat gesagt, es gibt bald Taxiklamotten. Wie, Taxiklamotten? Echt? Ja. Aber bestimmt nicht in meine Größe. Guck mal. Bestimmt. Die ist aus dem Mini-Pilz. Oh mein Gott. Warum ist denn die Kaugummi so verklebt? Das hast du gemacht. Weiß nicht. Mach ich mich wohl... Das ist ein Kieler. Das ist ein Kieler. Twinkie, riech mal. Twinkie, riech mal. Mach nicht der Trichstern-Level ab. Riech mal meinen Finger. Bei Trichstern-Level ab? Riech mal. Der Trichstern-Level ab. Ich hab deinen Scheiß-Winger gewählt. Oh, den Scheiß sieht mir jetzt die ganze Zeit rein. Geh, ist schon wieder so weit, oder was? Champions League. Komm, gib mal direkt einen Bagger. Ja, gib mal einen Bagger, komm. Soll ich den nicht besser holen, weil ich mach keinen Mist? Doch nicht. Der Pinsel kann den nach oben in den Bock hat. Oh, ja. Der kann gut damit fahren. Okay, dann muss ich sehen. Aber ein Schild nehm ich heute mit. Was nimmst du mit? Ein Schild. Okay. Ja, von Schilder, Hyrule und so. Wollen wir das denn jetzt machen und dem Begleitschutz geben? Nö, überhaupt nicht. Das machen wir schön, wenn es dunkel ist. Okay, dann tausche ich mal gerade meine Autos. Stell mal zwei andere Autos da hin. Ich hab nämlich... Können Sie, kannst du dein Auto vernünftig parken? Ja, klar. Lern mal zu parken. Oh, was darfst du denn? Aber du hast ja auch einen Schlüssel. Irgendwie wie es geht. Und weil die was ging ab. Wir haben drin Sport gemacht. Was habt ihr gerade Sport gemacht? Ja, die letzten Tage haben wir Sport gemacht. Okay, ich mein, man sieht es, ne? Siehst du, sag ich doch, Twinkie. Ja, guck mal, das Shirt, das ist viel, viel, äh, hängt lockerer. Ja. Uns ist zweimal dieses Board von der Wii kaputt gegangen. Ja, stimmt. Okay. Ja, ihr solltet euch da nicht zu zweit draufstellen, ne? Nehmen wir mal ein einzeln drauf. Okay. Wir hatten nur ein paar Mal Blue Screen. Was gibt's denn da zu lachen? Ich weiß so genau. Die Technik nicht stimmt. Stimmt die Technik nicht. Ja, richtig. Musst du Technik anrufen. Okay. Und? Oha. Ähm. Äh, ich tausch mal gerade meine Autos. Ich hol mal was Neues hier hoch. Warte doch. Hast du schon wieder Neues? Äh, ne, ne, meine alten Fahrzeuge. Nur, ich wollte die, die zwei da mal wegstellen. Den Wagger an... Lass mich doch mit dem Bagger abschleppen. Mit dem Bagger abschleppen. Ne, ne, vergiss es. Kann nicht. Ja, ja, das glaub ich dir. Kannst du dein Auto... Boah, dann mach ich das halt. Was denn? Also. Parken. Seid ihr noch ein paar Minuten hier? Jo. Das sind immer angenehme Kreise, die gefallen mir. Los, dicke, mach Platz. So geht das, Twinkie. Guck. Guck, wie Papa Pina das macht. Hast du gesehen? Nein, so macht Papa Pina das. Du wirst mich so nicht nennen. Wie? Aber du bist meine dicke Puste Blumen. Nein. Du wirst mich so nicht nennen. Du nennst mich auch Dicken. Wirst du nicht. Dann sag, wie du mich nennen magst. Hm? Bei Superbösen? Sag mal. Bei Superbösen. Nein. Und gib mir dein Geld jetzt. Nein. Ich hab noch 36 Dollar. Ja, du kannst ja die 5000 davon haben. Oh, ich hasse mein Leben. Okay, Entschuldigung. Hier. Danke. Ich bin hier nicht zu. Nö, warte mal. Erst mal diskutieren wir das von letztens noch aus. Wenn du das Geld verwaltest, dann pass du auch drauf auf. Wir waren da doch schon. auf deinen Oberlippenbart. Oh, na, warte ich mal. Ja, versprochen, nicht gebrochen, nicht aneignet worden. Warum gehst du mir jetzt schon wieder... Warum gehst du mir jetzt schon wieder... Warum gehst du mir jetzt schon wieder... Warum gehst du mir Tage danach... Oh Gott, meine Ohren... ...schon wieder damit auf den Nerven? Wenn du drauf aufpasst... Das hättest du die ganzen letzten Tage mit mir besprechen können, aber du gehst mir jetzt schon wieder damit auf den Nerven. Hör mir zu. Wenn du das Geld verwaltest, pass du auch drauf auf. Ja, ja. Pinsel ist mein Zeuge. Warum? Weil du es zugehört hast jetzt. Worum gehst? Ich hab gedräumt. Jetzt gib mir das Geld. Hab ich doch schon. Ich dupe. Wieso muss ich dir überhaupt Geld geben? Weil du wahrscheinlich nicht besser bist mit deinem Geldumgang. Du lässt dir ja sogar Armbände abziehen. Lächerlich. Lächerlich. Das ist immer noch eine Lüge. Nein, ich hab doch grad gesagt, ich bin verwandt. Die Frau hat gesagt... Die hat... Erzähl mir mehr. Okay, also folgendes. Die Frau hat zu mir gesagt... Ja. Hör auf zu quatschen und hör mir zu. Und antworte auf die Fragen. Da hab ich gesagt... Du wirst nicht rauchen. Das ist ne Kaugummi-Zigarette. Ich tu nur so. Ja. Jetzt lügt sie auf den Boden. Nö, ich hab die immer noch im Finger. Nö. Doch. Also nicht. Steck deine Power-Batterie-Wangas in, du Penner. Partner. Kann ich nicht. Ich schluck nicht so viel Luft wie du. Mein Dickerchen. Pudding-Tagchen. Und die Endung von der Story ist, hat mir ein Bein geschossen. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Boah, du bist ja sehr schwer verletzt, so wie du humpelst. Tut mir voll leid für dich. Ja. In der Weste hat der Arzt gesagt. Ach so, in die Fußweste. Ja. Ich hatte Beinschoner an vom Radfahren. Weißt du, weißt du, wie traurig du mitmachst, dass du hier deine zwei besten Freunde anlügst? Wow. Hm? Angeschossen. Na klar, deshalb pumpelst du nicht. Hast keinen Gips, hast keinen Krücken, nix, ne? Ich hab'n Gips. Ja, wo? Aber die hat gesagt, war'n Streifschuss. Ach so. War'n Streifschuss. Dann zeig' mal deine Wunde. Ja, hab' ich doch schon. Muss doch irgendwo noch ein paar Katze sein. Ja. Ja, hör'n sie nix. Ja. Siehst du was, Twinkie? Ich seh' da keine Verletzung. Ich seh' was, Bündchen. Komm her, du Armer. Danke, Frau Schnecki. Ja. Genau, dann tust du auch weh. Wo siehst du denn was? Am liegen Oberschenkel, hat's dir gesagt, ne? Ihr verschwört euch gegen mich, ne? Du, das ist so. Ich guck' viel Criminal Minds im Fernsehen. Ich weiß, wie mein Leichen los wird. Natürlich weißt du das. Oh, aber was ist denn das? Oh nein. Boah, jetzt kommt der scheiße Ausländer. Willi, der Redneck. Ja, ja. Das sind die Ausländer. Das sind die Deutschen aus Köln. Willi, seit wann bist denn du ein Redneck? Hä? Ich bin kein Redneck. Ey, du, du hast doch mal kein Redneck. Das war, das ist mein Stripper-Mobil mal gewesen. Mr. Amerika. Ich hab Hunger. Super Highways, Coast to Coast. Ich hab Hunger und Twinkys Auto fehlt noch. Okay. Holen auch noch eins? Du hast doch einen Viersitzer, würde ich können. Sollen wir dein Auto kurz holen, Twinkie? Ja, okay. Dann können wir nicht mit dir kommen, oder? So, ich wollte mit dem... Habt ihr noch zwei Minuten? Ja. Weil dann tausche ich schnell den Zweisitzer gegen... Oh, gegen mein erstes Auto hier. Das würde ich... Das kennen wir bestimmt. Ich hol's schnell. Ja, halt noch. Warum kannst du uns jetzt nicht mitholen? Also, Pinsel. Du musst uns jetzt die Wahrheit sagen. Hab ich. Meine Geißeln, die haben mir das abgenommen. Warum haben die deine Schuhe nicht geklaut? Wahrscheinlich nur drauf geachtet. Dann werden wir die finden. Wir werden dem auf die Spur gehen. Oder, Twinkie? Aber Snickers hat gesagt, der kümmert sich drum. Stimmt. Snickers, den hab ich doch gerade getroffen. Der hat gesagt, der kümmert sich drum, wenn ich nichts mache. Und wenn ich was mache, dann kann er mir nicht helfen. Es ist in Arbeit, dass die Sachen auftauchen. Wer taucht auf? Auftauen. Dass die Sachen wieder auftauchen. Auftauchen. Ich wollte jetzt nicht schwärmen. Die sind doch beim Kriegeln in der Tauchschule bestimmt. Ach so. Schweinepriester. Boah. Nix, boah. Boah. Auf Englisch nur ein Schwein. Ich bin Shadowpriester. In Welt der Kriegskunst laufen die Bots immer mit einem Schwein rum, das heißt boah. Nee. Doch. Du lügst. Nö. Doch. Nö. Lügen. Nö. Lügen. Fick dich. Was machen wir heute? Sollen wir arbeiten? Ja, können wir gerne machen. Ich glaube, sonst kündigt der Chef uns bald und muss nicht langsam arbeiten. Erst mal kurz gucken, ob Tags magst du den? Ich bin gleich wieder da. Alles klar. Wo gehst du hin? Auf dem Board. Ich hab gefragt, wo du hingehst. Auf dem Board. Spül dich mal ab. Boah. Boah. Also erstens, guck doch mal in deinem Taxi-Ding. Was? Ich glaube, ich gehör nicht in den Dienst. Warum? Sag mal. Guck's dir mal an. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Alles klar. Ich verstehe nicht, was du meinst. Bereitschaft sind nur zwei. Ja, die tragen sich nicht ein. Die fahren einfach. Echt jetzt? Ja. Die tragen sich nicht im Settel ein. Da muss ich... Da beschwähre ich mich jetzt beim Schiff. Ja. Bei Hasi, Peter. Ja? Ich ruf den an. Und dann hab ich noch ein Bild für dich. Der hat mich weggedrückt, dieser Wichser. Ah, nee, ich doch nicht. Ich kündige. Warum? Ich mach mein eigenes Taxi-Unternehmen. Oh. Peanut Cap and Don'tone. Peanut and Go. P, T und Pinsel and Go. P, T, P und V and Go. Nee, hab keinen Bock drauf. Bin zu faul. Oh. Sollen wir eine Pizzeria aufmachen? Dann? Dann schmeiß ich den Teig so hoch. Aber ich kann den niemals fangen. Komm, wir machen unser eigenes Business auf Pinsel. Okay, und was? Ohne Dinge anzupinkeln. Ach. Ja. Oh Gott, sie kommt. Sag schnell, bevor der Spaß gleich ein Ende hat. Warte mal auf, Mann. Bumm, 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 bumm. Guck mal. Guck mal, wie die Wiese runter geht. Oh je. Los, Baby, zeig mir dein bestes Lächeln. Show me what you got or so. Zeig, was Gott dir gegeben hat. Was Gott mir gegeben hat, das kann ich dir zeigen. Fancy, Baby. Fancy. Oh mein Gott. Ich muss zurück, ich krieg dich nicht mehr drauf. Ui. Check that booty. Boah, wir können dich glatt im nächsten Musikvideo von Tupac reinbringen. Oh ja. Oh, das ist ein cooles Auto von Willy. Warum kannst du denn nicht im Ohne kommen? Warum sollte ich? Ja, wer kommt da? Ja, weil die anderen nicht mehr verdienen. Wer ist das? Wer ist das? Ja. Los, komm schnell, guck mal. Du knallst. Warte, ich muss nach rechts. Lack, ich bin abo, peanut. Keiner fickt in mein Turf. Ich bin abo, peanut. Ich bin abo, peanut. Ich wollte deine Ehre verteidigen. Was? Hast du gesehen? Da waren so Gingster. Die wollten dich hinführen. Die wollten dich in so ein Zoo bringen. Und dich anketten. Ich wollte kaum. Ich hab's gesehen in deren Augen, Twinkie. Ach, warum sollten sie denn? Ich kenn Wilderisch, richtig. Ich bin falsch abgebogen. Das ist nicht das erste Mal in deinem Leben. Guck mal. Boah. Boah, wir sind voll der Security. Ja. Gut. Wir müssen unsere Freunde nämlich alle beschütten. Weißt du, was John gemacht hat? Der Typ, der hier war. Der hat mir Schieß dabei gebracht. Aber ich hätte ja auch Schießen beibringen können. Ja, aber du warst nur da. Wo ich hätt's anklopfen können. Nee. Außerdem hast du eh wieder an der Wand geluschert. Ja, und du warst am Schlafen. War ich nicht. Twinkie hat geschnarcht. Das ist nicht wahr. Er war am Schlafen. Auf jeden Fall habe ich jetzt geübt. Ich kann schießen, ohne dass mir die Nase bricht. Ich packe die mal lieber wieder in meine Bauchtasche. Nochmal lasse ich mich nicht abschieben. Nee, das kommt nicht nur mal vor. Will die Sonne das zum Verwahrungsstelle fahren? Ja, wenn ihr da hin müsst, klar. Kann wir mit dem Weißen? Ja, das ist mein erstes Auto. Oh, der ist schick. Na, dann los. Guck mal, das Kennzeichen. Hab ich mir extra Mühe gegeben. Ach, bestimmt wieder irgendwas mit Kölle. Nee, diesmal nicht. Seh ich nix. Oh, geil, du hast deinen Namen falsch geschrieben. Ja. Ich sitz vorne. Nein, ich. Ich sitz vorne. Du musst Twinkie festhalten. Oh, weil der will nicht mehr neben mir sitzen. Doch, ich will nicht, dass das Ding auf zwei Räder fährt. Ja, ja. Ach, komm. Oh, das ist ein schönes Auto. Das gefällt mir. Ja, ne? Ja. Ich glaube, das wird dir auch gut stehen. Das ist echt ein schickes Auto. Komm, hält's nur an. Ist doch gar kein Tor. Hä? Aber. Oh Mann, hey. Du musst tanken, du Schweinchen. Ich weiß. Sollen wir das schnell machen? Nee. Da vorne links haben wir doch eine Tankstelle. Ja, rechts. Nee, da rechts. Das ist links. Nee, das ist rechts. Nein, vor der Kreuzung, äh, vor dem, links. Hier ist jetzt rechts. Ja, jetzt ist rechts. Hä? Hier ist hinten rechts. Das ist, warum fahrst du? Wolltest du nicht tanken? Ja, eigentlich, komm, ich fahrt. Äh. Ich gehe kurz in die Tankstelle rein. Wie ist die Frau Schnecke da? Weiß ich nicht. Klinge, willst du auch einen Schoki-Donut? Nein. Willst du was anderes? Nein. Willst du Lipgloss? Ich will dich verboxen. Brauchst du Tampons? Nein, auch nicht. Tampons? Die hab ich... Da schwitzt mein Rücken leicht. Oh, hier. Sobald. Für die Twinkie. und zwei Schoko oder ich bin arm mein Foul nimmt mein ganzes Geld richtige Relief Simulation hier Hallo Raffi und Teddy Ernie Gamble Vielen Dank für eure Re-Subs am 28.10.13.20 einmal duplo Tinkerpäckchen und küsst mich Dankeschön Dieter mag dich so gern Geile Felgen auch, oder? Nein Twinkie Twinkie Wo ist Twinkie hin? Die ist grad einen Millimeter hier vorbeigerannt Och nö, nicht hier die guten Ledersitze Mach zu Du musst fahren Halt dein Ding zu Mach zu Warum wackelt denn hier alles? Komm wir holen die Twinkie ab Oh, oh, warte Du darfst nicht neben mir sitzen Oh, oh Willi, soll ich mal den Mann bedrohen? Äh, und dann? Nee, soll ich mal nur den Knopf drücken und dann hau mal ab? Okay, mach Aber warte, bis Twinkie drin ist Okay Warum willst du das tun? Aus Speis Hast du noch nie Speis gehabt? Der arme Der arme Japanische Mann Wieso? Ich sag ihm nur Ich drück du nur auf den Knopf wenn er nicht guckt Twinkie Twinkie Komm zu mir Hallo Komm zu mir Komm ein bisschen Komm ein bisschen kuscheln Oh nein Twinkie Ich hab ne Frage Hier Twinkie Kann ich mal ganz kurz Hier unten war doch so was Oh, oh Wie heißt er da am Tisch? Hast du die gegessen? Oh, oh Was macht der da? Oh, oh Ich glaub Er drückt wirklich Der hat seine dreckigen Finger in der Kasse Oh, nee Oh, nee Ja So ein langer Finger Du bist ein richtiger Dieb Ich hab nichts gemacht Ich hab's genau gesehen Deine Finger waren in der Kasse Der arme japanische Mann Was soll der Hippiki jetzt machen? Ähm Jetzt kann sein Sohn Toshiba nix mehr essen Ja Und seine Schuhe Seine Tochter Samsung auch nicht Oh Die Cousin ist auch nimmer Da ist'n die Sonny Ja, und Sonny Sonny Erickson Und Lee Oh, 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 oh Oh, ich hab' den nicht aufgedrückt Das ist doch Erickson Nein Hätten die dich mal gewischt Ah, herrlich Hast die wirklich gedrückt? Na klar Okay, dann sind die da wirklich hingefahren Hallo, Jeff Kika Wie wichtig ist es? Boah, hast du schlecht Laune? Nein, ich bin müde, ich habe nicht geschlafen Der Pinsel sagt, du weißt, wer den Pinsel entführt hat Hilfen dir, Willi? Ah, ja, ja, hab' ich schon Hallo? Hallo? Darüber kann ich nicht reden Hallo? Aber klärst du das und jetzt klär ich das Ich kläre das gerade, dass er seine Sachen wiederbekommt, ja Okay, tschüss Bis dann Oh, der Kika klärt, dass du deine Klamotten wiederbekommt hast Ja, aber dann will ich auch gleich noch mit den Reden Reden? Ja, mit den Leuten, die das waren Ja, der Kika sagt aber nicht, wer das war Ach so Er hat gesagt, der kann nicht darüber reden Er hat gesagt Oh, gar nicht Er hat gesagt Er, wisst ihr, ich habe eine Gefächtspistole Das sind so Polizeipistolen Ganz viel wert und illegal Wir wollen nicht sehen, ob der Typ uns das immer noch nicht sagen kann, wenn er an der Autobatterie fest ist Hast du die dabei, Rolli? Den mache ich fertig Nein Den mache ich fertig Ronny, hast du die dabei? Das ist, das sehe ich doch nicht Sicher? Ja Okay Wo fahren wir hin? Hey Bist du besoffen? Sag mal Hast du jetzt eine normale Pistole dabei, Ronny? Ja Ronny, lüg mich nicht an Es ist eine normale Pistole Wie sieht denn eine unnormale Pistole aus? Nein Es ist keine mit so einem Polizeisiegel Ich rufe den Dieter an, bring dich zur Polizei Du machst so immer kriminell, du, ne? Nein Ja, doch Warum? Ja, du hast da Waffen, die nicht dir gehören Die hören wir alle nicht Doch, welche kaufst du auch? Ich habe dir eine gegeben Ja, aber das ist ja Das heißt, du bist auch kriminell Stimmt nicht Doch, du hast sie gekriegt von mir Die habe ich geklaut Lüge Nein Ich habe die Zeit Das ist definitiv die bis gut Also, denkst du, ich habe die Zeit? Twinkie, denk dran, dein Geld einzuzahlen Habe ich schon Boah, du bist so schlau, wunderbar Ihr Lieben, wo fahrt ihr jetzt hin? Wieder nach oben, ein kurzes Auto wegbringen Und dann sind wir eine Tour Okay, dann sehen wir uns später Boah, ist okay, wir lieben uns nicht dabei haben Doch, ich muss nur zum Crash Der will irgendwas geklärt haben Oh nee Wer ist ein Crash? Crash Hey! Sag mal! Sag mal! Was ist denn? Du hast mich fast angeschossen Du dummes Arschloch Sag mal aus, jetzt Womit? Ich habe du gar keine Du hast eine Knarre in der Hand Wo denn? Ja, in deiner Hand Das war ein Meter von meinem Kopf entfernt Hä? Ich glaube, es kickt bei dir am Schädel, du Ja Rotzlöffel Sag Entschuldigung Entschuldigung Also Du hast zweimal geschossen, du Irrer Ja Ich habe gar keine Waffen an Ach komm jetzt Komm jetzt nicht mit Ansichtssache Du dummdeldu Bis gleich, ja Boah, das ist ein fünfte Power Ja, aber wir haben jetzt nur einen Zweisitzer Lass mich runter in der Sack Achso Ja, dann muss ich Dann nehme ich den Ronny kurz mit Hin Okay Ich fahr zu den Abschleppis Der Crash will da irgendwas klären Keine Ahnung Oh ja, okay Ich fahr zu den Abschleppis Let's go Okay Buik, buik Der hat mich fast abgeknallt Und du hast dich nicht mal schützend vor mir geworfen Ja Was bist du für ne V Ach komm ey Ja Wenn du nur meckern willst, dann geh woanders hin Ja, hab ich von der Besten gelernt, ne Oh, bla 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 Oh, quitschkommode Oh mein Gott Ach komm, das ist meine Hälfte des Wagens Du dein Bein da weg Hieb dein Bein weg Oh, jetzt hör auf damit Ich muss fahren Ich muss sind Mein Gott Ich sitz hier Das ist Beifahrer Ja, und hier ist der Fahrer Ach so geht's Oh mein Gott Es ist alles okay Hast du meinen Blumenstrauß gegessen? Nö Ach ja, und wo ist der? Na Bei mir Und wo bei dir? Oh, den muss ich wohl bei Willi im Auto vergessen haben Mhm Der, die sind zu den Abschleppis gefahren Wo sind die? Hm, ich glaub jetzt rechts hier Beim Büchse, beim Büchse Das sind die Abschleppis Was weiß ich wo der Büchse ist Bei diesen Schleppihaushof links Schleppihaushof links Nächster glaub ich links Da vorne irgendwo Der Buch der Liebe hat Musik in it Der Buch der Liebe hat Musik in it Der Buch der Liebe hat Musik in it Hhhhh Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Hhhh Hhhhhh Da sind die doch Nöh Hallo Pass auf mit dem Haken du Ja, und jetzt? Weiß ich nicht. Der Willi will doch hier was machen. Wie mit ihm da quatschen? Kriegt er aufs Maul? Nö. Klau das Auto vom Willi. Die Sache zu Willi, Papa. Klau das Auto vom Willi. Du hast. Schieß aus und so. Ich war schon im Kofferraum. Nix drin? Nur zwei Taschen. Jetzt hab ich ein Ohrwurm. Wovon? Book of Love. Book of Hunters. Oh, die umarmen sich. Süß. Ich dachte, die hat sechs Freundinnen. Ich tu sechs rechnen. Hey! Ich wollte nicht was. Ich hoffe, dass du deine eigenen Freunde beklaust, ne? Aber ich hol dir nix. Ich wollte dir was schenken eigentlich. Gebe ich euch wieder. Ich hab hier, ah, hier ist Alkohol. Warst du bei Bom? Ja. Hast du gepetzt, dass wir dir was geklaut hat? Ja. Und? Die melden sich. Also passiert nix. Ja. Ja. Wir sollten vielleicht eine Security-Firma aufmachen. Nee. Boah. Wo wollt ihr denn jetzt hin? Ich hol mein Taxi. Ich weiß, wie das hier abläuft. Ja, eben nach Hause. Du fährst eben nach Hause, genau. Sag mal... Okay, ihr fahrt zu Hause? Ja, wir fahren Twinkies Auto kurz nach Hause. Ja, und dann? Kommen wir wieder her und holen dich ab. Okay. Ich gleich... Nicht wegrennen. Nein. Die können jetzt schon wieder da sein, wenn ihr wollt, mal losfahren. Oh ja. Sollen wir ein bisschen rummachen? Rummachen? Ja. Ja, wie? Ja, für die Rumkugeln. Ich kann kein Rum machen. Aber du kannst es ja versuchen. Okay, ich mach ein bisschen an dir rum. Nicht an mir. Weg, weg, hier. Weg, weg, hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey. Toll, jetzt hättet ihr fast das Ohr abgebissen. Ja. Ich muss wahren. Boah, das ist schmack, dass du eine Gänsehaut kriegst. Fühlt sich auch mit Kondom mit Nocken. Geil. Ja, hör mich auf. Katsache, Motherfucker. Nö, jetzt bin ich nicht mehr in Stimmung. Deine Beleidigung kannst du für dich lassen. Ich dachte, du stehst da drauf. Nee. Ich mag es, wenn es süß ist. Ach so. Bin ich nicht süß? Doch, aber nicht, weil du mich als Cock sagt, Motherfucker bin ich nicht. Ich bin nicht dein Schokotötchen. Schokotötchen. Ja, was? Nix. Dann halt nicht, ey. Dann schütt die Hut. Puss. Hä? Hä? Das ist ja. Ach, komm, meine Dame. Du bist mir so auf den Sack. Ach, komm. Du bist doch schon wieder nur schlecht drauf. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ich bin voll zufrieden mit meinem Leben. Wie viele Schlaftabletten hast du heute genommen? Ja, warum? Ja, man merkt, du bist müde. Ich bin nicht müde. Dann sing ein Lied. Ähm, was wollen sie denn? Von den blauen Bern kommen wir. Oh, du, wie, die, du, eine, wo, nein. Ach, nicht OG Toastie. Ach, wieso nicht? Kannst du dich das hören? Ich bin ein Fan. Du hörst es, wenn du kochst. Du hörst es, wenn du putzt. Du hörst es, wenn du dich wäscht. Du hörst es beim Knaggy Buggy Knubbelde Bubs. Du hörst es beim Sport. Beim Wasserhäten. Du hörst es beim Rasenmähen. Kannst du das wiederholen? Beim Schnubbelde Knubbelde Bubs. Du weißt schon, wenn die Planeten aufeinandertreffen, kannst du bitte vernünftig parken? Ja. Du wolltest es. Mein Gott. Mir wird schlechter. Was kannst du denn? Bitte. Nein, nicht unser Auto. Oh Gott. Ich will schlinde dich. Tokimam. Ja. Nicht in unser Auto. Ich setze neu an. Nein. Ich steig raus. Du wirst nicht. Mir wird schlecht. Pass auf, auf das Schisch. Pass auf, das Schisch auf. Ja. Fast. Das lief doch eins ab. Ja, super. Zum Glück fahre ich jetzt. Ja. Ey Speckbäckchen, ich muss noch mal kurz in die Bude, okay? Okay. Ich melde mich, wenn du mich abholen kannst. Soll ich dich jetzt abholen? Ich melde mich. Lässt du mich alleine? Nicht lange. Verlässt du mich? Nein. Gehst du krachen? Keine Ahnung. Gebt mir 25 Minuten. Okay, ab jetzt. Ich bin frei. Okay. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich will es enten! Zwischen Mehl und Milch machte mancher Knitsch ein riesengroß Klicke rein in der Weihnacht, Bicke rein Klicke rein in der Weihnacht, Bicke rein Hallo Fred! Geht! Assalamualikum Ich glaube das Spiel ist ein bisschen zu leise, ich mach mal lauter X, X, X! Me, hallo Driver Mann, das ist mein Doktor Danke für die Weezer beim 28. Monat Vermisse Kurtis, alter Stimme Ach du, da immer mit deinem Kurtis, Kurtis, Kurtis Dankeschön Ich nicht, ich vermisse da ging nix von I'm so sorry Was geht Karim? Es geht Joni Why so bad? Dankeschön für die Weezer im vierten Monat Aha Noch keine Bräut, immer tolle Unterhaltung Danke Ich bin jetzt einer dieser Erfehler der Stimmenversorgung Ich bin jetzt einer dieser Erfehler der Stimmenversorgung Wir sind cool Und wir schwitzen im Rücken Und wir schwitzen im Rücken Das klappt deshalb Ich wollte den Pinsel jetzt abholen bei dem Bei dem Büchsis Ding, alter wie die hat Achso ja, der sitzt bei mir im Auto Sollen wir irgendwo hinkommen? Ich bin jetzt schon wieder hier und bei dem Also zahlen im Viertel Wo welches? Da gibt es mehrere von Ja hier um Ecke beim Bürgelladen schon Und Twinkies kurz nur mal nach Hause gegangen Wollen wir was zu dritt machen oder willst du mit dem Pinsel allein was machen? Können wir was zu dritt machen? Was? Ja, dann sag mir nur wo ich mein Auto parke Ich will das hier nicht bei den Werkstatt Assis parken Wo bist du denn? Ja bei den Abschleppis vor der Tür Sag mal, sag Ich, ich bin auch da Fall du vor Okay Oh Gott Oh mein Gott Stelle bevor Oh mein Gott Siehst du, hier kommen die Asozialen von rechts immer Ja Schnell wieder weg Äh, aber warte, ich park meinen Wagen am Würfelpark Okay Äh, ich steig bei dir ein Ich steig bei dir ein Die ist kurz nach Hause rein Also, die ist nach Hause, sagt er Oh, ich glaub, da war ein Einwandstraß hier Das ist mir auch gerade aufgefallen Ich steig bei dir ein, will die Ja, park auf dem Parkplatz Ich muss dritt sparen Ja, dann park auf dem Parkplatz Okay Okay Oh, ich pack hier, fahr rein Okay Oh, Migräne Zwei Sachen sind mir aufgefallen Der Rechner ist ein bisschen lauter als vorher Und das BIOS sieht anders aus Keine Ahnung, was die gemacht haben Keine Ahnung, was das war Ist halt einfach, ne? Zirkus Kohle Da fällt mir auch nichts mehr zu ein Pisser, Alter Ja Ähm, einfach Mich stört halt nicht, wenn der ein bisschen lauter ist Und gekühlt als vorher Muss ich mal gucken Aber kann so bleiben Hallo Hallo Can you hear me? Hallo 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 Was ist der Pinser denn? Äh Ah, okay Hallo From the other side Ja Ja Da 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 Ja, dann warten wir jetzt, ne? Ja Und sonst so? No Wie dann? Ah, scheiße Warum? Und dort nimmt ein Twinkie mir mein Geld weg Ja, also Weil die Angst hat, dass ich Glücksspiel mache Okay Aber du verdienst doch dein eigenes Geld dann Ja, ich muss alles abdrücken Ich darf nur Pro Woche 2.000 bis 5.000 Dollar haben Pass auf, ich erklär dir jetzt mal was Es gibt netto und netto netto Kennst du den Unterschied? Ja, das eine ist ein Einkaufslagen Das andere ist ein Super-Einkaufslagen Ja, genau Ja Nein, pass auf, der Unterschied zwischen netto und netto netto ist Netto ist das, was du Twinkie sagst, was du verdient hast Ja Und netto netto ist das, was du wirklich verdient hast Also sprich, wenn du 50.000 verdient hast, sagst du Twinkie Boah, guck mal, ich hab 30.000 verdient Dann nimmt die dir das Geld ab, aber du hast noch das netto netto, die 20.000 Und was, mit Brutto? Ja, das ist ja dann schon abgerechnet Also verstehst du, du sagst... Was, mit dem Solidaritätszuschlag? Ja, den brauchst du nicht zahlen, ja Gehe ich einen Steuer? Ja, auch nicht Gehe ich dir ja gar nicht Aber verstehst du, du sagst ja... Mach es schlau, sagt der Twinkie einfach gar nicht Und ich spiel da auch mit Ich zahl dich ja aus Beim nächsten Mal, wenn ich dich auszahle Und ich zahl dir 30.000 aus Nein, die wird trotzdem sagen Ich weiß genug, was du verdient hast Nein, kann sie ja nicht Doch Kann ja nicht in die Bilanzen gucken, so wie ich Die kriegt das raus, glaub mir, die hat das dritte Auge Das sagst du, mein Freund, nicht sie Was macht der? Oh, da ist der Hagepeter So wenige Dupli ist noch nicht Die Langeweile, die Bulm? Anscheinend Nochmal zu dem hin Ja klar Der hat mich grad weggedrückt, der Arsch Herrlich? Komm Sirenen Ja, deswegen bleib ich mal lieber gerade hier Ach, scheiß auf Sirenen Ich wollte Gott sagen, wer steigt da jetzt aus? Haben die Auge bekommen? Ich wollte dich schon wieder retten, komm Chef Wolltest du da reinbrennen? Ja Hi, Willi Grüße Boah, ich slide dir drüber Oh, doch Oh mein Gott, oh Lass meine Mutter auch in den Pineren Daddy ist jetzt platt Hi Du hast mich weggedrückt Ach so, ja, ich war in einem wichtigen Gespräch Es gibt jetzt eine Stempelkarte bei der Werkstatt Ach stimmt, hier Warum stempeln die Leute sich nicht ein, wenn die Taxi fahren? Wie? Pinsel meinte, ganz viele sind im Dienst, aber im Taxi ist keiner eingetragen Was ist das denn für eine Nummer? Diese Schweinehunde Na Jenny fährt das weiß ich Okay, ja das ist schlecht Ja, dann kann der das glaube ich auch nicht rauskriegen, der liebe Hans Was kann ich nicht rauskriegen? Äh, du hast hier eben eine Nummer bekommen, da kann sein, dass dein Teil fehlt Wie ein Teil? Ja, das versuchen wir ja grad rauszukriegen Wieso? Ja, wo bist du denn? Wie viel Ziffern... Hallo Ja, dann kommt mal, der Hans Peter ist grad hier Kann ich den mal einen Büscher mal abholen Hi, tschüüüüü Wo bist du denn? Am Friseur! Am Friseur Nummer 5! Ich heiße Angelo! Beim Friseur 7 ist Bishop, mag den jemand abholen? Was, wir? Wer ist beim Friseur? Bishop, Friseur 5, will den wir abholen? Ja, sollen wir den abholen? Geil, wieder das auf dem Weg! Okay, dann diese... Jaja, die Shiva hat dir irgendeine Nummer gegeben, da fehlt irgendwas. Die kommt jetzt hin mit ihrem Bruder. Du machst das schon, ne? Oh Gott, schon was vergessen! Den Pinsel haben wir vergessen! Oh, Willi! Oh, Memo, zieh mal deinen Hut ab da! Toll, jetzt kann ich den wieder im Gürtel stecken! Oh ja, da sieht der junge Hans-Peter... Oh, du siehst voll jung aus! ...25 und tiefer, würde ich sagen. Wir haben ja auch noch schon gesagt, dass ich jünger aussehe, ohne... Ja, finde ich besser auf jeden Fall! Oh, du siehst aus wie ein Minecraft-Profi! Hattest du meinen eigenen Server? Komm her! Bei welchem Friseur ist der? Oh Mann, bei welchem Friseur ist der? Oh Mann, bei welchem Friseur? Und was ist mit Pinsel? Ja, Arbeit! Oh, das ist aber ein schickes Auto! Bitte, danke! Oh, das ist voll, ne? So, ich dachte mal, es ist meins! Ja, deins auch! Walsch rum, so rum! Hallo von... Boah, ich hab den ganz fucking... Pass auf, sei bloß vorsichtig! Oha! Oh, da ist ein Mädchen! Wo? Hi! Hey, du! Sch! 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 Mach mal Fenster runter! Hi! Hi! Das hättest du jetzt nicht sagen müssen! Hallo? Hi! Boah! Voll die Hübsche, ja? Ja, hör mal, ich wusste ja, dass Milch schön macht, ne, aber scheiße, wie viel hast du getrunken? Der war nicht so gut. Arsch, okay. Die lacht nicht. Scheiße. Scheiße, du musst den neuen Spruch ausweisen. Okay, wir kommen aus der Nummer raus jetzt. Ähm, Mann, sag, ihre Augen riechen schön. Äh, was? Ihre Augen riechen schön. Ey, ich glaub, das kommt auch nicht gut. Doch, das kommt voll gut. Nein. Doch, sag's mal traurig. Junge Frau? Mhm? Ihre Augen riechen so schön. Oh. Mhm. Das war creepy, nimm lieber mich. Nein, ich bin verheiratet. Was machst denn du so? Äh, gar nichts. Arbeitest du? Nein. Warum nicht? Weil ich erst seit Freitag hier eingereist bin. Ui. Und woher kommst du? Zu London. London? Oh, schöne Stadt, schöne Stadt. Wo ist London? Das ist in Europa, England. England? Ja, England. Und wie ist es in London? Ja, nicht so schön, sonst wär sie ja nicht hier, oder? Naja, ich wollt was anderes mal sehen, so, ne? Ja, da regnet immer viel. Also, wenn du nicht den Fernsehen angeschaltet. Das ist, äh, ja. Ah, übrigens, ich bin der Willi, da ist der Peanut. Und du bist... Ich bin Peanut. April. April? Wow, schöner Name. Danke. Ich mag April-Scherze, ne? Die wahrscheinlich nicht so. Aber sie ist April. Kannst du klingonisch? Nein. Bist du ein Star Wars Film? Nein. Guckst du Animes? Teilweise. Welche? Kannst du einen empfehlen? Äh, Naruto. Ja, aber das ist doch Standard. Kannst du so einen richtig drecklichen empfehlen? Mit viel Blut und Kämpfen? Äh, Elfenlied? Nein. Nein, nix von Telefamilien. Ein Anime. Ja, das ist ein Anime. Elfenlied? Aha. Das ist ein Anime. Aha. Und um was geht's da? Lass mich raten um Elfenlieder. Nee. Da wird auch viel, äh, gemetzelt und Blut und genau das, was, äh, sie ja sehen wollen. Du kannst mich ruhig duzen, du. Okay. Du schönes Kind. Du hast es nicht so mit Komplimente, ne? Äh, nee. Nee. Brauchst du nicht rot werden, du Tomate, du. Süß ist sie, oder? Darf ich nicht sagen, ich bin verheiratet. Ja, doch, du darfst ja sagen, was du denkst. Nuh, nuh. Twinkie krieg das raus, dann bekomm ich Hau. Ey, hört doch keiner. Ja, wirklich find ich süß. Ja. Aber du wirst wahrscheinlich oft angequatscht, ne? Ähm. Nein. Nicht. So ist tatsächlich, äh. Darum wippst du mit dem Bein, bist du hüppelig? Sie ist nervös. Ja, ihr macht mich nervös. Oh. Willst du mitkommen? Wir gehen den Bishop abholen. Wer ist das? Das ist der Besitzer vom Casino. Ja. Und was macht die dann? Wir holen den ab und fallen den wieder her. Ja. Wir arbeiten nämlich beim Taxi. Okay. Oh, Pinsel ruft an. Ja, aber ich bleib mal hier. Bleibst du lieber hier? Ja. Okay. Hast du Angst vor uns? Wir sind keine Gangster. Wo seid ihr? Auf der anderen Straßenseite, Pinsel. Ach, ich suche euch. Ich suche euch auf meinen Bruder. Du hast einen Bruder? Ja, einen Halbbruder. Oh, jetzt kommt der da gerade angelaufen. Ist das dein Halbbruder? Nein. Hör vor, ich liege. Oh, ihr kennt das schon. Ich gehöre. Ich gehöre. Keine Ahnung. Ey, warum steigst du hier ins Auto? Ja, siehst du, der ist mutig. Wir nehmen nur schöne Leute mit. Ja, wir wollten sie mitnehmen. Genau. Wie ist denn dein Name? Meiner? Ja. Nee. April. Ja, richtig. Und wie heißt der Fahrer von dem Auto? Also, ist ganz spät geworden. Ich glaube, ich muss mal nur. Okay, April. Dann pass auf dich auf, okay? Okay. Und nimm dich vor dem Pinsel in Achteren-Thema rum. Ja. Okay. Das ist ein ganz ekelhafter. Okay. Nein, eigentlich ist der volle Süße wohl. Der ist voll Kawaii. Und der ist voll Kawaii. Tschüss. Tschö. Bye. Gott, die war maximal als... Die war maximal als verwirrt. Die hat, glaube ich, richtig Angst gehabt vor uns. Warum? Was war denn los? Ich glaube, die hat sich jetzt gewünscht, dass da ein Jugeler steht mit vier Maskierten. Ich glaube, das wäre ihr lieber gewesen. Wir haben nur gesagt, dass sie cool aussieht und cool aussieht. Hübsches. Das hat Willi gesagt. Ja, das habe ich gesagt. Und? Darfst du lochen? Was? Nein, die spielt kein Golf. Die hat gesagt, wir sollen ein Elfenlied gucken. Oh, oh. Na, Hasepilter, wir sind doch den Weg zum Bishop. Der ist voll frisierend an, fügt dann so eine Ecke und weit hier. Hast du ihn gefunden? Was ist das? Hier. Na auf, Pinsel. Wir sind jetzt da. Der sitzt auf der Straße wie so ein Bettler. Okay. Das ist ein Kindermuller. Oh, Grüße. Ja, kauft aber. Ach. Wird auch mal Zeit. Okay, wir haben ihn. Okay, Herr Bischof hat schon aufgelegt. Oh. Hi, Willi. Hi, Willi. Hallo. Ich habe meinen Laptop mitgenommen. Okay, ich muss dich schon wieder abgeben. Supermarker Laptop. Ja, lass doch alles zusammen reden. Ja, ich habe immer keinen Bock zu warten. Dann habe ich mir ein Laptop gekauft. Supermarker Laptop. Frischkopf? Ja, ich warte. Ich spiele kurz. Ist das Welt der Kriegskunst? Dein Laptop ist ziemlich laut. Aber als Zähne, Bischof, woher hast du die Idee? Oh Gott. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Wo, wie denn? Oh Mann. Da ging ich am Arsch. Habe ich gekommen? Ja. Ich habe dich gestern gesucht. Warum suchen mich denn? Ich war gestern einfach mal eine Stunde nicht da. Äh, Bischof. Schon heißt es Bruder gegangen, ja? Wir haben eine super alte kennengelernt wie gerade. April heißt sie. Da ist eine Frau, ein super Mädchen. Ja, wo ist sie? Lecker Mädchen. Guck mal ran auf den Schoß. Oh, der Behnerte hier im Würfelpark. Oh, nee. Guck mal, das ist ein Punker. Ein Tanker? Ein Punkt. Danke euch. Was? Woher? Ey, ey, Willi. Hier sind eh... Ja, gib mir die gleich. Ja, gib mir die 1,000 Dollar Rechnung. Äh. Ey, geht weg, das ist Privat. Das ist Privat. Pass halt, hör zu. Wir reden hier beim Mietkreuz. Ja, ich habe die perfekte Gruppe für euch gefunden vorhin am Stadtpark. Also am Würfelpark. Warum hast du Delfin tätowiert? Da war nicht Fischkopf denn. So, pass auf. Bist du gar nicht. Ja. Hier waren eure sechs Leute komplett schwarz gekleidet. Boah, ich bin sorry, langweilig. Langweilig. Boah, lass den doch mal erzählen jetzt. Nö, ist okay. So, einen haben wir jetzt verscheucht. Ja. Jetzt erzähl. Also, Willi darf tätow... Oh nein. Ronny? Ja, schön. Du kriegst 25.000 Dollar von mir, wenn du diesen Opa da mit der Latze K.O. haust. Warte, warte. Ronny, warte kurz, warte kurz. Komm mal zurück kurz. Hi, Willi. Hi. Hier, nimm den Schlagring, dann liegt der direkt. Ja, geh mal. Warte. Verboxst du den? Machen wir eine halbe. Oh, oh. Ja, wir machen eine halbe, halbe. Gib sie ihm mal. Wir machen eine halbe, halbe, Pinsel. Halbe, halbe. Gib ihm mal den Schlagring. Ich dachte, das wäre Keeper. Du zieh den an und direkt drauf. Alles klar, den Power-Riegel lass ich mich schmecken. Bis gleich. Ich weiß nicht, warum da alle immer drauf rumhangen. His name is Pinsel. Ding, ding, ding. Äh, au, ey. Noch. Oh, geil. Sag mal, ey. Was ist denn jetzt los? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich hab meine Ohren. Ronny, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Du bist ein Assi, Ronny. Mein Gesicht. Oh, pff. Sorry, Brot. Ich geh ganz viel ins. Ah, wu? Luke, jetzt bist du dran. Hallo, geht's Ihnen gut? Ja. Du Arsch, Ronny. Oh, mein Gott. Es tut mir leid. Warum entschuldigst du dich bei mir? Warum? Ja, weil du mir das Gesicht geschlagen hast. Ich hab keinen Sinn weh getan, ja. Reicht ich mir? Ja. Du hast mich richtig erwischt. Oh, nein. Hast du was zu trinken? Dann verzeih ich dir. Ihr habt den einfach vom Bock. Ein schönes Gesicht. Das ist mein Kapital. Dankeschön. Ich will auch einmal auf die Schnauze hauen. Ja, es tut mir leid. Ronny, glaub doch nicht weg. Äh, nimm den da. Fick euch doch, Mensch. Danke, wo ich nicht. Armer Opa. Geh weg, du P-P-P-P-P-Pilberger. Armer Opa. Ja, geh weg, du. Warum? Ich spende die Falten. Aber du hast mir auch einen Furz ins Gedicht gespendelt. Happy Birthday. Danke. Herzlich willkommen im Würfelpark. Danke. Wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Aua. Ich schrei, wie oft und laut ich will hier. Schrei nicht. Nein, das tut mir leid. Das war nicht gewollt. Komm her. Du haust nicht, mein Freund. Klippo, es tut mir leid. Hallo, Klippo. Sag, dass es dir leid tut. Es tut mir leid. Hast du gerade die Scheibe eingetreten? Nein, die ist eingebrochen, weil ich draufgeklettert bin. Es tut mir leid. Das war nicht gewollt. Du hast mich getreten. Ja, das wollte ich nicht. Nehmen wir 5.000. Okay, das nehme ich auch. Dankeschön. Wir sind quitt. Entschuldige, wir sind quitt. Perfekt. Mit der Musik. Hat es dir gelohnt? Fie, 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 Fie. Ja. Komm her. Sag nichts, Tönki. Nein, nein. Direkt. Was ist denn die Hälfte von 25? 23. 23. Okay. 23. Hier. Du hast... Nee. 23. Nee. Mit Sinn 23. Nee. Du bist schlauer, als du auch siehst. 2500. Okay. Schnibbel der Bub im Kopf ausgerechnet. Ja, weiter. Aber ich hab Fingerbeln mit. Ja, weiter. Ach. 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 Komm, wir hauen noch mehr Leute. Können ungefähr 12.500 sein. Ja. Schätze ich. Hallo. Ui. Ui. Hahaha. 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 Hast du das gesehen? Ich bin Action-Movie-Star. Zum Glück hat er seine Mutter auch mit Butterpuffkorn eingeschmiert. Weiß du, was ich gut finde? Zeig mal, wie Geld hast du? Ja. Was heißt Insolvent? 6... 8... Ja. 6... 8... 2... 8... Okay. Nur noch. Komm, ich überweis dir. Was sagt mir deine Kontonummer? LS... LS... 6... 3... 7... 7... 9... 7... 9... 8... 3... 8... 8... 8... 8... 8... Oh. Ja. Viel geschlagen. Mein... Oh mein Gott, egal. Hahaha. Ist viel geschlagen. Warte mal, ich hab noch ne Idee. Ich hab ne Idee, Adnos. Wie viel Geld hast du ungefähr jetzt auf dem Konto? Nicht so viel. Ich hab ne 12.000 für Wunder. Nee. Der Automat geht nicht mehr. Dann geh an den. Geht nicht mehr. Geht nix mehr. Oh. Geht nicht mehr. Hm. Ähm. Ähm. Ne, geht nicht mehr. Warte. Ne, geht. Ne, geht. Ne, geht. Ne, geht. Ne, geht. Aber ich hab covert... Ich hab irgendwie... Auf vier ... ... ich hab 18.000 ungefähr. Was hältst du davon? Haben? Okay, pass auf. Du kannst mir vertrauen. Aber was hältst du davon, wenn du dein Geld auf mein Konto machst? Ja. Und wenn du was brauchst, gieb ich dir das? Da Müsste man nur aufschreiben, was dir davon gehört. Aber dann kann Pinky das net klauen. Die kann mir das eh nicht klauen. Die klaut mir das nur, wenn die mitbekommt, dass sie Geld bekommen. Okay, dann passt. Okay, komm, du gehst noch Leuten verkloppen. Dann kriegen wir mein Geld. Wenn er aufsteht, hau ich ihn direkt wieder um. Der arme Opa. Der hat 25.000. Dafür mach ich alles. Ehrlich, alles? Ja. Hat sich schon jemand auf deine Nose gemeldet? Nein. Komm, wir gehen zu dem Mädchen. Was ist das? Da hat jemand mit einer Taschenlampe gespielt. Boah, Bueno ist zu lecker, oder? Ja, die läuft weg. Die läuft weg. Warum läuft die weg? Jetzt kommt sie. Nein, die läuft weg. Jetzt kommt sie. Hi. Guten Abend, die Herren. Hi. Hi. Arbeitest du beim Burger? Äh, mein Paffee? Warte, eine Sekunde nur. Hi. Hallo. Ich bin noch am Telefon. Du bist so süß. Gern. Auflegen, Überfall. Nee. Wie, nee? Nee. Nein, ist kein Überfall. Dankeschön. Bist du am Telefon? Ja, ich bin am Telefon. Mit deinem Freund? Nee. Ist ja gar nicht mein Freund. Mit deinem Eckfreund? Nee. Mit deinem zukünftigen Freund? Nee, auch nicht. Deinem zukünftigen Freundin? Nee. Die Antwort ist Mao-Arm. Nein. Was? Die Antwort ist Mao-Arm. Mit deinem Vermieter? Auch nicht. Mit deinem Kumpel? Ja. Ist er auf dem Herberfeld? Nee. Ist er eine Kohlemine? Nee. Ist er... Im Wald? Ist er im Wald? Nee. Ist er im Stadtpark? Nee. Ist er Polizist? Nein. Ist er Schwerverbrecher? Ja. Ist er ein Gangster? Quatsch. Hat er Busen? Hat er einen Superbusen? Weiß ich nicht. Noah ist ein Superbusen? Ist er ein Gangster? Ja, er sagt, er hat einen Superbusen. Ist er ein Gangster? Nee. Der ist ganz harmlos. Würdest du von einer Punktzahl von 1 bis 10, wie würdest du seinen Aussehen raten? Doch, der ist schon eine 8. Und was sagst du zu meinem Kumpelpinsel? Muss ich ihn jetzt auch bewerten? Ja. Ja. Straight ins Gesicht. Da gibt die nackte Wahrheit. Hatte mein Augezuck gerade im... 3? Guckst du nämlich schon mal... 10. Eine 3 Uhr? 13? Ja, wegen der Hose, die ist super. Wow, der ist voll knapp. Du bist eine coole Frau. Kannst du mir verraten, warum mein Freund Pinsel keine Pfohlen empfindet? Du, kann ich dir nicht sagen. Aber könntest du dem Tipps geben? Wie sprichst du dem Mädchen an? Mach mal vor. Hallo. Ja, das ist zu wenig. Nee, das stimmt doch nicht ganz, was er gesagt hat. Frau Schnecke. Frau Schnecke. Nee, 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 nee. Das zieht nicht. Was soll man sonst sagen? Äh, Mädchen. Nein, Puppe. Nein. Äh, Puppe. Egal, Spagen. Nein. Nein, einfach höflich sein. Du musst einfach höflich sein. Du musst dir fragen, wie es dir geht. So, hi, wie geht's dir? Hallo, Bitch, wie geht's dir? Aber das ist mir vollkommen egal. Ja, das musst du ihr nicht zeigen, auch wenn es dir egal ist. Nein, das ist nicht egal, wenn man jemanden kennenlernen will. Warum? Das ist so ein Lückenfüllerwort. Wenn man nicht weiß, was man noch besprechen soll, dann geht's so, na, und, wie geht's? Und dann kommt so, aha, oder na dann, oder jo, oder so ein Zwinker-Smiley, da raste ich immer komplett auf. Oder was sagt man denn auf na, wenn einer fragt, na, was heißt dann? Ja, sagst du mal nach zurück. Na, wie geht's? Was ist denn, du bist so unnötig, braucht man das? Na, wie ist es? Na? Einfach senkrecht. Was geht, Diggern? Also, na, find ich nicht so schlimm. Na? Na? Ist der Typ eigentlich schon am Telefon? Ja, klar, ist er am Telefon. Und du ignorierst ihn, weil du mit uns redest? Ja. Er scheint ja nicht so ein guter Kumpel zu sein, du. Nee, er fragt die ganz okay. Wir sind Pinsel und Peanut. Uns gehört der Park. Ich weiß. Du kennst ihn? Ja, ich kenn dich. Du wolltest mal mit mir Torte essen gehen. Erzähl das ja an Schmeinerfrau. Ja, aber du hast mir später meine weggegessen. Ja. So bin ich ja. So bist du. Die ist zu Hause, die muss kacken. Oh. So. Stange Leben aus dem Guckendrück. Mädchen machen das nicht. Richtig. Nee. Machen keinen Pupu. Boah, doch, die macht Pupu. Das hat schon gerochen. Ja, Twinkie macht Pupu. Baby, wow. Die hat doch eine Maschinerie zu laufen. Baby, baby. Würdest du mit meinem Pinsel auf ein Date gehen? Hm, geht leider nicht. Ich hab einen Freund. Ja, du kannst doch Schluss machen. Nee. Hey, wo Reisen wächst, da wird gespielt. Wie mein Freund heißt. Travis. Skolt. Hä? Skolt. Travis Skolt, der Rapper. Hm, nee. Ist der ein Gangster? Hm, weiß ich nicht. Was, Schluss? Warum? Ich will Schluss machen. Wir haben den gesehen mit anderen. Mit der Shaniqua. Wie hat er bei Knudels kennengelernt? Und dem Schüler vor Zeit stubsen die sie mal an. Ich hab übrigens noch ne Frage. Ja, frag mal. Hallo, wie geht's? Ja, gut und dir? Ja. Jetzt weiß er nicht mehr weiter. Jetzt muss er neu starten. Ja, bis gleich. Komplett verwirrt gewesen. Ja, auch. Na? Na? Ach. Ruf den Islam. Nichts. Hallo, Mietchen. Ich steh hier am Büffelpark. Hm, um die Ecke. Und die Hand digitiert zum Hörer. Was hat die? Achso. Die Hand digitiert zum Telefonhörer. Okay, das gleich. Tschüss. Was? 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 Na? Um was geht's denn? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Warum? Warum? Du musst uns helfen. Ja. Bin ich schon ein Kork? Guck mal, die Blonde da vorne. Ich finde noch noch. Ist das sie? Die Blonde. April? Nee. April? Du hast mich doch vorhin richtig gesehen, dass du es bist. Nur die kurze Hose hat mich verwirrt. Ja, heute ist Shortstag. Oh, warte mal. Weißt du, wer das ist? Jetzt muss ich mich hinsetzen. Ist das Ronny? Oh, oh. Adnus, wir müssen los. Ja, ja. Ich weiß die ganze Zeit, dass es Ronny ist. Und dass er mir mein Auto geklaut hat, weiß ich auch. Das ist Pinsel. Adnus, das ist die Frau, die mich in den Geiselnamen gedisst hat. Was? Und die war auch in den Geisel. Ich war keine Geisel. Ich war auch keine Geisel. Oh, Gott, wie Dank. Hab ich gehört. Ich hab nur viel von dir gehört. Okay, dann tut's mir leid. Ja, der ist stattbekannt. Ja. Der Autodieb. Der klingt... Nein, gar nicht. Der Dieb... Wohl, der hat mir wohl schon mein Auto geklaut. Du hast ihr Auto geklaut? Ja, doch. Ja, das kann sein. Da warst du noch ganz schön frech. Nee, mach ich nicht. Ich bin nicht. Nee, ich boxen jetzt? Okay, ich bin dabei. Frechnecke. Ach nee, schon wieder falsch gemacht. Ach. Wer ist denn? Meint er dich? Noch mal von vorne. Ich bin so... Mich? Jetzt wird's interessant. Hallo, wie geht's? Redet er mit mir? Ja. Mir geht super und viel. Wo komm ich denn hin? Also geht's so eigentlich. Wie geht's dir? Zu wo? Wo geht's? Nein, wie es dir geht? Wie dein emotionales Empfinden? Mein E-Mail ist super. Ich mag deine Crocs. Danke. Ich mag deine super Busen. Was? Was? Was hast du gesagt? Was? Das sagt man nicht. Pünsel, das sagt man nicht. Nicht, wenn man sich kennenlernt. Aber sowas weiß ich noch nie. Ja. Dann trainier jetzt ein bisschen. Man sagt nicht super Busen. Nur Busen? Nein. Super Möps ist besser. Auch gut nicht. Dafür kriegt man den Ärger. Der ist sexistisch. Nein, nein. Bei mir nicht. Schönen guten Abend. Ja, okay. Die Party ist vorbei. Hallo. Oh. Ja. Mir ist der Appetit vergangen. Mama, gib mal meine Nummer rüber. Ja. Warte, wollen die deine Nummer? Jo. Warten, bis der Herr Jutta weg ist. Ich muss dir noch was sagen. Hä? Manchmal. Aber nur manchmal. Wenn du am Fraueningang ein bisschen haugern. Ähm. Manchmal. Aber nur manchmal. Redest du so laut, dass es im Ohr klingelt. Bei ich? Ja. Gar nicht. Oh. Doch. Ehrlich? Ehrlich? Oh. Taxi downtown? Hast du Pech gehabt. Wer ist da bitte? Wer ist der Mia? It's only game. Ich mein den Hälschen Bosen. Du musst du beurteilen. Oh. Äh. Äh. Ich schweige da dann ein. Geh ja weg. Äh. Was willst du denn damit? Warum? Ich mach nicht. Ah, okay. Ich will auch nicht. Bevor du mich wieder verklopst, ne? Dann. Geh ja weg. Von gestern. Ich mach nichts. Gleich kneidet. Bam 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 bam. Ich hab trainiert, Motherfucker. Ganz. Ich komm mit fliegen. Alter. Gib mir doch mal die Hand hier jetzt. Gegen den Cock und gegen die Tütze. Bam 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 bam. Hör auf jetzt. Ich trete gleich zurück. Dann schieß ich. Dann scheiß ich auf dich. Was ist denn das für ein komisches Gröschen in deinem Mund? Brause. Hey. Ich hab ein Brausebomba. Nee, du hast noch ganz anders im Mund. Ganz andere im Mund. Klingt so exakt so ein. Sei froh, dass mein. Bäh. Anruft. Ja, hallo, Tiki. Ja, bis später. Tschüss. Ja, hi. Hab. In die Aktien gestrichen. Soll ich dich abholen? Ja, klar. Okay. Irgendwas. Ja, Rodrigo ist einfach da weiter. Genau. Was? Ach, nicht schon. Ich geh kurz Twinkie abholen. Ach. Nur mein Marcel. Welcher Marcel de Julio? Nein, Rodrigo. Oh, what? Den hab ich die ganze Zeit angestaut. Ich komm. Der Zauberhände. Das schaff ich. Bist du? Kannst du nicht schneller laufen. Nö. Hüah. Boah, ich bin super viel, super sportlich. Das liegt an den Müsli-Regeln, die ich morgens immer erst. So, ich bin auf dem Weg. Warte mal, du läufst. Seid ihr nicht am Arbeiten, oder was? Na, wir haben gewartet auf dich. Gewartet auf mich? Ihr hättet schon Geld verdienen können. Ja, du auch. Oh, sehr viel beschrieben. Dann würdest du mal in die Kasse auch ein bisschen Geld von dir einzahlen. Ja, da komm schon Geld von mir rein. Keine Sorge. Meinst du das Geld, was du dem Julio in seine Boxerschurz tust? Das war Rodriguez. Oder Rodriguez Megami, der heißt der Kasper. Ja, der muss halt bezahlt werden. Das ist mein sauer verdientes Geld. Ja, aber auch meins. Nein, nur meins. Ich hab's verdient. Halt du deinen Maul. Red nicht so mit mir. Red du nicht so, als wärst du hier der Hauptverdiener. Ich bin der Chef. Mhm. Bin ich auch. Das wär mit neu. Und wenn du langsam weiter so frech wirst, dann kloppe ich deinen Arsch zurück nach Arizona. Ganz bestimmt nicht. Da kannst du zusehen. Wo du wieder klarkommst. Als geschiedene Frau. Oh, okay. Weißt du was? Weg dich einfach. Boah, jetzt geht mir gar nicht auf Nüster, Alter. Vorher hab ich da Bock drauf. Oh mein Gott. Ich lebe mich im Kreis. Hui. Deja vu. Ah, hier we go again. Wo ist das dicke Ding? Weg mal, die kommen jetzt mit ihrer kleinen, komischen, gelben Kackkommode entgegen. Bleib hier, komm, ich bin jetzt extra kommen, ich hab's zu holen. Das ist nicht mein Problem. Ach komm. Boah, Twinkie, ich hab gar keinen Bock da drauf jetzt. Ja, ist eben so. Dann provozier's doch nicht. Ja, dann pack jetzt dein Auto. Komm, wir fahren. Ja, wie, keine ordentliche Entschuldigung? Ja, Entschuldigung, die Liebe meines Lebens. Wie bitte? Entschuldigung, die Liebe meines Lebens. Geht das auch ein bisschen gefühlvoller? Oh, Entschuldigung, die Liebe meines Lebens. Ich hasse die so sehr, ne? Ich hasse die einfach, du. Ja, mich ist sehr gut. Ist hier nicht ein bisschen entschwindelig? Warum? Keine Ahnung. Bei dem Fast-Deal? Ich weiß, wild, oder? Ja, richtig wild. Ja. Du hast Fashish aber jetzt nichts getan, oder? Natürlich, nee. Fürs Erste. Wie, was soll denn hier fürs Erste heißen? Du darfst mich nicht erpressen. Und ob ich das darf? Darfst du nicht. Ja, okay. Wo ist meine Twinkie? Dieses leichte, gefühlsvolle Mädchen, was immer hinter mir stand und mir geholfen hat, durchs Leben zu kommen. Die immer zucker süß war. Was hat dich gebissen? Ich muss mir natürlich sagen, ich hätte mich verändert, aber das ist du auch. Stimmt doch gar nicht. Und auch. Bin immer noch der kleine süße Boy. Natürlich. Bin ich auch. Ja. Bin ich auch. Guck, ich mach Schnudel. Hunger, die hilft dir da auch nicht raus. Ich bin ein echter Autofreak. Halt fest. Deja vu. Twinkie? Ja. Gibt's dir gut? Ja, mir geht's super. Mir kann's nicht besser gehen. Ai, ai, ai. Oh Gott, oh Gott. Alles passt so. Ich ruf den Pinsel an. Wie, wir gehen nicht hier hin? Ne, wir gehen arbeiten. Ja, oder willst du nicht mehr arbeiten? Ja, komm, wir gehen arbeiten, Mann. Ne. Ich ruf den Pinsel an. Ach, Pulling-Tag-Jules, warte doch auf mich. Lauf doch nicht vor. Twinkie. Hello. Twinkie. Winkie. 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 Oh mein Gott. Du bist doch hingefallen. Hä? Nein. Wie ist denn das jetzt? Du bist hingefallen. Mann? Mann? ich habe auf deine mailbox geredet und dann deine beraterin am telefon gab oder berater ich weiß nicht wer du bist du machst mir angst hattest du ich sag nur nein ich habe eine würfelbette verloren du hast dich doch operieren lassen oder nee du machst mir angst wie geht es dir markus ja beschissen dein gold kannst du dir sonst wo der preis gestern bohr gestern ist echt geboomt ja ein gold nage 15.000 dollar ich sag's dir aber schon wieder zwei auf tasche du kannst froh sein dass ich nichts dabei habe weil ich hier wegen den marsch jetzt weil die mich alle 15 minuten kontrollieren kommen was warte mal bedrohst du mich gerade ich habe mein security chef dabei ich glaube der sollte und mein zweiter security chef ist auch dabei ich glaube du solltest mal den arsch versorgt bekommen markus dass du mir hier droht ich drohe dir gar nicht gesagt du solltest aufpassen was du machst mein freund wo war das eine drohe ja und jetzt kommt mein dritter security guard auch noch jetzt sieht schlecht für dich aus markus noch so fach sind oder dann bist du hier die längste zeit am würfelpark gewesen mein freund kriegst du würfelparkverbot da sind sie mich die schäfte ich habe würfelparkverbot gehabt der legt sich nämlich gerade mit dem sheriff an naja das ist der hutscher wie naja wie war sie mir gleich mal die haare passen mhm was geht Barclay was geht der geht einfach der hat keine Angst vor vier leuten aber sobald der jps gesicht sieht direkt Angst das ist ja keine Angst das ist ja keine Angst das ist ja wie ebben wir packen doch wohl guck mal da oben stehen sie im kreis noch ein Techno so du bist auf dem Science-Hallong an gerade äh da hinten naja wollen wir mal eben zum Autobahn hin ich kann ja auch ne Rechner ausstellen mein freund ja dann können wir auch machen hinsetzt sollen wir arbeiten gehen ja ich krieg nie ne Phobie was bekommst du ich krieg langsam schlachsige Beine ach so vom Kreis stehen ja hier Cowboy für deine Mühe ja was warte komm mal schau was für dich ok nicht du Pinsel aber ich will auch weit der Cowboy der hat mich beschützt nicht du immer noch geh weg Pinsel du bist doch so ein Cocaine Cowboy wuuuuhh ich dank dir Peanut ja das hatte ich nicht erwarten ja ich danke immer wieder gern hast du mein Pulling-Teilchen angemacht nein ich hab gesagt die gehört mir das ist meine das ist meine du weißt du du weißt heute nur andere Aussprache als sonst Betonung ja Pinsel der hat mich grad angeschrien was meinen sie was das für eine Qual war ja das wir müssen in den Ohren ja netz noch klingeln das ist so unsehnbar das ist so unsehnbar das ist so unsehnbar das ist so unsehnbar weißt du wenn du über seine Witze lacht dann lauf ich jetzt fürs Auto ja der schreibt mich wenigstens nicht an ich schrei dich auch nicht an und ob und das tut wirklich weh ich hab aber nichts gemacht ja ja oh alles normal immer bitte 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 sag mal mein Name Pinsel Aston oh god Pinsel besser 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 Pinsel ja 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 super duper ja juhu sollen wir arbeiten ja ok sollen wir arbeiten na dann kommt ja unbedingt arbeitstehen ja 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 willst du hier rumstehen ich hab gerade eingefangen ja nur dein Job hast dein König gedacht und du geeen 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 ich habe du kannst doch da wir können doch dann kreis stehen also ich muss ich noch was erzählen ist dann wurde ich überfahren von dem polizeimann also alle gefahren heute schon wieder gut angefahren und dann bei seiner aussage er selbst schuld sie so dass wir blaulicht an hatten wir trennen sein weil wir die straße sei froh dass wir langsam gemacht haben du hättest tot sein können das hat er gesagt was für ein dumm kopf ja wo alles frei super abtrieb ich hoffe wir hatten das telefon Und welches Taxi nehmen wir? Dann kann ich meins nehmen. Welches ist das Telefon? Nehm, mein Taxi. Gerne Fahrrad. Moin Meister, bist du im Dienst? Wir sind jetzt im Dienst, ja. Sehr schön. Dann möchtest du die Leitstelle nehmen? Dann mache ich den Zwischfreierabend. Okay, Marc. Ich nehme mich an. Okay, tschüsschen. Kuzuglu. Okay. Twinkie, hast du ein Ding? Gib Antwort! Hast du einen Schlüssel? Ich habe die Leitstelle übernommen. Jetzt verdienen wir Geld. Is das Witzel? Is das Witzel? Is das Witzel? Leitst du? DowntownCabTaxi, hallo! Hallo! Könnt ihr ein Taxi bekommen zu Apotheke 2? Apotheke 2? Okay wir sind in Tobik's. Oh nein, ein Taxi ist in der Werkstatt. Apotheke 2, erste Kunde. Oh nein, ich muss Beifahrer. Ich mach Navi. Ich muss das erst mal hier alles eröffnen jetzt wieder. Ja. So. Du hast uns schon eingetragen, ja. Ich hab noch nichts euch eintragen. Hast du noch nicht gewonnen, dass wir im Dienst sind? Welches Taxi haben wir? Wir. Okay. Oh. Oh. Warte. Habe ich. Hey, haben die, haben die das Passwort geändert? Ach so, ach ich wisst das ja nicht. Stopp, bevor du irgendwas machst. Ja. Äh. Wenn ihr euch ins Taxmax ein... Ja, nur mit Vorname. Ja. Das wissen wir schon. Okay. Ja, aber... Ich kann mich da nicht einloggen. Ich ruft Schaffern. Ich ruft Schaffern. Sicher? Ja. Ich hab, wie ist das Passwort? Hast du Passwort geändert? Ne, ist wieder Standardpasswort. Ja, ich weiß das nicht. Steht unten. Steht unten, Twinkie unten. Stunden unten im Taxidokument. Ist Standardpasswort wieder. Super. Unten, Twinkie, unten. Ich wollt's dir grad sagen. Ja, ja. Ja, ja. Gebein. Oldie Boy 1, 2, 3. Hahahaha. 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 Ach so, aber jetzt verstehe. Hat funktioniert, Twinkie? Okay, warte. Ja, super. Okay. Danke, Schaff. Okay. Schwerdabler. Schwerdabler. Ja, jetzt hat's geklappt. Ja, super. Okay, wir sind vier. Ah, okay. So. Dann kann's losgehen. Ich hab im Navier eingetankt. Siehst du? Pff. Hahahaha. 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 Mann, Mann, Mann. Immer dasselbe hier. Hahahaha. Mir ist so klar, dass Big Mama gewinnt. Hahahaha. Hahahaha. Sei bloß vorsichtig. Oh nein. Oh, Gott. Hahahaha. 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 ja hier sollte sein bei der ding sein links glaube ich da steht er doch leider gefiffen links links twinkie und jetzt rechts downtown cap taxi hallo ja die ganze stehen bleiben heute noch so unfreundlich aber zum getreide fällt dabei die habe ich dabei ich bin extra in der tasche ja dann haben wir aber vorfahren ja jetzt bin ich angeschnallt aber eigentlich geht es mir ganz gut ja das ist gut hier wird da viel geredet ja sobald es ihnen gut geht und das fahrzeug in ordnung ist dann können sie weiter fahren euch mal an können wir unseren fahrers mitnehmen ja ne warum ja ist gar nichts passiert ja 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 die hilft auf jeden fall beim autounfall ja gut wir rufen einmal den mechanikanern lassen das einfach mal prüfen nicht nicht ja wir gehen ja 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 sind gut dann wünsche ich noch einen schönen abend danke wir müssen zum weizenfeld zeit das geld hat aber echt nix der auto ich will nicht von ein gut ausgewichen so wunderschönen guten Abend bei Downtown Cabin PASTS AUT Aua mein Paus ja jetzt reicht es mir aber wirklich Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wie geht's dir? Gut, wenn ich Kunden habe, rufe ich dich an, okay? Ja, perfekt. Entschuldige, ich habe mir Bescheid gesagt. Ja, perfekt. Wir sind gerade bei den Kodis. Was willst du holen? Boah, wir kommen bestimmt gleich auch vorbei, wenn nicht viel los ist. Ja, kein Problem, wir treffen uns vielleicht hier. Alles klar, Biggie. Alles klar, bis gleich. Tschüss, das Gosti. Oh, der Biggie arbeitet auch beim Taxi, jetzt ist er cool. Ja. Gehört auch zum Service, dass er mit drei Leuten fahrt. Ja. Ja. Ja, Security. Wir hatten schon oft das Problem, dass Fahrgäste entführt wurden. Mhm. Da wollen wir maximale Sicherheit geben. Richtig. Außerdem werde ich oft abgezogen. Außerdem, ich war gestern Geisel. Oh mein Gott, die wollen uns, die wollen uns. Oder vorgestern. Entschuldigung, Entschuldigung. Hier links. Links. Klaro. Wussten wir. Einfach straight rechts rüber. Wir sind nur Kaktussen. Hier ist das doch ein Kondos, die mit dem Kastner. Ja, hier rechts. Guck doch mal. Guck doch mal. Ich gucke doch, ich sehe so. Ja, wo denn? Ich sehe gar nicht. Du kannst echt... Es ist auch dunkel. Hier ist gut, mein Auto. Wie ist das denn so dunkel geworden? Wo ist der Auto? Da drüber rechts. Hinter dem Kaktus. Hinter dem Kaktus. Wer parkt das denn hinter dem Kaktus? Hinter dem Kaktusparker. Ja, wunderbar. Die Scheiße hier. Super. Die alte Kabel, ja. Das sieht nach wenig Trinkgeld aus. So. Für sie macht das dann einmal 2.090 Dollar. Allerdings ist Trinkgeld fliegt. Trinkgeld fliegt? Ja. Mindestens 100 Dollar. 110, damit du noch gerade schadest. Machen wir natürlich 10%. 10%. Ja gut, ich mache jetzt einfach, was da rum an 10%. Wie bitte nochmal? Das sind auf die Rechnung 210 oben drauf. Einfach eine Null abziehen von der Gesamtsumme, du dumm Kopf. Was? Absolut okay, sorry. Okay, so. Das wäre dann mal. Oh, na. So. Mit Karte, bitte. Ja, ja. Klar, klar. Ich muss das hier noch alles fertig machen. Bitte farb mich nicht weg. Nee, nee, heute ist mit Mande. Du bleibst bis zum bitteren Ende. Du bist heute richtig auseinandergenommen. Oh, ich danke. Ich danke auch. Wir sehen uns wieder. Tschüss, wir haben uns gesichert. Viel Spaß auf dem zweiten Tag. Danke, tschüss. Bye. Ach, du. Was war das denn, Alter? Also, schau mal. Boah. Da war ja wohl verflucht, oder? Zwei Unfälle. Oh, was war das denn? Na, was? Kau dir da auf. Nya. Biggie und seine Freundinnen sind auch da. Okay. Eieieieiei. Mann, was ein Spaß, hm? Hoffentlich sucht der Sheriff uns nicht. Ach, Quatsch. Warum denn? Wegen deiner Fahrerflucht. Oh ja, oh Gott, das habe ich ganz vergessen. Oh Gott, ich habe Fahrerflucht. Wir können nicht zurück in die Stadt. Können wir? Nee. Du darfst nicht auf dem Hai behalten fahren. Wir müssen auswandern. In den Norden. Wir sollen es erlauben. Nein. Ja, wie, nein. Lass zum Coal die fahren. Wir sagen einfach, wir fahren das nicht. Okay. Unser Auto sieht doch nur top aus. Wir sind ohne Morde haben losgefahren. Ja, das ist Feintuning. Ja. Das hilft. Das hilft. Oh Gott. Oh, glaub mir, das wird heute noch schlimmer. Na, will ich nicht. Ich glaube schon. Oh, Quatsch. Töte mich. Es wird auf jeden Fall nur was passieren. Den Ball nehmen wir Wolli. Beim Kicken. Nein. Publikumsverkehr. Was ist das? Das ist Publikumsverkehr. Was ist denn so, als wäre das so ein Puff? Oh, du können sie leider nur... Sehr geehrte Gehörerin, und gehen wir leider kein Publikumsverkehr. Guck auf die Straße. Was? Oh, Entschuldigung. Warte, Publikumsverkehr. Oh, ich verstehe nicht. Kein Publikumsverkehr heute. Alles wird ja geschlossen in Türen mitgefickt. Hm. Ach. Interessant. Mein Hals tut weh. Oh, mein Name, frag nicht. Bickbickchen, kannst du hier kurz kratzen unter meinen Achseln, bitte? Nein. Ja, bitte, bitte, mach jetzt mal. Bitte. Ich fahre doch. Ich hab ein ganz weißes Zeug unter den Fingern, Hacke, weil du so fick dir und auferst. Warte doch. Bickbickchen, bitte. Oh, ja, genau. Ja, genau, ja. Fick dir, bitch. Okay, dann, genimm deinen Pfoten. Oh, mein Gott. Oh. Ich sing, wo... Oh, nein, oh, nein. Oh, mein Gott. Und ich, ich sag mal, fahr in der Nähe. Bring ihn um. Bei den Platten. Und der auch. Twinkie? Oh. Ich glaub, der hielt es nicht so gut. Guck mal, jetzt sitzen die nicht... Jetzt stehen die nicht mehr im Kreis, jetzt sitzen die alle auf der Treppe da. Martin, den Becher. Da könnten wir auch sitzen, Pinsel. Guck mal, ich rutsche jetzt hier rüber, obwohl keine Motorhaube ist. Ich hab mir den Arsch verbrannt. Gingen Flammen auf. Ich hab mir so eine Scheiße zu geben. Dummes Asche. Ha. Wow. Das war's. Komm. Steig dich nicht so an. Wie sagst du zu mir? Hä? Komm, komm, mein Auto. Lass es sein. Ja. Oh, guck mal, wie sie sich cool fühlen. Karre. Ich muss das verarbeiten in meinem Kopf, was gerade passiert ist. Ja. Haben wir gerade... Guck mal, wir nerven die. Höh? Da drüben die. Womit denn? Ach so. Mit dem Licht. Hm. Ja. Das macht Spaß. Ja. Links hat sich einer von Abling. Nee. Also. Die cook machine is always without that. Yeah. Auf the computer. Boop. Pssst. No. I got my... Meaters lead. Nein, ich meine, der Cap-Song. Guck mal, Willi. Wo ist es? Ja, ich fahre direkt wie Besoffener. Äh, Peanut? Ja? Kannst du dich gut boxen? Ne, aber Pinze, warum? Ja, weil da ist ein Box-Event, da kann man ruhig Kohle machen. Wo? Habt ihr da Bock drauf? Wann? Bei diesem Samstag und das große Event ist am 15. Mai. Fahr mal zu Cody, der hat mehr Informationen. Da könnt ihr euch anmelden. Also, meld dich mal da an. Das ist super. Mit wem bist du da? Äh, das ist die Jutta. Ich hasse den. Warum? Ich hab dir das getan, du Sack gesehen. Du hast uns abgezogen und hast immer noch nicht die Rechnung gezahlt. Doch, bei mir hat die. Ich hab die Rechnung immer noch bei Willi bezahlt. Ja, warum, King? Das war unser Geld. Ja, dann gebe ich euch das. Hättest du mal kassiert? Nein, ich habe den Schaden. Ich dachte, ich habe Schluss gemacht mit dem. Was? Aber Willi steht. Was? Ich hab was. Fix. Peanut, wenn du hupst, ne? Ist das eigentlich die Hupe von dem Autor oder ist das, wenn du deine Hautlappe mal aneinanderreifst? Das ist deine Mutter, die schreit im Koffer rum. Okay, du schieb. Komm, ich bin nicht mit deinen dummen Sprüchen. Ich nehme dich auseinander. Ich wusste gar nicht, dass Aschi schreien kann. Wir haben alle gelacht. Wir fahren wie die Schraubchen nicht. Du fehlgeschlagenes Experiment. Hau ab. Oh, das ist nicht nett, Peena. Tritt das Ding jetzt gegen dein Auto und dann gibt es ein Brett. Nee. Hier hast du nettbrömmchen an der Scheibe, du Sackgesicht. Heb deinen Schminkkoffer wieder auf. Ich fick dich jetzt. Komm, mein Knarger. Willi! Bleib stehen, ich schwör, ich fick dich. Mach keinen Schein. Das zeigst du. Los! Ja. Habam! Hab was! Da hätt ich aber auch mal ganz schnell den Knopf gedrückt auf dem Handy. Nee, weil... Wieso wirst du das? Wieso kommst du jetzt? Raus da! Betty, los! Raus! Nee, ich will nicht fahr mal. Los! Sag, Entschuldigung oder es gibt ein Brett. Sag, Entschuldigung. Ruf die Polizei. Ich ruf da an. Nein, du. Dann tu die Waffen weg. Dann zielen grad zwei Waffen auf dich. Du willst jetzt nicht wirklich die Polizei rum. Ja, aber du willst auch keine Blutbeite. Schöpf dein Leben, du Arsch! Bittst dein Arsch, du Lieben. Wahrscheinlich muss ich ja... Komm, da ist dein Polizist. Betty, beschütz mal deine... Was auch immer ich bin für dich. Ja, ich muss lieb sein zu denen. Ich wohne da. Ja, und? Pass auf, ich ziehe sie raus und du haust sie nieder. Ja? Okay. Billy? Roni? Ich wollte noch was fragen. Ja, was denn? Kann ich was in deinen Kofferraum legen? Ja, was willst du denn da reinlegen? Ich hab noch was. Ganz kurz noch. Hä? Wie hä? Ey! Bist du verreist? Au! Jetzt gibt's ein Breit. Ach, gib Boxenina. Verraschend eine Jocker. Ich hatte den Scheißhut vom Kofferraum. Du bliebes Arschloch. Go, go, Edmund. Nein, Mini! Au! Da liegste! Oh nein! Du fehlgeschlagenes Experiment! Au! B12, fick dich! Moment. Fick dich! Ich mach dich wieder hübsch! Komm, Pinsel schnell! Super Idee! Super Idee, Pinsel! Danke! Wir müssen uns zahlen! Lass mal schnell eine Maske! Ach so, ja, oder was? Wir packen hier! Findet uns keiner! Hast du gesehen? Wir geschlagen! Experiment B12! Aus Drachenseele! Machen wir ein lautloses High Five? High Five! Ja! Ha! Keiner legt sich mit uns an! Wir sind einfach viel so clever! Wo bleibt Twinkie? Vielleicht ist es eine Warteschlange bei der Apotheke? Ja! Twinkie, wir haben gerade jemanden verklubbt! Oh, oh! Oh, oh! Den Herrn Luther, wo bist du? Ja, schön für euch! Ja, wo wohl? Ja, wo? Wir sehen dich nicht! Ja, ich bin... Ich bin in der Bushaltestelle! Bushaltestelle? Nein! Komm, Twinkie! Der Bus ist, äh... Ja, Fall, du ist besser! Wir haben gerade den Herrn Luther verklubbt! Der hat gegen unser Taxi getreten! Da vorne links! Da vorne, hinter Willis Auto! Nein, Twinkie, bitte nicht! Twinkie, schau mal auf! Ach, ich weiß, ob ich das mache! Motherfucker! Genau! Es ist ein Boxkampf am Samstag, hat Willi gesagt! Oh, gut! Kann man viel Geld gewinnen! Mhm! Bis zu 500 Millionen Dollar! Cody hat mehr Informationen! Das klingt ja spannend! Sei bloß vorsichtig, sei bloß vorsichtig! Ich weiß, glaube, was passiert! Ich weiß, glaube, was passiert! Die Lücke ist nicht groß genug für uns beide! Oh, das war wirklich voll gut, oder nicht? Das war super! So war eingepackt! Oh, oh, die gucken hier! Ey, wir sind am Arsch! Ach, Quatsch! Was r faltet denn da so? Was r faltet im Karton? T-t-t-t-t-t-t-t-t-t! T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-'t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Hey, wir kommen genau richtig! Hey, Biggie, was geht ab? Was geht, Pinat? Was geht, Primat? Was geht, Ting? Was geht, Oni? Alles gut bei euch? Wir wurden gerade angeschoben. Hallo, Schwester. Von diesem Herrn Jutta, der war uns bedroht mit einer Waffe. Ja. Der wollte uns wieder überfallen. Oh mein Gott. Ist euch ja nichts passiert, oder geht's euch gut? Nö, wir haben uns gewehrt und zugehauen. Ja, gut so. Peanut, wir müssen gleich nochmal reden. Okay. Gibt's schon Actionfiguren? In fünf Minuten. Oh, super. Ja, es dauert noch fünf Minuten. Was hieß eigentlich, der Afro da drüben? Das ist ein neuer. Das ist der Güffi. Wer ist das? Güffi. Was? Das ist mein dummer Name. Aber der hatte letztens noch nicht so Haare, oder? Nee. Hey, die drängeln vor. Aber die stehen da auch nicht für die Ecke und Güppchen an. Haha. Gott, das beleidigt so viel Sinn auf einmal. Super, Quinkie, super. Danke. Ohne Hörte, pass auf, pass auf. Hahaha. Du Ferkel, du. Hahaha. Meine Nasen brennt. Immer ein Klassiker. Wird nie langweilig. Meine Augen brennt. Meine Zunge brennt. Atmen Sie den einfach weg. Äh. Nein. Durch den Mund atmen. Einfach tief einatmen. Dann schmeckst du es. Ich war schon eben beim Test, ob ich von einem Zombie-Virus infiziert bin. Aha. Soll ich euch beißen? Soll ich euch beißen? Nee, wir hatten wirklich einen Einsatz an der Route 68 mit Zombies. Ein echter, echter Zombie? Naja, die hatten sich kollektiv alle verschluckt, aber... Ja. Ja, was laverst du? Tja, wie bei der Walking-Virus. Was für Zombies? Das gibt's nicht. Lachen Sie mal, sind sie auf Krieg? Nein, leider nicht. Du hast ja bestimmt so eine Sportszigarette gebraucht. Trinky, du hast ihn in der Top-Pone hinten rausgezogen. Ja, Mann, warum sagst du das denn jetzt? Der merkt das. Der hätte das nicht bemerkt. Der hat voll den hart trainierten Arsch, der merkt das. Ach, Quarten. Das sieht nur so aus. Das sind Arsch-Extensions. Die ist tätowiert, du musst aufpassen. Oh, Quatsch. Ist das ein... Bist du ein Sheriff? Nein. Was bist du? Detective. Ah. Warum? Habt ihr das schon geklärt mit dem Donut-Flat-Rate von mir, dass ihr die Cosmos kriegt vom Fischer? Was? Ja, ich hab die Green Card MPD, weil der Fischer mich angeschossen hat, dass ich Cosmos jederzeit Donuts abhauen kann. Dann wollte ich Donuts holen und die wussten davon nichts. Die wollten das mit dem Fischer klären. Habt ihr das schon gemacht? Nämlich meine Donut. Da bin ich tatsächlich nicht dran, aber... Nein. Aber sprechen Sie nochmal mit Herrn Fischer drüber. Ich glaub, der freut sich. Ja, ja. Ich komm nächstes Mal wieder und dann hoffe ich, ist das geklärt. Ja, vielleicht sind wir nachher eh nochmal vorbei, weil wir halt irgendjemand letztes ein Auto bei uns auf dem Rasen geparkt haben. Ja. Er hat gesagt, ich krieg nebenslang Cosmos Donuts. Oh, es... Ja. Ja. Ladies, gut. Paper, Gars. Gingi, schmeckst du meinen Bauch? Trinkepäckchen? Gingi? Ja, gut. Deine Haare riechen heute besonders mit Fertrösel. Edna, schmeckst du meinen Pilz? Mh. Gingi, jetzt... Ja. 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 Ein Trinkie? Oh, Kunde ruft an. Trinkepäckchen? Sache, Muskel, ich warte. Äh. Don't sound, cap, taxi, hallo? Hallo, Helge Nuki, hallo. Und zwar, ich meine Frage. Ja, Helge Nuki. Hier ist Dunkelmut. Hallo. Hier ist, äh, ich wollte mal fragen, eine Stadtrundfahrt. Gibt's das bei Ihnen? Eine Stadtrundfahrt, für wie viele Personen? Für die sind zu dritt. Zu dritt. Scheiße, ich habe vergessen, was ein Starter ist. Überraschen Sie mich mit dem Starter zweimal. Okay. Herr Bigi wollte eine Stadtrundfahrt machen. Äh, wo muss man da denn überall hin? Ja, überall kannst du dir alles zeigen. Okay, ja, können wir machen. Ja, kann man machen. Kann man machen? Ja. Was würde denn das kosten? Können Sie das auch schon sagen? Wie viele Leute sind denn noch? Das sind drei Leute. Also, wir haben ein Großraumtaxi, ne? Ja. Das sind halt jetzt alles alle. Ich weiß nicht, was das kostet. Ah, okay. Ich glaube, 10.000 oder so. So 10.000 Dollar. Okay, okay. Ja, aber, äh, ist da, äh, können wir uns abholen? Ja, wo seid ihr denn? Äh, das, ich rufe gleich nochmal, das finde ich raus. Und dann rufe ich wieder gleich. Ja, perfekt. Ein Traum, lieben Dank. Tschüss. Okay, der ruft gleich nochmal an. Ja, also, ich weiß nicht, ob das wirklich 10.000 kostet, aber ich glaube, irgendwas kostet. Ja, dann frag den Charter Peter. Ich weiß auch nicht. Ich hab das immer schwarz auf Hand genommen. Ich weiß nicht, ich hab das immer schwarz auf Hand genommen. Oh, ich muss in die Schlange zurück. Ich mach's vor. Gell, ich bin größer als, ich bin größer als Pinky. Ach, du wohnst. Guck mal. Ich bin größer. Kann man hier auch bestellen Actionfiguren? Äh, ja. Ja. Ihr könnt beim Afro bestellen. Was ist das? Bist du neu? Äh, nee, ich arbeite seit längerem hier. Okay, ich bekomm ein coldest Menü. Äh, was hättest du denn gerne drin? Actionfigur. Und was möchtest du zu essen? Burger. What denn für ein Burger? Cheeseburger. Ein Cheeseburger. Okay, was hättest du gerne, äh, als, äh, äh, als Vorspeise? Mein Twinkie. Salat. Also das Twinkie kann ich dir auch, okay. Ja, Twinkie. Okay, was hättest du denn gerne, so in Richtung Pommes, Potato Wedges, Burritos oder vielleicht auch Chili Cheese Nuggets, Chicken Nuggets? Chili Cheese Nuggets. Okay, mach ich dir fertig. Aber was hättest du denn gerne zu trinken? Klaus, Klaus Salat, Kohlfrau. Haben wir nicht. Mh, Teen-Gepäckchen. Äh, mach ich dir fertig. Und was hättest du gerne für einen Shake? Zoco. Zoco, mach ich dir fertig. Danke. Unser Menü gibt's ja aber erst mit Actionfigur ab nächstem Monat. Nein, 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 nein. Ich bin froh, die Menü. Hallo? Hallo, ein wunderschön. Hey, genug nochmal. Hast du den Menü und Geschenk? Ja. Und zwar, wir werden was machen. Ich hab auch eine Adresse. Ja. Und zwar mit Binko, Postelcode hier bei 5006. Welcher Binko ist das? Ähm, Postelcode 5006 ist richtig, Jungs, ne? Ich hab die App nicht. Ah, welcher Binko ist das? Das ist jetzt ne super Frage. Guck in deinem Stadtplan. Äh, das ist in der Nähe von Pier, genau, genau. Ah, in dieser Einkaufsstraße? Ja, richtig, ja. Ah, kann sein. Okay, ich komm. Let's go. Dauert aber ein bisschen wie ein größer Taxi. Äh, das ist so ein bisschen, ja, Richtung der Autobahn, ja. Also nicht ganz am Pier, sondern ein bisschen südlicher vom Pier ist das. South Walksort Drive, tut mir leid, ja. Ja, dann komm zu diesem Binko, treffen wir uns doch. Okay, okay, perfekt, Maha. Okay. Bis gleich. Bis gleich, Habibi. Bist du soweit? Nö. Vigi. Okay. Kleidungsplan 13. Alles klar, ist das jetzt meine Ancientfigur. Ich bin soweit. Ah, jetzt doch? Ja. Okay. Also. Ja, kriegen wir hin. Wo ist meine Ancientfigur? Das Beste kommt zum Schluss. Oh. Das macht dann einmal 1000 Dollar, bitte. Ja, mit Karte. Ja, ihr seht. Ja. Dann, ich habe mal bitte mit Karte durch, Grün bestätigen. Vielen Dank. Hab ich Dankeschön. Dann, guten Appetit. Danke. Es gibt einen Schlagunfall, aber die sind mit drei Leute, können wir nicht machen. Weil wir sind die drei bestesten Freunde. Ich habe Actionfigur da. Ich habe Mehl in der Tasche. In der Tüte. Es ist la Kokaina. Ja. Haben wir schon bekommen? Was kann man dafür verlangen? Ich weiß nicht, ich habe zu schenken. Welcher Kleidungsplan Nummer 13? Okay, steht der paar Stunden und wartet. Was? Stehen die da schon im Warten? Ja, die laufen da gerade hin. Drei Personen sind das. Da müssen wir nämlich noch das Großrum-Taxi rum. Ist das, äh, wo ist das geparkt? Ich habe keine Ahnung. Am Casinoparkplatz steht es meistens. Casinoparkplatz, aber du hast keinen Schlüssel. Nee, ist das im Schlüsselkasten? Weiß ich nicht. Also, der Schlüssel, der Schlüssel, dem Schlüsselkasten, ähm, der ist von dem, was verschwunden ist. Okay, und wer hat den Schlüssel dann? Weil wir brauchen ja ein großes Waxi. Pinsel, wo ist der Schlüssel? Ähm, ich habe... Ja. Wann? Äh, Samstag. Peanut, wir wollen... Der Willi klärt das mit Hans-Peter, dass wir als Team-Taxi da starten können. Nein, aber ich kann mich nicht prügeln, bin nicht so stark. Egal, einfach mitmachen. Dann müssen wir trainieren. Ich bin auch scheiße. Ich ruf mal Hans-Peter kurz an. Bitte sehr. Danke, Jürgen. Und wie toll ist der Eintritt? Und dann noch deine Action-Figur. Bitte sehr. Super, danke. Mach dann 1000 Dollar. Ja, weißt du, mach drei. Hey, nein, 1000 nur. Was? Das ist mein Geld. Das ist auch mein Geld. Aber ich gebe dir kein... Ab sofort gebe ich dir kein Geld mehr. Schluss mit, los ich. Was? 2000 Dollar kostet der Eintritt beim Zuschauen. 2000? Und mein Boxchen? Und was kann man gewinnen? Äh, diesen Samstag? Ja. Diesen Samstag steht noch nicht fest. Äh, der Flyer kommt am Mittwoch und da steht das dann auch drauf. Bis dahin steht das fest. Und bei dem, äh, großen Box-Turnier, was wir ab dem 15. veranstalten, da gibt es schon Flyer bei YouLive. Bam, 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 bam. Wow, wow, wow. Passt auf. Ähm, da kannst du 250.000 Dollar gewinnen für den ersten Platz, eine Reise nach Cayo Perico und ein Superspecial, was noch nicht verraten wird. Boah. Mhm. Auf die Insel darf man? Ja, mit Freunden. Ich glaube, zwei Plätze. Oh, wir müssen gewinnen. Wir machen mit. Bei so einer Dreiergruppe wäre das natürlich... Boah. Boah. Was denn, nochmal, wann? Kannst du mal mit Nächsten haben? Samstag. So, haben Sie so eine B? Nee, nee, das, äh, das gewinnt man am 15.05. bei unserem großen Turnier. Warte, ich geb euch mal den Flyer. Und was ist, wenn ich einen so doll verbokse, dass der tot ist? Dann ist der selber schuld, weil der an dem Boxturnier teilgenommen hat. Warte, kann passieren? Gibt's ja keine Schiedsrichter. Hast du noch Actionfiguren? Ich hab keine. Nee, ich hab keine mehr. Micky hat noch zwei. Okay. Ist ja Micky. Ja, brauche ich noch. Hilf du. Ja. Sag mal. Boah, das ist ja ein cooles Logo. Jiggis Champions League. Chapter 1. 15. Mai. Aber warum 15. Mai? Dann doch schon April. Full Tuning. Ja, das ist der erste Kampf, so. Und der zweite ist dann am 22. Ach so, nächsten Monat. Ja, ja, das ist so eine, so eine... Ja, das geht über mehrere Abende. Über vier Samstage. Nacheinander. Bin aber schlecht in Kämpfen. Kannst du ja trainieren. Kommst du Samstag vorbei, ne? Das sieht echt cool aus. Darf ich auch mit dem Baseballschläger zuhauen? Nein. Das ist kein Wrestling. Oh Mann, oh. Ich kämpfe leicht. Wenn ich genug Eintrittsgeld habe. Wie viel kostet das zum Mitmachen? Zum Mitmachen? Diesen Samstag oder bei dem großen Tunnel? Bei dem großen. 30.000 Dollar. Ui, ui, ui. Ne, so viel Geld habe ich nicht. Alles klar. Ja, deswegen hat ja Biggie gesagt, der Hans-Peter soll euch sponsern als Team Taxi. Ihr könnt euch dann halt so Kämpfernamen geben und dann kann einer von euch heißen. Ach, der ist geizig. Yeah, 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 downtown Cap. So, und dann wird jedes Mal, wenn ihr dran seid, angesagt, yeah, 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 downtown Cap gegen, weiß ich nicht, Codys Burger-Maschine. Ja, Einlaufmusik wäre auch drin. Nee, keine Musik. Ich habe eine Allergie. Musik tut weh in mein Ohr. Trinke ich eigentlich noch meine Nahrung oder so? Ach so, du wolltest auch dein Menü haben. Oh, ich nehme. Ach ja, du hast ja auch noch. Ich habe das sogar schon bestellt. Jetzt sehe ich ja. Und jetzt ist kein Action-Figur mehr da. Du wolltest Pommes und kein Mais haben. Sind das schon die neuen Action-Figuren? Nein. Dann hat Twinkie deine Pommes geklaut. Oh, das kann sein. Aber wir tauschen. Gegen was? Maiskolben. Ja, okay. Hier. Ja. Danke. Und wo ist das Event? Ähm, hier hinter dem Laden in der Boxhalle. Bei den Asozialen? Wie bei den Asozialen? Das ist eine Boxhalle. Das ist eine Boxhalle. Wollt ihr mal sehen? Ja. Ja. Wie viel los, ne? Oh. Äh, Jiggy, ich zeige denen mal kurz die Halle. Kann ich da gegen Pinsel kloppen? Nochmal? Oh ja. Oh ja. Kämpf. Ich zeige denen mal kurz die Halle. Okay. Komm, kämpfen. Hitsch? Ja. Okay. Ruf mal direkt einen Doktor an. Da kommt schon mal der Gingsdach. Wollt ihr euch jetzt prügeln? Dann ruft aber mal direkt einen Doktor an. Nein, nicht prügeln. Nicht prügeln. Oh, da wollte ich fast an ein Auto gehen, aber die haben bestimmt geguckt. Ja. Wollt ihr euch verwachsen? Ich habe Angst vor dir. Du bist ein Psycho. Du beißt. Oh, mit einem Pilzhieb. Ich mache Pilz. Ich mache Pilz. Es geschieht nichts. Oh, hier kann man rein. Einmal offen. Wow. Oh. Wow. Wow. Oh, guck mal. Noch so lange. Wow, guck mal, ein Stock. Wow. Lebt die noch? Ich sehe nichts. Die macht ja gar nichts. Schlangen machen doch gefühlt nie was, außer wenn man da Essen reinwirft. Wie heißt die? Weiß ich nicht. Oh, guck mal, da eine Babygiraffe. Wow. Boah, da in der Wand. Ja, da kann man sich... Das war ein... Oh. Aber hier klein. Bis zum Hals. Guck mal, Pinky, stell dich mal neben mich. Ich bin größer als du. Bist du nicht. Wer ist größer von uns beiden? Pinsel. Aber ich habe die geistige Größe. Ja. Ich würde auch sagen du, aber du hast doch eine Käppie auf. Oh, Fische. Da hat nichts zu tun. Die Grocks sind mit Absätzen. Da sind Fische. Oh, in dem Hals-Aquarium. Hals-Aquarium. Wow. Wow. Ja, war ich schon mal boxen. Hast du dich schon mal geboxt? Ja, ich habe verloren. Oh. Ich habe immer verloren. Wunderlich nicht. Hast du schon mal bei Boxen gewonnen? Hast du schon mal bei Boxen gewonnen? Ja, gegen den Fake. Den Ronny-Fake. Als wir uns geboxt haben, warst du dadurch besoffen oder so? Ich war auf Drogen. Ja, so war das. Ja. Selber schuld. Apropos. Wie viel ist Kokain-Wern? Keine Ahnung. Woher soll ich das wissen, Ronny? Das ist ein Hals-Aquarium-Tütchen. Das ist eine Teure-Droge. Oh. Das ist unser Logo. Wie kommt man da drin rein? Man muss bestimmt drüber klettern. Also, was ist das nix für mich? Man muss drüber glittern. Wow. Tada. Hallo. Hallo. Mach mal den Finger durch. Bitte, Twinkie, hau zu. Bitte, hau zu. Hau zu. Bitte, hau durch. Bitte, hau durch den Zorn. Bitte. Mach sie nicht. Komm sie nicht drauf. Wow. Mach du mal den Finger durch. Okay. Geht nicht. Robert, du mit. Passt nicht. Oh, John ruft an. Hallo. Der Müllpenner? Ja. Ja? Von wem? Das Twinkie, hau nicht mal auf die Mütze. Was? Komm, ich helfe dir rüber. Hau nicht mal auf die Mütze. Oh, ne, du wurdest sie doch prügeln. Nur, mir geht's nicht so gut. Wo bist du? Ich hab den dabei. Superladen. Wow. Wow. Das ist mein Couch für dich, ne? Ja. Aua. Oh. Couchslam. Okay. Ähm, that is not good. Boah, mach ein Foto. Kannst du runter von mir gehen? Ne. Ich bin hier oben. Und was machen wir jetzt? Ja, runter von mir. Ja, ich bin gar nicht drauf. Das wird ganz anders klingen. Was machst du da, Pinsel? Kaka. Baa. Oh, mein Gott. So, bitte kiekt. John? Guck mal, die haben... Oh. Aua. Oh, hi. Aua. Ich wollte einen coolen Auftritt machen. Guck mal, die haben mir sogar... Die haben mir sogar Rotkäppchen. Oh. Ah, und guck mal, die haben sogar... Blö-Tin-No. Schein Wauwau. Wo sind die eckig? Ja, voll schön hier. Stinkt ihr nur ein bisschen nach Affe. Du, 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 du. Los, bewegt euch. Macht was. Macht was, ihr blöden Fische. Die machen gar nichts. Doch, die schwimmen. Die sind dumm. Oh. Oh, mein Schöchel. Klau. Komm mal, da ein Todenschädel. Oh, was ist das denn für eine Pistole? Was steht da drauf? Harze. Wo? Da steht Harze drauf. Auf dem Griff. Oh, das ist mein Bürostuhl. Jetzt bräuchte ich nur einen Tigger auf. Da steht die Pistole drauf. Ui. Ja, Twinkie? Ja, wo bist du? Wir sind hier in diesem Büro. Was für ein Büro? Ja. Wo ist das Büro? Hallo? Ja, hallo. Tinker, Pätsch und Fahle. Willkommen. Willkommen, mein McDonalds. Willkommen, wie wir? Was? Willkommen, mein McDonalds. Nimm mal die Socke aus dem Mund. Der wollte uns treten. Wow. Hab ich gesagt. Was? Ach, ihr seid doof. So. Tü, 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 tü. Tü, tü, tü. Hey, der hat uns eingeschlossen. Der hat uns eingeschlossen. Aua. Der hat uns eingeschlossen. Was? Der Mistkerl. Wir sind gefangen. Twinkie. Oh. Twinkie, du musst die Tür einrahmen. M. H. G. Los, mit Mopsgeschwindigkeit. Oh. Aua. Wer ist schon noch hier? Ach so. Ich dachte schon, der nimmt uns in gefangen. Oh, komm. Dafür schreiben wir dem eine Scheiße in Buch. Lutsch meinen Haaren. Im Wasser rum. Du hast uns eingeschlossen. Nein, ich bin doch auch noch drin. Komm. Was ist denn eigentlich hier? Was ist denn in anderen Türen? So verdunkelt. Lagerraum. His name is Pinselcina. Hilfe. Was ist los, Ronny? Pass auf, fuckwurz. Ich wollte das nicht tun. Aber ich musste. Huckst du wieder in andere Leute Autos, Ronny? Hä? Huckst du wieder in andere Leute Autos? Pass auf, Amy wird sonst sauer. Hör das Auto, Amy? Ich glaube nicht. Das? Nein. Okay. Ja, Jiggy? Ja, Jiggy? Okay. Komm, wir gehen wieder arbeiten. Ja. Ja. Genug V-Gelenks. Richtig. Ah, du bist eklig. Hast du jetzt eine Neuleckmuschel oder was war das? Oh. Läuftig. Und Cap Taxi Los Santos. Ja, der Kurt hier, hallo. Hallo Kurt. Merci, Pusai. Ähm, der Helga hat gerade angerufen und hat wegen einer Rundfahrt gefragt gehabt. Ja. Ähm, wir warten hier immer noch. Wie lange dauert das denn bei euch? Dann, ich ruf kurz, ich fung kurz den Taxifahrer an. Alles klar. Dann nur mal in zwei, drei Minuten zurückrufen, bitte. Alles klar, mach ich. Danke. Ciao. Ciao. Herr, der Biggie ist immer noch nicht da. Oh, oh. Soll ich sagen, warum? Es gibt kein Großraumtaxi. Das liegt im Meer. Das habe ich versucht zu klären. Ja, Pina. Ja, Biggie, die Kunden warten. Ja, wir sind schon da. Ja, wir sind doch viele Leute am Tag, oder? Was hast du gesagt, Biggie? Komm, lass dir die Schadung an, wie viele Flyer verteilen. Ja, alles gut. Okay, wie lange braucht ihr noch? Äh, wir sind schon da, wir sind schon da. Die Kunden sind gerade da, ich muss auflegen. Okay, bis später. Ja, bis später. Okay. Was? Okay. Hinten am Kopf. Okay. Was hast du mitgetragen? Ein Kollege von mir, der hat die irgendwie am Park wohl verloren, so. Und die liegt jetzt, liegt da aber jetzt nicht mehr. Der kann die eigentlich nur da auf der Bank verloren haben. So, und der sucht halt jetzt den Finder davon, möchte die gerne zurückhaben. Was wird gesucht? Eine Sonnenbrille, die so hinten schön am Kopf passt. Am Kopf? Jede Sonnenbrille passt hinten am Kopf. Ja, aber sie, 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 ach. Was erzählen Sie uns, dass Herr Burger Bratter? Genau, Kuhnig. Ja, gerade war das noch kein Problem für dich, Ronny. Ist er auf einmal intelligent geworden, oder was? Nein, ich muss nur lachen. Okay, ihr sucht eine Sonnenbrille. Von wem ist sie? Von einem Kollegen von mir, der hat die am Park irgendwo verloren. Ja, ja, ja. Wie heißt der Kollege? Der Kollege? Ja. Wie der heißt? Ja. Ja. Fertis. Ja, und der sucht eine Sonnenbrille? Der sucht eine Sonnenbrille, ja. Ja, das hoffe ich auch. Ciao. Okay. Und wenn wir die finden? Dann, äh, würde der sich sehr darüber freuen, die wiederzukriegen. Dann kannst du diesem Kaltes sagen? Ihr wollt einen Finderlohn haben. Seid der bestimmt. Der ist ein super reicher Mann. Ja? Ja. Ich bin ihm noch nie begegnet. Doch, musst du mir den mal vorstellen. Nee, gar nicht. Der zeigt bestimmt 50.000 Dollar dafür, wenn ihr den Typen findet, der diese Sonnenbrille hat. Wenn das der richtige ist. Es gibt ein paar mehr, die so eine Sonnenbrille haben. Okay. Okay. Und wo soll die sein? Ja, das ist schwierig. Das weiß der halt nicht. Der hat die halt am Park verloren, so. Und jetzt, der sucht halt den, der die gefunden hat, da. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass du lügst. Wieso lüg ich denn? Weiß ich nicht. Du lächelst so beim Reden. Das deutet darauf, dass du uns einen Quatsch erzählst. Nee, das deutet darauf hin, dass ich ein sau so ein harscher Typ bin. Jetzt fängst du an zu stuttern. Jetzt bist du nervös. Ach, fick dich doch. Ja, wir gucken mal, wenn wir eine finden, verkaufen wir die. Wir geben die Arbeit der Polizei. Hey, das war der O'Brien. Ich glaub, das war O'Brien. Der schuldet uns Geld. Wir sehen alle gleich aus mit gelegten Haaren. Wow, Mann. Hallo, ist das Herr O'Brien? Bist du der Automat? Hey, du bist O'Brien und schuldest uns Geld. Ja, ich weiß. Ist hier Automat? Nee. Ich muss Hinde machen. Nee, der funktioniert hier nicht. Wo ist der nächste Automat? Ähm, da ist der Handstelle. Hier vorne, Handstelle. Hier vorne, Handstelle. 25.000 Dollar. Oh mein Gott. Sag, jetzt sind es 30. Du musst verhandlungsfähiger sein. Verliehn dir aus den Augen. Pass auf, wir verlieren den. Boah, der verliegst noch weg. Ja, Marie. Ja. Sag ihm 30. Wie viel waren das? 50, ne? Ja, genau. Für die Drogen waren das. Ja, ich weiß. Für die Drogen, die sie konsumiert haben. Ja. Kennen Sie meine Frau, die verwaltet mein Geld. Ah, okay. Die wir konsumiert haben. Ach, du auch? Ihr seid drogensüchtig. Sehr schön. Wie, danke sehr. Viel Spaß damit. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Wollt ihr was haben? Nee, keine Zeit. Tut mir leid. Ich hab Schuhe. Ich hab auch Schuhe, danke. Ich auch. Jeder hat Schuhe irgendwie. Ja. Wie viel Umschlag hat dir die gegeben? 50.000. Okay. Eigentlich nur 25, ha. Die dood. Ha. Und wir haben nichts davon. Die nippelt vor mir ab. Nippel. So, haben wir einen Kunden? Nee, gerade nicht. Und wie viel Geld hast du auf dem Konto? Oh, jetzt hab ich darauf nicht geachtet. Wir wollten eigentlich schon mal vor Ewigkeit eine Fahrradtour machen. Ja, stimmt. Aber nicht mehr heute. Nö, ne, ne. Ist schon zu spät. Kickt schon wieder. Ja. Wenn so ein Streichel ist, man. Ein Nachttour, raten wir. Können wir an der nächsten Apotheke halten? An der nächsten Apotheke. Was ist mit dir, Junge? Kriegst du ein Kind da hinten? Boah, hat's gerade geknallt. Habt ihr es nicht gehört? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich wüsste es. Du kannst uns diesen John mal vorstellen. Wir briefen den. Und gucken, ob der cool ist. Ja, klar. Aber du hast gesagt, der arbeitet bei der Polizei. Ja, aber der findet die Scheiße. Wir wollen keinen Polizeischnüffler wohnen. Der ist Hausmeister nur. Ja, der muss aber 5000 Dollar Miete zahlen. John. Wo bist du? Hey, warte. Aua, aua. Nein, 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 nein. Bist du bescheuert? Oh, jetzt kannst du ins Kranken auffallen. Oh, jetzt bist du genau zu dämlich. Und steigst du während der Fahrt aus. Aua. Toll. Weißt du, normalerweise steigt man auch nicht während der Fahrt aus. Aua. Ernus will dich richtig kennenlernen. Und gucken, ob du cool bist. Aua. Okay, John. Machen wir spannend. Bis später. Das hat wehgetan. Du bist mir voll auf den Fuß gefangen. Nein, Gott. Ich bin in der Fahrt aus. Blattfüße. Haha, lustig. Ich fand es witzig. Ich habe Schmerzen. Ich habe keinen Bock ins Krankenhaus. Warum? Was lernen wir daraus? Dass du nicht fahren kannst. Nee, dass du nicht aussteigen kannst. Dass du dumm bist. Ach, komm. Du fragst nicht mal, wie es mir geht. So sehr interessierst du dich für mich. Ja, ich habe schon gehört. Du hast Schmerzen. Weißt du, ich habe Ohren. Du darfst den nicht parken. Ich glaube, ich das darf. Voll über den Fuß. Das ist mir schon mal los. Kann man jetzt hier rein oder was ist das jetzt hier? Wenn sie keine Behandlung brauchen, leider, nein. Ja, ich brauche eine Behandlung. Ich auch. Wir brauchen alle eine geistige Behandlung. Ich bin auf die Fresse geflogen, Mann. Ja, was ist mit dir, Junge? Ja, hallo. Was denn? Die drei brauchen eine Behandlung. Ich bin alle drei schon wieder. Ja, natürlich. Hörst du mir einen Blauäufer anmelden? Hallo, Zillinger. Danke. Warum kommen die einfach rein? Hallo. Einer nach der Reihe. Twinkie ist mir über den Fuß gefangen, die dumme Kuh. Ich möchte einmal einen Ausweis, bitte. Du wirst so selber schuld. Abendschöne. Dankeschön. Boah. Warum wird denn das Krankenhaus abgeriegelt? Schwierig. Aha, ich mach's. Kriminelle, kriminelle Personen sind zurzeit hier. Alter, Junge. Was ist denn passiert, der Herr? Die Twinkie ist mir über den Fuß gefahren. Danke. Was ist denn hier, Alter? Und bin hingefallen. Alles klar. Dann einmal hinten im Wartebereich platz. Nee, danke. Wer ist noch verletzt? Komm, Bruder. Ja, hier. Du darfst mich nicht mehr vom Fuß fahren. Oh, das ist Juri. Läusekopp, 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 Läusekopp. Läusekopp. Hallo, Herr Hopps, Sie haben mich angerufen. Kann das sein? Ja, ich bin verwirrt. Oh mein Gott, wer ist die Frau? Warum schreit ich mir ein Ohr? Welche jetzt? Sie wollen Gold kaufen, ne? Warum soll ich ins Ohr einschauen? Ja, dann freu ich mich auch. Ja, warum soll ich die ins Ohr einschauen? Ich hab gar keine Macke um. Hoppla. So. Herr Hopps, weint sowas von mir oder sind Sie gerade verletzt oder so? Wie weit von dir? Okay, dann kommen Sie mit. Okay, aber warte, wie ist denn? Herr Juri, warum sind Sie hier? Was da war, eingepackt wurde und angeschossen wurde. Ui, 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 ui. Von wem? Weiß ich nicht. Ich guck mal, wie sind die wieder, wie weit die sind. Nein, nein, es ist schwarzes Fahrzeug, unangemeldet drei komplett schwarz maskierte Personen, von oben bis unten schwarz. Mehr Infos hab ich nicht. Oh, das sind doch die, die mit den Geistern gemacht haben, die den Pinsel beklaut haben. Ja, aber es könnte halt jeder sein, im Endeffekt. Das ist das Problem. Ja, das ist das Problem. Trinky, hast du gehört. Wenn man jetzt Flex oder sowas wäre natürlich... ...einpackt. Und angeschossen. Und angeschossen. Das war ein wenigstens Anhaltspunkt, aber... Wie geht's dem dann? Weiß ich nicht. Oh, nie. Aua, mein Fuß. Lassen Sie mich raten, schwarzer Jugula? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Jo, dankeschön. Warte. Sehr nett, dass der ruhig war, ganz faul. Ja, ich brauch einen neuen Punkt, beziehungsweise eigentlich muss ich mal was essen und trinken. So, ein Moment. Ja, und ein bisschen leiser reden. Danke. So bin ich denn zu laut, ne? Ja, stimmt. Tatsächlich, warum? Oh mein Gott, Alter. Warum bist du... Warum hast du mich angefallen? Willst du mich töten? Ja, genau, das will ich, Speckbäckchen. Auf jeden Fall. Denk doch mal nach. Komm, wir gehen zu meinen Jury und fragen, wie es Lava geht. Mhm. Nimm dir mal in den Arm. Weiß man schon, wie es Lava geht? Ja, noch nix. Keine Ahnung, noch keine weitere Information. Es wird schon wieder, Herr Jury, nicht den Kopf hängen lassen. Oder die Schultern, ich weiß nicht. Lassen Sie nichts hängen. Gar nichts hängen lassen? Nix hängen lassen. Wir haben doch bestimmt sehr mächtige Freunde, die Ihnen helfen. Ja, das Problem ist herauszufinden, wer das war. Das ist das Problem. Die meisten Verbrecher geben immer irgendwo an mit ihren Misttaten. Meinst du? Ja. So ist das im Fernsehen immer. Verbrecher kommen immer wieder zurück zum Fernsehen. Ja, aber das ist das reale Leben. Ja, das ist auch das reale Leben. Das hier ist kein Fernsehen. Da hängt keiner mit einer Kamera rum. Nee, deswegen sage ich ja. Ja. Scheiß, also zahlen wieder. Wo ist denn das passiert? Am Pia. Am Pia. Am Pia. Am Pia, Twinkie, hast du gehört? Der Kies ist in der Nähe von Pia. Der Vorteil ist, vielleicht haben wir einen Anhaltspunkt. Ich muss bloß gucken, ob Strava eventuell die Brille noch hat. Wenn er sie nicht hat, dann haben wir einen Anhaltspunkt. Wir wurden gerade angesprochen auf eine Brille. So eine gedrehte? Ja. Von wem? Vom Bürgerladen, Cody. Ach so, ja. Der macht sich schlau, ob einer einen loszuwerden hat. Weil Strava wurde alles abgenommen und der hatte halt auch die Brille. Das ist halt ein einziges Anhaltspunkt, den wir haben. Vielleicht hätten wir den Pinsel auch mitgenommen haben. Die waren nämlich auch ganz schwarz gekleidet. Auch drei Leute? Ich weiß nicht, wann das war. Fünf Tage. Aber auch komplett in schwarz gekleidet. Ja, Strava sagt auch, waren komplett schwarz und drei Personen und das war's. Die haben Pinsel sogar ein Phantombild gemacht. Herr Nuri. Will ich das sehen? Ja. Vielleicht können Sie das dem Slava zeigen. Moment. Mein Handy ist nicht mehr so schnell. Da hat das Phantombild. Okay. Zeigen Sie das mal den Herrn Slava. Ich werde es ihm zeigen. Vielleicht kann er darauf was erkennen. Dann haben wir auch was für den Sheriff. Ich denke, dass das ein Mensch ist, nicht irgendwie so ein Tadero-Kopf oder so. Das sieht für mich schon aus wie ein Mensch. Wie ein Verbrecher. Auch der Kopf. Ja. Das ist eine 1 zu 1 exakte Kopie von dem Verbrecher. Aber das ist nur einer. Wie sahen die anderen beiden aus? Genau so. Ja, ich glaube, es ist okay. Okay. Habt ihr das dem, 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 den Kopf da auch schon gegeben? Nee, stimmt. Wo ist der hin? Ist der hier vorne mit dem am Reden hier? Ist der auch größer doch Kopf oder was weiß ich, was das ist? Nervs und irgendwie ein bisschen blöd machen. Ja? Das Slava wurde auch von schwarzen Männern überfallen, so wie du. Soll ich den Kopf auf deinen Geisel? Ich habe durch den Sheriff dein Phantom. Oh, Herr Hobbs, da bei der Geiselname war ich da auch dabei. Ich hoffe, Ihnen geht es wieder auf den Weg. Zeig Ihnen mal das Phantom-Wild-Pinsel. Er macht mal nichts, ne? Wir haben noch welche von denen. Willst du das Phantom-Wild sehen? Wir haben einen. Oh, ja. Mir geht es super. Blenden und selber. Was macht der, 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 was war das? Papagei? Ja. Der kleinwüchsige Papagei. Hast du denn noch mal bei? Nee, nee, heute nee. Ich habe keine Lust. Aber geht ihm gut, ja? Ja. Der kann schon sprechen. Geh wohl. Was macht Frosch hier? Wie war, 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 wie war. Ja, der war eine Zeit lang echt platt gedrückt, weil Pinky sich draufgesetzt hat. Oh. Und dem ging es auch nicht so gut. Der hat ganz komisch gequarkt. Aber mittlerweile wieder top. Der wiegt sechs Kilo. Sechs Kilo? Ja. Ein sechs Kilo schwerer Flosch. Kommst du jetzt wenig Pfeife oder nicht? Ach so. Sonst kriegst du keine Infos, Wingslabe. Ach so, ja, ich muss mal mit. Okay. Ich werde mich nicht bewegen. Ich gehe an das Raum. Okay, ich gehe hier. Glaubst auch nur du, Herr Newry. Mein Fuß tut weh. Ja. Komm, das ist der Baum. Auch Kriminelle. Warum? Ich glaube, die nehmen den Pinsel gerade im Kreuzverhör. Ja. Blau, ich weiß, ich habe den Einsatz gefährdet. Pinsel zum Kreuzverhör. Nee, nee. Das ist nicht von alleine. Nein, nein. Nichts. Die Frau wollte Gold kaufen. Die hat sich nie gemeldet. Wie jetzt? Ja, wie? Wollten sie nicht Gold kaufen? Hm. Hm, hm. Wie ist deine PD-Nummer? PD 16. Ah, PD 16. Du bist PD 16. Oh Gott, das ist überkommen. Schon viel von Ihnen gehört. Ich glaube nicht. Ich habe auch schon viel gehört von PD 16. Und wenn dann noch gut die Spürgeladen auf dem Klo steht PD 16, I love you. Gezeichnet M-Punkt. Ja, wahrscheinlich. Ja, steht wirklich. Ja, von Matthews und von meinem Mann, Herrn Matthews, M-Punkt. Dann hat der Mann dahin gekritzt, dann sollte man mal eine Anzeige machen. Wegen Schmierereien. Machen wir, wegen Sachbeschädigung. Das kommt heute Abend noch auf sein Ticket drauf. Wer war dabei? Meine Nummer ist dabei. Ja. Ja. Ach du Scheiße. Hm. Oh nein. Ich habe auch keine Nummer. Jemand hat AA an die Wand geschmiert. Okay, aber das hält sich eher nach Maxwell an und nicht nach Matthews. Ich glaube doch schon, dass war jemand. Ich habe dich im Telefon schon. Ja, ich habe Ihnen auch meine Nummer gegeben, Herr Hobbs. Das ist Pinsel, nicht Hobbs. Ja, Pinsel. Das ist ein sehr gutes Foto. Das kommt mit in die Akte der Täter, die wir gefasst haben. Ich weiß nicht. Das kann ich weiterhelfen. Ja. Ich kann mir das jetzt auch schon denken. Ein schwarzer Taddeus. Aber wir haben noch ein paar von denen. Das war kein Taddeus. Doch, der sieht aus wie Taddeus in Schwarz. Oh, Frau Superbusen, Mensch. Jetzt hör doch auf. Superbusen. Ich trinke Busen. Ja. Zeig mal, Trinke. Zeig mal, was du hast. Ja, auf jeden Fall. Der Busseimann hat mich angefahren. Und dann hat er gesagt, sei froh, dass wir langsamer gemacht haben. Sonst wärst du tot. Ach, als du angefahren wurdest, ne? Ja. Das ist mein Superbusen. Also musste ich mich bedanken, dass er mich nicht überfahren hat. Hat er sie verletzt? Oder nicht? Naja... Denken Sie sich da gerade aus? Nein, ich bin gut ausgewichen. Okay. Welcher Kollege war das denn? Das ist schon geklärt. Sonst kriege ich Ärger wegen Falschpartnern und sowas. Ich habe das nicht, glaube ich nicht. Obwohl, du könntest ja Fischer gewesen sein. Der Dieter ist anders. Oh Gott, der Dieter hat zu ihm gesagt. Der Obrein hat seinen Schulden bei uns gezahlt, weil er Drogen gekauft hat von uns. Mensch. Ist du gerne Schnitzel? Das war nicht im Party. Du musst... Mhm. Boah. Sag mal, wann willst du denn du behandeln? Ja, weiß nicht. Ich bin die ganze Zeit am Humpeln. Ja. Ich geh mal gucken, wann der Bärz am Bett frei ist. Nein. Gehen Sie nicht einfach da rein. Ah, okay. Herr Wurk? Ja? Hat sich schon jemand gemeldet, dass der Herr behandelt wurde? Jetzt noch nicht. Das wollte ich gerade in Erfahrung bringen. Okay. Wir werden jetzt arbeiten gehen. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, aber uns nicht voll. Boah, was sind Sie denn für eine Frechheit? Hä? Was ist denn das für ein Satz, was habe ich denn für eine Frechheit? Was ist das denn für eine Frechheit, bitte? Ich wünsche Ihnen trotzdem noch einen schönen Abend. Du wärst so nett zu uns. Wie? Dann war ich denn mal nicht nett. Ja. Du weißt genau, wann. Was? Du wolltest Gold von mir kaufen. Nein! Und ich hab das immer noch bei. Und du hast mir das immer noch nicht abgekauft. Okay, also Sie wollen 1.000 Dollar haben. Sind Sie dann glücklich? Sie wollten zwei Goldklumpen kaufen. Ellie, komm zu meinem. Die hab ich extra für Sie aufgehalten. Okay, ich werde Ihnen abkaufen, wenn Sie gleich noch hier sind. Ja. Davon ist ein Geld dort, Thomas. Dann mach ich mir eine neue Marke. Ja, ist okay. Ja. Also, er wäre in einer Stunde wieder draußen. Ja, lass mich zuhören, oder? Oh. Oh nein. Ach du Scheiße. Oh, okay. Und dann ja drüben golfen. Finger reinstecken. Ja. Was machst du da? Ich tanze mit den Fischis. Aua. Und wie geht's, Slava? Hoffentlich gut. Oh, ich hoffe auch. Bist du sauer? Also, weißt du, warum denn? Ja, weiß nicht. Vielleicht, weil du mich angeschrien hast? Du schreist mich jeden Tag an. Ja, das stimmt ja nicht. Stimmt ja wohl. Mein Organ ist generell recht laut. Ja, meins auch. Nein, das ist nicht. Doch, ist wohl. Ich hab einen Stimmen wie einen Engel. Na wohl. Ja, ja. Ja, ja. Das kann sich jetzt nur um Tage handeln. Ja, großartig. Moment. Nochmal. Was ist denn jetzt mit dem Gold? Hier wird was unterschlagen. Was ist jetzt mit dem Gold? Das ist der Herr, Herr Habs. Hast du das Gold? Warte, warte, warte. Ich hole das Doppelte raus. Okay. Ich kriege zwei Scheine von dir. Oh, du bist schon wieder da. Oh, Mann. Das war aber ein Bull-Affe. Pass auf, die hat mir was gegeben. Boah, das riecht nach Zwiebeln mit Kekschwein. Das hat sie mir gegeben. Ja, das geht aber nur was. Aber mehr hab ich nicht gekriegt. Das hat sie überliefert. Ja, du hast mich, du hast uns beschissen lassen. Boah. Da fehlen noch was. Da fehlen noch was. Wie viel denn noch? Sie wollten zwei Goldklümpchen. Ja? Ja. Und, gib mal Rabatt. Nee, Quatsch, das ist anders. Ja, das ist mein Marker. Wir müssen sagen, gib mal trinkeln. Das ist der Kupfer. Mach da schon wieder mit der Kollegin. Was steht da? Didi... Didi... Didi-Ko? 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 Ach, guck mich. Ja, ja, das ist klar. So eine Mask kann ich mir erobersteln. Hat steht ein Later auf den Superbusen? Hey, weg von meinem... Hallo. Habt ihr zwei Plätze in der Taxi frei? Sorry, habt ihr... Wir sind gerade im Krankenhaus. Danke. Drinke ist nur über... Hey! Die haben wir auf Fuß gelaufen. Du hast gefahren. Oh. Ja, aber wir kümmern... Aber ruf keiner bei Leitstelle an. Nee, dann ruf ich mal Ronny an. Warte, ich frag Twinkie. Twinkie, willst du mit Pinsel jemanden abholen? Dann müsst ihr hier entfalten. Und gibst dich weiter. Nee, da können wir mal rum. Der Krankenhaus wird jetzt sehr, sehr voll. Was? Also ich brauch zwei Plätze in der Taxi. Zwei Plätze, wo hat der Hasenpeter? Ja. Nein, wir müssen noch mal 2.000 Dollar weitergeben. Und deine Goldklumpen will ich dann sehen. Weiß Ronny, wo die... Was ist denn mit Biggie? Ja, der kennt zwei. Nee, der macht statt, oder? Der holt früh Schnee. Die, der macht statt. Ja, wo ist es ja. Ja, wo sollen die hinkommen? Bin sie gekommen. Äh, äh, sind denn zwei Plätze frei? Ja, sind zwei Plätze frei. Wissen die, wo der Redwood lief? Ich ruf ihn an und beschreib ihm das. Ruf den Pinsel an. Ruf den Pinsel an. Nein, ich ruf ihn an. Nein. Erdnuss. Ja? Bisschen hoffen. Komm her. Oh mein Gott. Krieg ich gleich aus dem Maul, oder was? Nee, hier. Also Plätze, was ist los? Oh mein Gott. Oh mein Gott, gibt es hier so einen Goldeinschmelzer, wo man... Wo kriegen wir unsere Marken her? Das muss ich mal auf Ryan fragen. Was? Ich kann eine Marke machen. Wirklich? Was soll das sein? Ja, wiedergeben. Ja, aber kostet die Oberarbeitungsregier. Oh Gott, die sind ja echt happig. Ja. Wie viel denn? Ja. Ja? Was für eine Marke wollen Sie denn? Eine DTU-Marke. Eine DTU? DTU. DTU? E-T-U. U. U. Ja. U. Die DTU. Nicht U-H. Ja. Okay. Machen Sie das? Ja. Okay, für wie viel? Ja. Wir machen das dann. Goldmarke? Mhm. Mit Halsband? Mhm. Choker bei Ihnen? Mhm. Soll die einen anlegen am Hals? Mhm. Soll die bis zum Bauchnabbel gehen? Mhm. Mhm. Bis wohin denn? Bis zur Mitte von meinen Brüsten. Ednus. Die hat Brüste gesackt. Ja, was soll ich machen? Die hat super Brüsen. Die hat Brüste gesackt. Okay, sagen Sie, wie viel das kostet. Ja. Kann ich die auch sehen? Nein. Ja. Das kostet pro Marke 15.000 Dollar. Okay, und ich gebe Ihnen das Gold dann wieder. Ja, das brauche ich ja. Ich kann keine Marke machen. Die DTU-Marke. Ja? Ich ziehe die einfach so ab. Ist mega. Kann ich die schon ein... Ja. Moment. Ich mache einen Scheiß. Ednus. Ich kann hast die gerade... Wir müssen einen Schäfer holen. Ja, mit Twinkie. Aber ich habe keinen Schlüssel. Hat die Schlüssel? Aber Twinkie hat doch einen schackten Schlüssel. Wir kommen gleich wieder, ja? Okay, jetzt. Ja. DTU-Marke. Ja, Twinkie. Ja, du weißt ja, wo das gleich hinkommt, ne? In einem Wachsmalstiftbild oder so. Ja, Twinkie. Und wenn Sie das fertig haben, geben Sie das an Pinsel, ja? Der gibt mir das dann. Dann trennen wir uns gleich zum Geld. Übergabe. Okay, Twinkie. Ich muss kurz was machen. Machen Sie. Bis gleich. Also, DTU-Marke. Ja, bitte. Und das soll ich dem Pinsel geben? Ja. Sind Sie sich sicher? Ja. Der wird das aber klauen. Hä? Der Pinsel klaut alles. Das ist mir gerade auch schon aufgefallen. Ich habe dem viel mehr gegeben, als er angekommen ist. Der hat mir 1.000 Dollar gegeben. Echt jetzt? Ja. Ich habe dem 2.500 gegeben. Oh, der hat mich... Hat eine schöne Nummer. Der hat mich beklaut. Was ein Scheiß. Messer in die Seite. Wenn Sie fertig sind, dann entweder Sie nehmen jetzt meine Nummer oder Sie geben es im PD ab. Jetzt haben wir wenigstens einigermaßen. Ich nehme Nummer. Ja. Ich hatte noch Glück gehabt. Nichts so vieles gemacht. Es kann aber sein, dass ich nachts anrufe und atme. Der hat ein paar Kugeln abbekommen. Ja, das wird mich beruhigen. Dann kann ich besser schlafen. Ja. 5, 5, 5. Oh, Werder war bis 2 nicht. 2, 4, 5, 5. Ja. Bitte? 3, 3, 8. Ja, das war bis 2 nicht. Aha. Machen Sie keinen Check, sonst stellen Sie fest, dass die Nummer falsch ist. Nein, das ist nicht. Kann mir schwer zum PD fahren. Nein, ja. Ja, wir können das machen. Alles klar. Kann gerade nicht. Ich rufe zurück. Oh mein Gott. Entschuldigung. Oh mein Gott. Ist Herr Matthews in hier oder was? Okay. Ja. Nee, dann riecht das schlimmer. Okay, dann machen Sie es gut. Was ist mit dem Geld? Oh, Sie sind genauso wie Herr Hopps. Gucken Sie mal in Ihre Vordertasche, da habe ich das reingesteckt. Ja. Ah. Ja. Wie süß. Machen Sie mir dann echt eine Marke? Ja. Das ist ja niedlich. Ich wette, ich höre nie wieder von Ihnen. Soll ich da ein Babyfanti drauf machen? Nein, was? Ein Babyfanti? Lassen Sie Ihre Kreativität einlaufen. Da mache ich dann Schwanz drauf. Oh. Aber was kann ich denn hier nicht tragen? Nein, ich mache Babyfanti. Wann werde ich mir eigentlich mal verarztet? Weiß nicht, ich bin kein Arzt. Ich gehe jetzt. Tschüss. Haben die Gangster sich wieder abgeschossen? Frau Matthews? Weiß ich nicht. Doch, ich glaube schon. Ja. Ja. Eigentlich will ich jetzt gar keine Rauchung geben. Ich schwöre, ich wusste es. Hallo. Habt ihr wieder gebreitert? Ja. Keine Ahnung, wovon du redest. 1-0 für euch bestimmt. Mann, warum hat die das gesehen? Ich habe mich einfach abgeben. Juri. Stimmt. Nee. Da nicht. Mann. Das ist eine Frau. Kann man da überhaupt reingucken? Hier, hier. Dann kann ich mir das passiert gar nicht, gell? Wir lassen sich nicht provozieren. Jungs, Leute, lassen sich nicht provozieren von den Leuten. Wir machen nichts. Ich mache dir eine Marke beim Paint. Drei Ärzte-Teams im Enddienst. Ich habe Aua. Du hast Aua, Peanut. Was passiert? Meine dicke Frau ist mit dem Fuß gefahren. Oh nein. Wieso fährt die dir denn über den Fuß? Die dicke ist, dass ich nicht linken kann. Guck mal, dass die meinen Scout ranzen. Du hast du schon aufgenommen? Ich habe verstanden, die gerade angekommen sind. Wir lassen sie provozieren. Ob du schon aufgenommen bist? Ja, aber ich war schon seit fast einer Stunde. Gute Besserung. Echt? Wie ist denn dein Name? Ich weiß nur, dass du Peanut heißt. Ja, Peanuts. Moiz. Ja. Das Zeck steht für rohe Gewalt. Aha, sie lachen. Entschuldigung. Ja, es tut mir leid. Peanut hast du abgenommen. Ich sehe sie gar nicht. Wie, du siehst mich nicht. Versteck mich hier in den Fugen. Ach, da stehst du. Ja, wir haben halt jetzt gerade ein paar Schussverletzungen reingekommen und die gehen halt vor, weißt du? Ja, gib mir ein Kühlpack. Ah, warte, lass mich kurz mal nachkommen. Der Knochen guckt zwar raus, aber Kühlpink heilt alles. Nee, 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 siehst du? Ich schwör, der reißt nicht die Besserung. Ja. Ich hatte Kletterung. Mel, wenn du einen Moment hast, dann... Ja, komm mal sofort. Der Rucksack ist ja voll cool. Danke. Das ist ein bisschen breit, oder? Ich geh die Schubsen, ich hab Bock auf Joghurt. Könnten Sie uns einmal kurz... Achso, nee, der wollte nur durch. Ja. Jetzt bleib mal nicht zickig hier, du. Oh, Knalltüte. Herr Slava, Herr Uri. Sind Sie, Herr Bauer? Hallo? Nein, ich bin nicht, Herr Bauer. Okay, der hat zum Vorhinein gesagt, ich soll mir den Dings holen. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Was? Herr Bauer? Ja, zum Herr Bauer. Bauer. Ich brauch nur so einen dummen Kühlpack für meinen Fuß. Ja. Ich hab da allerhanden zu tun, Leute. Bauer. So. Was hat sie gesagt? Ich soll hergehen zum Herr Bauer. Der gibt mir den Kühlpack schnell. Hier hinten? Ja, die steht da vorne. Um die Ecke. Mit so einer anderen Frau. Alles überall Frauen hier. Ja. Übermacht halt. Ja. Wir sind hoffnungslos unterlegen. Ja. Welche Frau sagt er das? Aber da darf ich nicht hin. Da ist er schon auf. Wir haben gemeckert gerade schon. Ja, Moment. Ähm. Was denn? Wo soll der Herr hin? Keine Ahnung. Der wollte einen Kühlpack haben. Ich wollte einen Kühlpack. Ja, du musst einen Moment warten, Peanut. Wir haben gerade Schwerverletzte. Aber ich müsste es doch nur aus dem Kühlschrank rausholen. Traust du dir das zu? Das ist doch nur ein Kühlpack. Ja, dann mach das. Wenn du den Raum verletzt. So, mein Fuß beiß doch nicht. Herr Bauer. Ist Triage... Bin nicht, Herr Bauer. Achso. Okay, ist mir noch. Triage 62. Paul reicht. Hallo, Paul. Ja, Paul kriegt das schon hin. Ja, hoffentlich. Ja, wenn nicht, dann lass. Dann muss warten. Hallo, ich hab nur ein bisschen Frühstück. Ist das dann hinten im Labor, in einem Schrank drinnen oder wie? Nee, einfach in einem Behandlungsraum, in den Schränken jeweils. Ich zeig dir, wo das ist. Ich kenn mich aus. Nee, lass. Du bist den ersten Tag hier, ne? Ja, ich bin... Ja, ja, lass sein. Lass sein. Wie riecht sowas? Ja. Hi, Nuri. Ja, ich hab gerade mit Slava gesprochen, der sagt, die sehen genauso aus wie auf dem Platz. Ja, hab ich doch gesagt. Sie sehen genauso aus. Nur schweizer Hose, keine graue Hose. Ich renne die ganze Zeit rum. Wo seid ihr? Privatzimmer 2. 2. Ich hab aber keine Ahnung, wo das ist. In welchem Level? Ich hab keine Ahnung. Ja, ich bin natürlich nicht. Der traut sich nicht mal, mir ein Kühlpack zu geben. Donner kommt. Oh, Donner mag mich nicht. Ich bin hier am OP. Ja, die ist unterwegs. Donner soll mir ein Kühlpack geben. Ja, die kommt doch gerade zu dir irgendwo. Sie sucht dich. Ja, Donner hat auch Auerfuß. Hallo, Donner. Hallo, ich hab mehr Auer. Bisschen. Oh, soll ich deinen Rücken massieren? Lippen, Schulter, Fuß, alles. Da, bitteschön. Nehmen. Wenn du Schmerzen hast, ja. Oh, ich sehe nur noch den Schatten von Slava. Wir haben einen Tarnumhang um ihn umgelegt, damit ihn gleich nicht jeder erkennt. Der war aber nicht in der Nähe von einer Turmbombe, oder? Nein, ich habe mir nichts zu essen gegeben. Ich bin nur noch Haut und Knochen. Vielleicht ist es auch einfach nur die Feuchtigkeit, die durchgesieft ist, weißt du? Oder der Abdruck im Bild. Hast du das für ein Turmbild gesehen, hat Herr Nuri gesagt? Da, da. Wie gesagt, die sahen ganz genau so aus. Ich weiß gar nicht, wann du so detailliert zeichnen kannst. Nur die Hose ist falsch. Das hat Pinsel gemalt. Darum heißt der Pinsel, weil er so gut zeichnen kann. Ja, Pinsel erst mal den Dingepäckchen nennen, Nuri auch. Oh, das war siebar. Dingepäck für alle. Dankeschön. Mach mal Platz. Ich habe Angst. Ich will mich auch hinlegen, ich habe Rücken. Los, mach Platz, aber. Du kannst auf mich draufliegen. Nein, nein, da hat es nur noch Kinder. Guck mal, ich habe Schatten, ich bin Peter Pan. Liegst du in meinem Arm? Ja. Das gefällt mir. Kuscheln kostet, aber. Wie viel? Warum haben die dich überfallen? Ich weiß nicht. Was haben die gesagt? Mitkommen? Ja. Und dann Hände hoch und dann haben die mich gefesselt und alles abgenommen. Und dann haben die dich gehen lassen? Da. Oder haben die auf dich geschossen? Vielleicht. Die haben auf dich geschossen, wenn du gefesselt warst? Nein, davor. Die haben gesagt, Hände hoch. Und dann habe ich gesagt, überlegt euch das gut. Ich bin bei Architekten und wenn ich herausfinde, wer du bist, dann mache ich die kalt. Dann hat er gesagt, ich gebe dir gleich Ärger und hat geschossen. Und dann hat die mich gewessert. Und die haben ja geredet, haben die so wie in Assetzahlen geredet? Nein, das ist das Problem. Das ist ganz normal und deutlich. Und die waren eigentlich auch höflich. Haben auch nicht beleidigt oder so, weißt du? Nur ich war ein bisschen frech vielleicht. Ja. Ihr seid immer frech jetzt, weil... Ja. Ich kann dann halt meine Klappe auch nicht halten, weil sowas... Wir haben halt genug Geld dafür. Ja. Aber Geld kann ich auch nicht schützen. Das ist richtig. Das ist richtig. Das habe ich gemerkt. Spätestens, als ich den Schmerz im Brustkopf hatte. Ich werde mir eine Lupe kaufen. Okay. Ich meine Lupe. Dann bin ich Detektiv Peanut. Oh, das ist gut. Du musst mir den Tartus zeigen. Ich mache Spermaphoben. Okay. Dann werden wir die finden. Bist du so ein Spermaspürhund? Nee. Ich bin Forensiker. Und was ist mit Spermas? Nee, aber das ist auch DNA. Also, ne? Da muss ich nur noch mal Jurassic Park gucken, um zu verstehen. Und woher weißt du, dass das Sperma ist? Ja, weil die sich doch bestimmt dann runtergeholt haben auf ihren Sieg. Mit drei Leuten auf einen. Gut möglich. Ja. Aber die waren ganz schnell wieder weg. Oh, das Lachen tut weh. Das muss weh tun. Eigentlich muss ich veranscht werden. Mein Bein tut weh. Schau mal, Peanut. Ich habe jetzt Brüste. Sie heißen Daisy und Diana bei Doppel-D. Ja. Oh, und Juri wollte dafür sorgen, dass ich kassiert werde, aber das habe ich nicht zugelassen. Ja, Twinkie. Ja, Speckbeckchen, wir kommen nicht rein. Warum? Weil zu viele Leute da drin sind. Ja, dann komm ich jetzt raus. Scheiß, der Hund war drauf. Ja, dann komm raus. Slava geht's wieder besser, er hat jetzt Brüste. Super, großartig. Okay, wenn Slava und Herr Nürnay rauskommen, treffen wir uns mit denen. Ja, okay. Okay, ich komm jetzt raus. Ja. Bis gleich. So, ich hau ab, meine Frau. Viel Spaß. Bis nachher und gute Besserung. Ja, bis später. Dankeschön. Und sag Pinsel danke für diesen Kuchen, was er mir gegeben hat. Ja. Der hat halt seinen letzten Buntstift aufgebraucht. Sag zu ihm danke. Okay, bis später. Bis später. Ich seh schon, keine Ärzte zur Verfügung. Servus, wer sind Sie denn? Ich bin Peanut und ich brauche, ich hab Auer am Fuß, aber ich geh jetzt, weil das dauert mir zu lange. Da sterb ich lieber. Von Schulbeck vielleicht. Hallo. Hallo. Ja, adios. Komm. Komm, Pinsel. Ich verarzt mich hier nicht. Ich hab keinen Bock mehr. Drei Stunden hier zu warten. Ich hab nichts mehr. Kann ich euch sagen. Ah, ja. Ah, tschuldigung. Alles gut. Ich suche mich, Hermane, der heilt mich. Er klackt mich mir leid. Er drückt einfach Platz. Tut mir leid, Jungs. Warst du jetzt dran? Und wieso muss ich genau... Nö, die verarzten einen hier nicht. Oh, ich hoffe, dass das dann die Schreien macht. Obst du da 17 Ärzte laufen in so einem gegen gegen Ding, wo muss keiner machen. Das ist ja klein, was was fehlt. Das ist ja fast wie Mindfactory hier. Dauert zu lang. Die Schweine wollen mich nicht verarzten. Hm, das ist wie idiot. Ey, die wollten uns dann reinlassen, hab ich gesagt, ich hab Verletzung. Oh mein Gott. Und er nur so, lauf mal. Warte mal. Vielleicht... Donner... Donner! Warte. Donner, hast du einen Kühldepäck? Ja, komm kurz. Ja, kommt. Ja, komm mal kurz mit. Dankeschön. Warst du mit dem Slavar bei? Oh, ich tu dem mit. Fuß reißen. Was passiert ist? Nein. Da kam er zum Krankenhaus. Ich weiß. Deswegen hab ich ja Juri Bescheid gegeben. Bei Juri wusste davon nichts. Hatte direkt Juri angerufen. Nein, die finden die Schweine. Hoffentlich. Ihr kriegt die Infos schon. Ich glaube auch nicht. Dankschön. Ich muss weiter. Kika. Kika. Ja, die meisten Leute mit Drohnen. Dem kann man ruhig einen Küper geben. Die anderen müssen warten. Und? Huff bell mal. Guck mal, da vorne ist Boom. Ja, da waren wir schon. Die haben wir gedisst. Aber warum darf ich die nicht essen? Die stehen auf mich. Jeder steht auf dich. Ich bin scheiße heiß. Das stimmt. Ohne Schmerztablette. Warte, ich hab also. Hast du eine? Ich hab neun. Man weiß ja nie. Gib mir mal zwei. Ist jetzt cool am Fuß, aber... Danke. Danke. Oh, wirklich schnell nachher. Frissi, frissi. Nein, nur schlucken. Ich bin eine Lady. Sei bloß vorsichtig. Klar, nächstes Mal geh ich auch zum Tierarzt. Das ist ja wie bei Breaking Bad. Was ist passiert im Breaking Bad? Nicht spoilern, nicht spoilern. Twinkie muss mir... Wie muss ich seit da... Die muss ich das noch mit mir angucken. Boah, ich red mich über meine eigene Dummheit auf, ne? Ja. Wo fahren wir, Helen? Du brauchst so ein bisschen Tablette hier. Pins hat mir schon welche gegeben, das Stück. Also passt auf, Freunde. Ja. Lava wurde Ampere überfallen. Ampere über... Was ist Ampere? Ampere. Oh ne, fahren nicht mehr zum Pere. Angeschossen? Und angeschossen. Und die haben seine Sonnenbrille und so geklaut. Die von Curtis? Weiß nicht, wer das war. Ach, ich kann... Meinst du, die waren... Aber... Aber Cordy hat doch gesagt, dieser Curtis sucht die Sonnenbrille. Ja, der Idiot hat die verloren. Vielleicht hat's ja mal die von dem geklaut. Wenn ich diesen Curtis treffe, ne? Ach, der ist ziemlich blöd. Der ist nur am rumhacken auf mir. Oh. Dann verkloppen wir den. Oh, Telefon. Opa Willi. Ey, was mache Sache? Bist du betrunken? Ich muss für die einen Kassen nun mal. Ah, wir lassen. Ah, wir werden die Party machen ohne uns. Äh, ne, ich hab nur so ein paar Tage getrunken, weil wir uns verabschieden von der Beth. Von wem hast du dich verabschiedet? Von der Beth. Beth, heißt sie. Wo denn? Von Crash seinen Freundinnen, die ist abgeschlossen worden. Die ist tot. Oh. Ja. Von Crash seinen Freundinnen ist abgeschlossen worden, die ist tot. Ja. Was ist denn los hier in der Stadt? Was ist denn hier los in der Stadt? Hinter uns ist kein Jubelang. Ja, ich weiß es auch nicht. Sollen wir dich abholen? Ich weiß es auch nicht. Nö, ne, ich... Ja, könnt ihr mich abholen, Peanut, aber mein Auto muss auch hier weg. Ja, ich kann nicht fahren. Also... Ja, sonst fahr ich selber, ist kein Problem. Ja, wir können nur erst so ein bisschen rumgucken. Äh... Was sagst du, Peanut? Wo bist du denn? Bei den... Bei den... Abschleppis bin ich. Bei den Schleppis, okay. Bei den... Genau, die schleppen immer Frauen ab. Voll super Laden hier. Ja. Wir kommen jetzt. Und Autos ab und zu. Okay, danke. kälter wurde eine frau abgestochen ist gestorben und die feiern glaube ich halt den tod wir sind alle besoffen ja du sagst ich war ich habe vor allem deshalb habe ich doch die torte gekauft wo seid ihr welcher ist dran ist da musik und da will ich versoffen guck mal nein bitte nicht frau ich nirg willi willi taxi mein freundes mit besoffen mit dem renn ist so pinsel ach mit der frau schnecke im telefon hat sich jemand gemeldet auf den lunse damit die hier rede ich bin im auto mit meinen freunden ok du bist am strand wo fahren wir jetzt in erdnuss heute abend lutscht ich den schokobombom aus dem bauchnabel twinkie er hat gesagt heute abend lutscht er ich bin er schokobombom aus dem bauchnabel ich komme wer fährt denn jetzt ist mein auto ja das tun wir gleich gleich ja was mache ich jetzt einsteigen ja da ist der ronni ronni kommen ich habe dich so lange nicht ich muss eine nachricht schreiben wieso kann ich denn hier nicht auf nachricht drücken da steht doch nachricht was ist denn da los mipsi lona was ist denn hier los wo fahren wir hin wo sag ich meine pistole unser vermieter wurde angeschossen wer denn juri juri irgendwie will mein pimmel echt wo ist meine pistole den haben wir befallen ronni hast du meine pistole geklaut bist du bescheuert wo ist die denn habe ich dir schon mal was geklaut nein die wirst du auch nicht machen ich weiß es tut mir leid okay komm ich entschuldige mich ist doch ein schwein du bist ja so wunderbar Hast nen wunderschönen Bauch Peanut liebt ihn zweimal auch Das rennt sich leider gar nicht Doch, ich wusste Die Fresse, du Penner Ich bin nur auf die Musik von Oji Toasty Oji Toasty? Ja, ich bin so ein Fan Toasty Der hat sogar ein Oji Toasty Tattoo Ja, mir fehlt nur ein Autogramm Das bekommst du nie Das ist nicht möglich Der Oji Toasty, der hat doch immer diesen einen Spruch daraus gehauen Das ist ein Mädchen, das ist ein Rapperin Jaja, die hat doch immer diesen einen Spruch daraus gehauen Welchen? Don't call it Schnitzel Nee, das hat die nie gesagt Nee Dann verwechsel ich da Ich kenne die ein- und auswendig Ja, tünktlich ein Stalker Ja, und ich hab gehört, die ist hier in der Stadt Und ich werd sie finden Ich werd sie finden Schlüpper? Und dann klau ich ihre Zahnbürste Du Scheiße Riechst du dann wieder da dran, wenn du dich in der Ecke versteckst? Ja Eieieiei Eieiei Fall nieder Sei bloß vorsichtig Sei bloß vorsichtig Ja, wo kann's hingehen? In die Klingel Der Pinser hat gerade mit jemandem telefoniert Die sind da irgendwo am Strand Ja Ja, die sind am Strand Ich will nach Hause Ey, die willst du nach Hause? Ich will zu meinem ersten Absicht gehauen Ja, dann geh mal in der zweiten Liga Dann wollt ihr auch sagen Geh mal in der zweiten Liga gucken Fickt euch, ihr Schweine Stech euch, ich hab' ihr Schalkschweine Der ist ja voll voll Ich werd' betrunken Eines Tages Eines Tages Wird's geschehen Und dann fahre Ich nach Mailand Um den FC Köln zu sehen Europapokal Was ist jetzt, Klappacher? Komm ran hier Ich will Wie du, du Opa Bei dem Krieg zahlt er auch wieder Wir sind alles Kölsche Junge Wer jetzt will, der soll auch komm Schabau in der Fläsch Der Knüppel in der Täsch Und wenn wir keine Knüppel haben Dann schlagen wir mit der Fläsch Ja, ich zieh Dreck In Gladbacher Seelen Mach's kaputt Ich schwöre Wollab Gott, der Hacker Und jetzt Ich geh eine Mischung Was haben die dir denn getan? Alle haben Stacht Und die Mama sagt Platte Die grünen Was? Die haben die Hux in der Hule Wir haben damals Wir sind uns fast beschissen Da wären wir fast kein deutscher Meister geworden Ich war noch nie deutscher Meister Ja klar, wir waren der erste Bundesligameister Den es jemals gab Das ist doch schon lange her Ja Ich bin da schon gelebt Hä? Was? Nein, da war ich schon noch nicht auf der Welt Wir haben noch keinen Ball, oder? Wir waren der erste Bundesligameister Zieh das mal rein Der allererste Bundesligameister Frag mal Schalke, wie oft die Meister waren Wie oft? Ja, ich fühle mich an den Therapeuten Kannst du Kannst du an einen anderen zählen? Aber Schalke ist besser als Köln, oder? Nee Doch Ja, hab ich auch gehört Wo sind die denn hier, Pinsel? Soll ich euch mal was sagen? Soll ich euch mal was verraten? Alle waren aus Welche Musik? Gar nicht? Ja Da geht ja gar nichts um Danke fürs Zuhören, ihr Arschlöcher Ja, was denn, Willy? Also ich muss euch ja sagen Ich mag die Schalke Ja, nicht als Fußballverein So, ne? Aber Twinkie, Twinkie Das sind korrekte Das sind eigentlich korrekte Die ganzen Untertage Die Leute, das sind korrekte Ich muss schon mal sagen Eigentlich ist das korrekte, ne? Genau, Glück auf Blau und weiß Da kommt dein folgende Pinsel Was ist das denn? Oha, guck mal wie die wackeln Die D... Warte Hallo 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 Oha Boi, Memo Zieh dir mal was an Das Strandrad Der muss ich nicht ansehen Ja Doch, ist kalt Ey, lass mal schön aus Die Sachen Scheißelein Oh mein Gott, Willi, übertreib Em, ich bin nochmal wieder da drüben, ne? Ja, die ist unangenehm In der Besonderheit Das ist mein Opa War das jetzt Das war zu viel, ne? Ja, das war so viel Okay Wissen bei ich ja noch ein Stück Brust ab Einfach so zu mitnehmen Snack Was soll ich nochmal, ist ja noch Nichts Warten wir gerade Warten wir einfach gar nichts Warten wir einfach nur Wir suchen die Mörder von Slava Genau Was, Mörder? Der wurde angeschossen Aber diesen gibt's gut Ja Ich hab dem Team Gepäckchen gegeben Krieg ich auch ein? Den Mörder? Krieg ich auch ein? Alles okay? Was? Ihr kriegt alle ein Ding Gepäckchen Danke Ding Gepäckchen für alle Danke Danke Den Gepäckchen Und die komplette Drohnschaft grölt Yay Boah, kannst du den jetzt kriegen? Okay, Ronny Die coolen Leute tun den Stroh im Mund reinstechen Ronny Ronny, hilfst du mir? Ich schieß Ronny, hilfst du mir den Stroh im Mund reinzustecken Achso Warte mal nach hinten jetzt Ja, ging im Verkehr, klar Los, Pinzebeute Knack es Schließt kurz Wir packten sein Auto hier Oh, Trin Gepäckchen Die Frage ist, was hat Slava-Hampir gemacht? Was, Dingi? Was hat Slava-Hampir gemacht? Weiß ich nicht Hab ich nicht gefragt Oh Gott Wir müssen dem genau nachgehen Alles gut, Willi? Ja, Gott, das war ein Schlag noch, ey Was? Du hast ein Schlag im Kopf? Ach, ich glaube, ich muss mal Nein, alles gut, ich muss gleich rüber Wenn wir irgendwo anhalten können Ich dachte, ich muss mal kacken Oh Gott Was? Was? Was willst du denn jetzt backen? Es ist fucking halb zwölf Ja, hab ich schon Hunger auf Kuchen Nein, er ist 20 nach elf Alter Der vergeht ne Zeit Ja Und was hast du heute gemacht? Ja, ich stelle an dem Krankenhaus Boah Los, verkneifst du dir Was denn? Steck Korken rein Nein, alles gut Geht langsam wieder Habt ihr die Motorhaube wieder dran geschraubt? Dö Pass auf Wieso, siehst du die? Äh, äh Du, Dingi, pass auf Pass auf, Dingi Ja Oh mein Gott Ich seh nix Ah, schneller Ah, ha, 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 ha Äh Du hast den Baum umgefahren Oh, wo steht er auch im Weg? Ja, aber komm, da drin kannst du bestimmt nehmen auf den Klo Nö, alles gut, ich kann einhalten Jetzt geh kacken Äh, wo denn? Ja, da oben in den Pölz Okay Ich bin schnell Oder scheiße in deine Mülltonne Wo bist du denn jetzt? Na jetzt sind wir am Bier und Willi geht scheißen Aber, aber wir sind, der Taxi ist voll Was? Wo soll ich jetzt einen Snickers herkriegen? Ist das dein Freundinpinsel von Kreide? Nee, ich kenn die seit heut Ist das Mädchen? Nee, das ist John am Telefon Ach, der Penner Ja Du hast gesagt Stimmt, wir wollten ihn ja briefen Du hast gesagt Du bist mit dem Quatschen Tschüss, kalt, klar Bist du da auch gegen die Haustür? Der vollassig Der kackt da hin Ja, lass uns mit ihm treffen John, wo bist du? Komm mal zum Bier Ganz nah hinten Ja, ganz nah hinten Da sind wir Okay Edmund, ich muss auch kacken Dann geh beim Willi kacken Ja Das hat niemals gekackt Also ich brauch länger Ich hab gesagt John, komm jetzt hier hin, ja? Wollt ihr hier kurz warten? Ja, müssen wir ja dann Ja, dann aufzuschicken Und Pussy Was hast du gesagt? Hä? Blödes du, blödes du Was? Ekelhaft Alles gleich Das ist ekelhaft Trink, ich spring nicht ins Meer Nö, nö Nö, nö, nö Was lebt du? Ey Der hat das Taxi gerammt Ein Moment, Stille Lass mich kommen Nein, 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 nein Blub, blub Ich komme Bricky Bricky Was macht ihr da? Bricky Seid ihr verrückt? Oh mein Gott Wo ist mein kleiner Wal? Bricky 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 Oh mein Gott Wo hast du denn? Bin runtergefallen Ruhig wie die Zitter Oh mein Gott, bist du Moses? Aber frag nicht nach Sonnenschein Also, komm Oh, ist kalt Ja Oh mein Gott, Twicky Du hast Fähigkeiten, von denen ich nichts wusste Wenn ich jetzt tauche, dann höre ich Walgeräusche Wir hören uns Winkie Kalt Oh Gott Oh Gott Mir ist kalt Du hast mich gerechtert Ja 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 Fertig Buh Buh Hahaha Hahaha Siehst du klein? Mir ist kalt Ja Wir müssen jetzt bis dahinten hinlaufen, ne? Scheiße, Stimmen Tappette nehmen Tappette nehmen Buh Buh Oh, Speckbeckchen Hä? Das ist zu Hause geübt Was hab ich? Ja Haha Welches Rating gibt's denn hier? Ja 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 Twinkie Ja Ja Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ich schmeck für mich die Zwiebeln auf die Zunge Ekel Ach komm Ach komm Du machst das die ganze Zeit Meine stiegen aber nicht so wie deine Oh Du bist innerlich am verwesen Das ist nicht wahr Wohl Achtung Oh Haha Da bin ich ausgewichen Oh verdammt Ekelhaft Dann wart ab bis heute Nacht Hahaha Dreck ich deinen Kopf unter die Decke Hahaha Ja Nee du Schwein Du bist ein Schwein Du bist ein Schwein Du bist ein Schwein Du bist ein Schwein Nee 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 Haha Voll erwischt Auf A4 Schiff versenkt Doppelten Ey seid ihr bescheuert Ich hab mir voll Sorgen gemacht Rumm Können doch schwimmen Ja Slam Dunk Oh Gott Slam Dunk Pass auf nie wieder Nee das passiert mich nochmal Ja Puh Das war was Hast du gesehen wie ich dich gerettet hab? Bin direkt hinterher gesprungen Ich hab dich gerettet Ich bin direkt hinterher gesprungen Ich bin hinterher gesprungen Nee ich Furchtlos wie ich bin Ja Du hast die ganze Strandparty versaut Oh Gott Da kam ne Welle Die sind sofort weggerannt Ja Dich rette ich nochmal Ich hab dich gerettet Nee Weißt du was Du bist so wie jeder andere in der Stadt geworden Machst dich auch über die dicke lustig Obwohl du selber dick bist Ja mach ich doch Oh mein Gott Hau rein Den Witz kennen wir schon Kann der auch nicht schwimmen Ich hoffe nicht Wie ist er aus? Wie komm ich hier raus? Wie komm ich hier raus? Wie komm ich hier raus? Und dann rechts Und dann rechts Rechts ist das andere Links Was macht der denn? John du könntest auch mal da runter springen Ich bin grad wegen euch schon runter gesprungen Gar nicht Bis er kein Schlafft Da ist der wirklich Gesehen Der ist ja so Uiii Ehhh Du riecht wie ein Glas voller Essiggurken Der ist nach unten. Wie Schalke. Wie wer? Oder Köln? High five! Noch nicht. Wart's auf. John, wohnst du jetzt auch bei uns? Ja, der Ronny hat mich eingeladen. Du machst aber keine Penner-Gangbangs oder so, ne? Na, jetzt mit Dirty Mike und seinen Boys. Ja, Dirty Mike und die Boys. Da bin ich nicht in nem Tesla rumgetafelt. Nein. Die hab ich noch nicht eingeladen. Soll ich die mal einladen? Ja, dann fliegst du runter. Ui. So wie der. Ach, da ist er wieder. Ohne Kacke, ich bin ausgesehen. Und du musst Miete zahlen sollen. Miete? 5.000 Dollar im Monat. Ja, da muss ich erst mal reinkriegen beim PD da. Ja, du bist doch ein Polizist. Die sind voll knausig da. Ja, aber bist du bei der Polizei? Ja, ich bin jetzt Hausmeister da. Ach, echt? Ja. Und was kriegst du das so? Viel zu wenig für die Scheiße, die ich da wegmachen muss. Ach so, okay. Pense, was machst du? In der Herrenumkleide hab ich heute ne Windel gefunden. Ich werde jetzt Abendessen fangen. Okay. Und da sind gar keine Kinder. Nochmal, du hast ihn nicht getroffen. Du musst ihn am Kopf treffen, den Fisch. Nicht auf Delfine schießen. Gibt's hier Wale? Ja, Ron und ich, wir haben geübt. Oh, so hinterlose. Sollen wir was singen? Wir sind gerade getaucht und haben Ballgeräusche gemacht. Hast du Haare färben, Pinsel? Ja, und dann weiß ich aber Farbe. Wenn der John auch bei uns wohnt beim Pinsel, dann muss der auch Miete zahlen. Was hab ich jetzt für eine Farbe? Also... So wie immer. Ja. Und Pinsel, du bist für den John verantwortlich. Gute Nacht. Gute Nacht, John. Sag mal, weinst du? Oder ist es der Regen, der von deiner Pils tropft? Was? Von der Nasenspitze heißt das? Was wollen wir denn die Lieder singen? Komm, wir machen Liederraten. Das ist Hardy, oder? Das ist ja Hardy, ja. Hardy hat eine Drohne geschaut. Na, was ist, mein Dickerchen, alles klar? Na, glauben wir dir. Ja, wir machen gerade Lieder singen. Komm, singst du auch ein Lied? Oh, nee, ich kann nicht singen. Und die anderen müssen das raten. Ich bin dafür, dass wir Willi ins Meer schmeißen. Free Willi. Komm, wir schmeißen ins Meer. Hallo, ich bin besoffen. Seid ihr bescheuert? Ja, und? Das ist doppelte Runden. Nee, mach nicht. Frisch den Poweriegel überfressen. Ich will was sagen, ja, den sollst du überfressen. Los, frisch den Poweriegel. Und jetzt geht ins Wasser. Oh mein Gott. Los, Mann überbord. Bevor du springst, habe ich den Arsch. Schmeißen rüber. Schmeißen. Hallo. Oh, nein. Schmeißen. Halt den nie an. Bleib hier. Bleib hier. Schmeißen rüber. Oh nein. Oh nein. Jetzt kannst du genug sauf, nur Alkoholiker. Woher ist das Haufenwerker? Guck mal, wie eine hässliche Robbe. Ob das so schlau war, besoffene ins Meer zu werfen? Klar. Und? Er soll einfach den Fuß aushalten, dann heithalte Kapussell. Nehmen die Wäste. Und jetzt die Twinkie. Gibt es eigentlich was Neues wegen deiner Anzeige, Ronny? Unhoch. Ach, Anzeige. Ach, hast du mit einer Anzeige gemacht? Ne. Hm? Ne, bringt nichts. Pulsar, arbeite nicht. Wenn du irgendein Ding hast, musst du immer so die Gangster fahren. Wir haben auch noch nichts für unsere Anzeige gehört. Das ist schon zwei Monate her. Niemand Kokain? Ne, vielleicht nicht. Niemand? Hast du Hero? Ne, nur Kuka. Ich komm gleich wieder. Das ist mir zu teuer hier. Willst du Kokain? Ne. Das hast du ihm angeboten. Kannst du auf Rechnung? Ja. Dann nimm ich was. Schenk ihm das doch. Komm, nimm. Hier. Oh, danke schön. In den linken Kerner. Gib mir deine Leine. Du musst ja durch die Nase ziehen. Sollst du das nicht essen? Hast du es gegessen? Oh. Scheiße. Scheiße, Peter Klause. Was ist passiert? Muss laufen. Ich liebe den Kerl. Habe ich das schon mal gesagt. Ja, wenn es dein neuer bester Freund ist, dann ist er hinterher. Meine Güte. Das hat ein bisschen gut getan. I'm seeking. Willst du noch mal kommen? Hau ab jetzt. Moin. 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 Hallo. Was ist denn hier jetzt los? Was wollt ihr alle hier? Wer seid ihr? Was? Schau die Zeit. Der ist auf Koks, der Penner. Wie hat den meiner Koks gegeben? Ja, der pinselt. Ne, ne? Ja. Schau mir auch was. Ich muss wieder nüchtern werden. Will einer Gold kaufen? Nein. Warum nicht? Ah, die hat wieder seinen Hamster dabei. Oh, ich kann nicht mehr. Hani, willst du schwimmen? Ah, nee. Wenn ich dort reinfalle, ist das kein Meer mehr. Kein Meer mehr? Ja. War das jetzt türkisch, oder? Opa. Mö, mö. Dann ist das Meer kein Meer mehr. Kein Meer mehr. Hi, so. Hi. Keine Ahnung. Ja, die sind da drin, ja. Nimm mal deinen Hamster. Wie den Hamster. Wenn ihn retten willst, springen. Tschüss, Hamster. Hi. Aber das ist doch ein Meerschweinchen. Der will gerade fahren. Der kennt sich mit dem Meer aus. Das stimmt. Meer. Meer, was interessiert mich? Das Meer. Ich will Bier. Meer, Meer, Meer. Bier. Bier. Bier schreit dran. Was sind Bier schreit? Ich habe jetzt voll Bock, mich in die Kurve zu stellen. Der ist schon am Flughafen. Der ist wie Forrest Gump. Los. Ich bin müde. Peanut Tire. Ja, ich auch. Wie jeden Tag. Können wir gehen dein Auto noch holen? Äh, wer kann da denn nach oben fahren? Einer von euch, bitte. Der ist Kinky. Wir haben ein Taxi hier. Und du auch? Ne, wir sind ja schon auch mit dem Taxi. Ja, wir haben auch ein Taxi. Ich kann fahren und dann fahren wir zum Taxi. Dann holen wir mein Auto. Ja. Und dann fahren wir nach Hause. Okay. Wir haben den VIP-Cab. Oh, cool. Ja. Aber wie machst du den Schlüssel? Äh, von Hans-Peter. Alles klar, okay. Ja, nur du das Schuss weißt. Ja. Ihr Lieben. Du bist müde, ne? Ja. Du bist müde, ne? Was? Trink ich's müde. Nein. Doch. Wo ist denn der Pensch? Ich ruf ihn an. Alles klar, mach's ja gut. Willi. Ich kann nicht müde nur. Wo rennst du hin? Wie am Highway. Was? 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 Ja, der ist wieder eingestellt worden. Alter. Wo bist du denn jetzt? Ja, let's go. Ähm. Toni. Heuchtes Ohrchen. Sollen wir die... Boah. Ist halt wieder dich. Du alte, dreckige Sau. Alter, du verrasst. Was hast du jetzt gesagt? Ich schmeiß es dann raus. Und wir schmeißen... Stein, Stein. Stein auf Stein. Auf die Elf von Niederrein. Scheiß Borussia. Wo läuft der jetzt? Ich weiß nicht. Er sagt am Highway. Ach, den findest du doch nie wieder. Gott, es gibt ja so wenig Highways. Er stöhnt mir ein Ohr, als findest du das geil. Oh Gott, ich glaub, der macht was ganz anderes. Leg auf, leg auf, leg auf. Willi, ruf du ihn an. Ne. Doch, das... Ah. Hä? John, ich meld mich gleich. Ich hol dich ab. Ich hab kein Telefon. Äh, Auto. Willi, ruf ihn mal an. Ich ruf ihn an. Ruf ihn nicht mich an. Ach so. Ich halte mir einfach weiter das Telefon an. Oh. Ah ja, ey, Coco-Jumbo. Hallo? Ronny? Ach. Weißt du, wie sich das anhört, wenn ein LKW rückwärts fährt? Nein, wie? Du, du, du. Wie ein was? Oh mein Gott. Wie hört sich das an? Warte so. Auf. Das musst du mal machen. Ähm. Du musst aber dran gehen. Hallo? Ja, weißt du, wie sich das anhört, wenn ein LKW rückwärts fährt? Nee. Versteh ich nicht. Ah. Wann ich... Okay. Du musst Auto rufen machen. Also, wer will denn den Schlüssel haben? Ich fahr. Ja. Ähm. Warte mal. Ich hab aber so wenig Schlüssel. 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 Mach doch einfach das Auto an. Schlüssel. Bien hat mein Herzensschatz. Oh mein Gott. Hallo, Oma. Ach, Büchse. Was geht ab? Na, mein Hübscher. Monkey Mensch, boh. Mein Gott. Da. Oh Gott. Wie sind die Prozente hier? Krieg ihr doch schon. Ja, aber nur 5. 15. Okay. Ich muss abhauen, wirklich bemühen. Oh Gott. Das tut mir wie in meiner Seele. Opa, kannst du bitte? Aufpassen. Was macht der? Oh, ich wollte mein Auto steigen. Was ist denn jetzt los? What? Ja, ich liebe dich. What? Hi, dein... Ist das der Typ? Das ist der Crash. Und sein Foto? Du bist mein rechliches Arschloch. Ich kenn die doch gar nicht. Ja, aber es ist ja schon traurig, wenn man jemanden verliert, den man liebt, ne? Ja, das stimmt. Jetzt fang ich nicht an zu holen. Ne, ne, alles gut. Ich vermisse meine ersten FC Köln. Oh mein Gott. Guck doch einfach auf die Tabelle ganz nach unten. Willi? Willi? Fick dich. Fick dich. Nihalos kann man so umzugrehen. Wir sind immer nur hier. So sind wir aber auch. Was? Ist auch schon in einem Tee. Zum Glück sind wir abgehauen. Wo abgehauen? Aus dem Krankenhaus. Wieso? Trink ist mir über den Fuß gefahren. Ehrlich? Oh mein Gott. Deja vu. Aha, dir gefällt das Auto, oder? Ich mag es, der Wies. Ja, ich auch. Guck mal, will dir das dein Auto? Wo? Ja. Ja, meinst du, meinst du aber besser aus? Das sieht genau gleich aus. Naja, ich habe bessere Felgen und das ist geil, aber nur mein Schild. Quinkiii. Ha 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 ha. Hm. Ha 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 ha. Bei Pinat. Ja, es ist weg, Schnüthi. Ja, ich bin beim Taxi, ne? Ja. Ja, wir auch, ob wir das Dörfeln nicht aufgehen. Ist der Pinsel nicht dabei? Ja. Oh mein Gott. Das Dörf ist doch auf. Cool. Ich mach's auf. Ist auf. Ja. Ist auf. Nein, das ist nicht. Jetzt ist es auf. Nein, das ist nicht. Du musst ein Stück wegfallen, das muss ich auch öffnen können. Weiter. Noch weiter. Siehst du? Geht nicht immer alles mit Gewalt. Jetzt ist es wieder so. Der Pinsel macht immer die Fernbedienung, der Arsch. Dumme Sau. Ich wollte nur einen Gag machen. Ich war nicht verboxen. Es tut mir leid. Okay, es tut mir leid. Ich fand es witzig. Es war ein Riesen-Gag. Ich halte fest. Ich halte fest. Ein Riesengag. Bin nicht verboxen. Es tut mir leid. Alles klar, alles klar. Es kommt nicht mehr vor. Hey, ich schubst mich nicht. Oh, shit. Willst du mir auch noch eine hauen? Nein. Komm auf Peanut, los. Da ist ein Glattbacher. Nee, nee. Ich muss nur Tabletten fressen. Also so. Kann man von den Tabletten abhängig werden? Weißt du, wie schmach ist man heute? Das Auto steht vorne, Twinkie, ne? Ja. Dann fährst du mit unserem? Ja. Pinsel, was machst du? Ich schlafen? Ich komm mit. Kommst mit? Was ist mit John? Dann fährst du scheiße auf dem Penner. Dann fährst du mit Twinkie, komm. Okay. Erdnus? Ja? Können wir nur kurz John abholen? Der ist den ganzen Highway lang deshalb vor 10 Minuten am Tattoo-Laden vorbeigekommen. Welcher Tattoo-Laden? Dann guck mal, wo bist du denn? Best Highway. Bepp. Was für ein Tattoo-Laden? Ja, fahr vor. Hier, schmack ich. Handbremse, Handbremse. Was? Was? Ich hab selbst die Reifen durchdrehen lassen. Also. Pina? Äh? Darf ich dich mal was fragen? Nein. Okay. Boah, ist das langsam, das Auto. Hast du auch nicht mal ein V-Akbiturbo? Uuuh! Doch, ist ein V12. Nee. Doch? Nee. Doch hoch? Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Boah, jetzt ist gut, ne? Ah. Pina? Ich schalte die hin. darf ich dich mal was fragen aber du musst ehrlich sein hast du mich lieb okay das war schnell das ist okay richtig auch darf ich dich nachher gute nacht küssen drücken kannst du aufhören zu hupen danke ist ja das echt langsam ja auch ein kreis auto die jutta macht die habe ich schon ganz vergessen die verbotten ehrlich ja da war ich doch dabei jutta wir danken dir für diese runde hier wir danken dir was läuft du als schabrager ist klar ich bin am weg nach hause der peanut fährt mein auto ich muss in den bett ja was wie ruhe oben warum wolltest du vorbeikommen mit peanut musst du quatschen ja dann du kannst ihm sagen ich verklug den äh 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 alte äh wie soll ich dir das erklären kennst du die alte psychiatrie die ruht hast du postal codes ich soll dir nicht sagen wo wir wohnen wir treffen uns tankst du sollst dich so anstellen du willst die will mit dir quatschen ich will nicht mit dem quatschen warum nix böse das ist wichtig sagt die jutta äh komm mal zum ja warte dann warte kurz hier komm mal zum parkhaus 19 ach so warte 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 jetzt sagt er dir wir müssen weiter sag doch mal ja jetzt ruft er an oh gott das gegenverkehr peanut ja aber ich sehe keinen hab keinen bock den alten penner hier zu suchen ich kenne ihn nicht ja ich hab auch keinen bock pinsel wieder mit seinen dummen freunden ja wieso hat der denn eigentlich mitgebracht der pinsel äh ich rufe dich gleich nochmal an wie weit ist denn der gelaufen der penner keine ahnung der kann doch gar nicht so weit gelaufen sein wir suchen jemanden der ist voll auf koks der läuft den halber hier irgendwo lang ich fahr bis hukis und dann gleich rum äh nö ich glaub nicht wir sind schon zu zweit mit zwei autos okay äh ich ich er mache ich okay tschö da hat diese kreuzung die da kommt was ist wir haben den hier sucht das ist unser 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 der ist auf koks er ist auf drohen wir haben fast in die karte reingerannt ja er ist ein bisschen bekloppt ja das ist klar und wir hauen rein holen ja tschö so was ist denn jetzt Jutta wenn wir mit dem quatschen ja wir sind im auto morgen dann ruf ich jetzt noch guck den mal auf die Augen dönerstar warum seid ihr so schnell ich weiß nicht warum seid ihr so langsam soll ich dir deine nummer geben nein was nein der Opa oh ja oh Gott der Pina will jetzt ins Bett der sagte am Dönerstag hat er Zeit was willst du ja die wollte wollte ihr ein friedensangebot machen ja ja soll sie Rechnung zahlen du soll sie Rechnung zahlen wir fahren einen Umweg oder so ja wir sind vor euch jetzt Trinky ja soll sollen wir irgendwo kurz anhalten kurz ja wir fahren nach hause ja sollen die da hinkommen schnell ja sollen die da hinkommen zu unserem Haus alte Psychiatrie weißt du wo hast du Postelcode der Herr Jutta will mit mir reden 612 ne siehste doch ich mach den fertig ganz ehrlich ich hab die Schnauze voll immer macht der Ärger der Herr Jutta stückchen weiter hoch und rechts kommt der Mario Drive ja keine Ahnung da ist das das Haus auf der rechten Seite ja bis gleich Jutta tschö sei bloß vorsichtig wir sind ganz schön eng du ja ich auch w-w-w-was was? ich hab doch gar nichts gesagt ne ich mein Trinky sag mal was? ich glaub ich hör nicht richtig du nein bitte ich auch ich meinte nicht ich sprich die Kriste nicht mit dem Pinseln ich meinte dass ich rein würde es ging ok warte erzählen die irgendwas mit die Kurven sind ganz schön eng nein ja ja wir haben darüber geredet wie breit das Auto ist und daraufhin hab ich gesagt ich auch ach komm jetzt dreht dich nicht raus ach komm ihr ferkel bitte hirmen die Wörter nein so kenn ich dich ja gar nicht Ich denk' je dass du so herzhaft lachst ach ich glaub das kennst du ganz gut du wirst gleich auch herzhaft lachen äh wer hat denn den gelben ach nöööö kann die den gelben Wagen dann mal wegfahren? ney die parkt immer so Ich glaube, das sind meine Parkplätze. Dann sagt er das. Pinky? Kannst du deine gelbe Schlüssel da wegfahren? Obwohl, hier steht auch... Boah, wenn ich das schon sehe, ne? Boah, ich krieg zu viel. Die lernt ihr einfach nicht. Oh, so ein Messer. Hast du meine Schlüssel noch vom Auto? Ja. Au! Au, au, au! Kannst du den gelben noch wegfahren? Ich fahre alles weg jetzt. Ich trete noch, ich trete noch. Ich trete noch, ich trete noch. Au. Es hat sich angefühlt, als bist du mir vom Kopf gefahren. Ach, komm. Oh, Mann. Oh, Mann. Das muss ja alles eine Ordnung haben. Ey, da stand da super. Ne, da stand nicht super. Oh. Jetzt kommt der Herr Jutta. Ich ziehe meine Knochen. Danke, dass du mich angefahren hast, weil ich jetzt zum Arzt muss. Hab ich nicht. Komm schon, hör auf zu lügen. Hm, an die Fahre. Wo ist denn der Penner hin? Kann mir jemand eine Pistole besorgen? Mein ist weg. Wofür? Äh, für mich? Zur Selbstverteidigung? Wo ist der Jutta? Kannst du mir eine geben, Ronny? Nein, ich hab nur die. Ich hab nur meine. Mann, wo ist denn meine Pistole hin? Das ist doch scheiße. Ach. Na ja. Wo ist denn der Penner hin? Keine Ahnung. Der ist nicht im Gebüsch. Der vorne rennt ja doch. Ach ja, der ist auf Koks. Stimmt das? Vielleicht hättest du ihn entschießen. Da kommt jemand. Hä? Nicht. Mit der hohen Hände aussteigen. Was ist Jutta? Das war Jutta. Nimm die Flas noch. Anders. Ja, aber ich gerne, du Asi. Ich komm in Frieden, du Sackgesicht, Mann. Chill auch mal. Erzähl es meiner Frau. Ja. Fuck die Koksacke. Da kann ich das auch gerne sagen. Wo ist denn dieser John? Hinter dem Haus. Ich muss kurz die Hände runternehmen, um dir was zu geben. Keine Sorge, ist nichts Böses. Wir haben dich vorhin vermöbelt. Toll, zwei gegen einen. Richtig starke Leistung. Stimmt nicht. Da, gibt das der Mann. Nee, das bleibt schön bei mir. Also hast du mir nichts gegeben. Ich habe mir da 3.000 Dollar gegeben. Dann sind wir quillt. Das freut mich. Du bist böse, Herr Jutta. Warum? Ich habe dir sogar Geld noch mehr gegeben, als ich dir eigentlich schulde. Krankenhausrechnung musstest du zahlen noch. Ja, du meine auch. Ich muss ja eben auch fast 2.000 Dollar bezahlen. Stimmt, ich habe dich nicht einmal getroffen. Das stimmt gar nicht. Hier, ich muss hier jetzt so rumlaufen, weil ich ein Füßenpack im Nacken hatte. Ja, ja. Ja. Lüge nicht. Nee, lüge du noch nicht. Und du pennst heute beim Willi? Lüge das? Hat er gesagt. Echt, hat er das? Musst du aufpassen, ist besoffen. Ja, der krabst du immer so, wenn der besoffen ist. Dann pack ja dein Auto hier vernünftig in unsere Hütte. Ja, also ist das... Ich würde... Ich gebe dir jetzt freundschaftlich die... Was ist denn das? Was knattert denn da so? Ich glaube, ihr habt die Ratten. Ich würde dir gerne freundschaftlich die Hand reißen. Twinkie sagt, ich darf keinen fremden Menschen anfassen. Du kennst mich damit, aber du hast mich schon zweimal verprügelt. Okay. Okay, Frieden. Aber will du Bumpen... Der sticht oben auf dem Busch ein und sagt, der Mann aus dem Busch... Ich will ihn umbringen. Wir müssen ihm helfen, der weint. Du darfst... Der sitzt da oben am Baum. Ich hab noch was für dich. Für mich? Was ist er? Ja, hier, von Asher. Twinkie kann das. Guten Nacht. Gehst du schlafen? Ja. Das ist Aschers Brille. Fünf Minuten. Guten Nacht. Guten Nacht. Guten Nacht. Komm. Du Süßes. Was tust du denn, Alter? Was soll das denn halten? Ich bin schickenagelt. Guck mal. Ich hab dir doch gar nichts getan. Ach, toll. Da ist er wieder. Ja. Oh. Da hinten. Oh. Der beobachtet mich. Der will mich haben. Dein Lover? Wo ist denn hier jemand? Ich seh keinen. Der war da im Busch. Der hat mich ange... ...gequatscht. In dem Busch fahren? Da. Ja, drin. Da ist keiner. Professionals Nachland. Da ist keiner. Und wenn ist er jetzt tot? Okay. Vollgepisster Penner, du. Der ist weg. Ja, der ist tot. Okay. Wir haben den kalt gemacht. Der ist tot. Richtig in die Wohnung bringen? Ja. Das Loch ist repariert und schlafen wir alle bei Erdnuss. Nee, nee, nee. Ihr könnt da knicken. Was ist hier wundern? Was ist denn mit der Wiese los, Alter? Was ist denn hier los gewesen? Die Wiese ist nur gewachsen. Der John, der hat einen bösen Geist gesehen. Wir haben ihn erschossen. So gehört sich das. Hat der vorher ins Buch geschrieben? Hier wurden die Bekloppten alle. Ob der ins Buch geschrieben hat? Ja. Und da bauen wir noch einen Baum aus dem Pinsel. Baumhaus, ja. Oh, ich hab Haschisch vergessen. Oh. Der ist wohl hinüber, oder? Nö. Der wiegt mittlerweile sechs Kilo. Quatsch. Was laufen denn hier alle? Sind das so was? Gras. Was los? John? Ja. Haschisch. Hier, Haschisch. Zwei Twinkies. Und einen Burger. Was war das? Das hab ich nicht gebraucht. John, wenn du hier badest, tu ja nix meinem Frosch. Hast du gehört? Ja. Lass ja den Frosch in Ruhe. Das ist ein Giftfrosch. Ja, stimmt. Er gibt dir schon sonst einen Frosch. Ist das Wasser auch giftig? Nee. Das Wasser ist nicht giftig. Nee, aber wenn John drin war, ist er giftig. Haschisch, fang mich! Guter Junge. Ach nee, ist ein Mädchen. Super! Der ist voll stark. Boom. Der schmeckt schon. Ich bringe ihn noch auf 25 Kilo. Willst du einen Kräutenwettbewerb mitmachen? Ja. Ja. Wow. Der kämpft dann gegen Hunde. Mach ich mal Köpper. So wie der Aussiedschaft hat er doch. Klapp. Kutsch. Ihr Penny verlassen ja. Wir gehen jetzt schärfen. Was lassen sollen. Und der Penny bei dir auch? Komm, wir gehen in ein Bett. Nehmen wir jetzt rein. Erst hat er die Oma und jetzt schnappt er sich einen Opa. Ja, ja. Der Pinsel hat Vorlieben. Um. Was hast du gesagt? Ist hier mit dem Schlüssel? Ja, geh doch rein. Wenn jemand lässt die Luft aus, mein Reif. Oh nö. Was klappert denn da bei dir im Mund so? Da ist nicht Mund. Da sind die Teampiercings. So, ich geschlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Und wie einer scheißt mir auf dem Rasen. Bye, have a good night time. Bye, bye. Tschüss. Hallo, Chad. Aufwachen. 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 Ja, im Stadtpark ist da dieser riesen Klasse-Fuck, ne? Zwischen Stadtpark und Krankenhaus und den ganzen Döns. Da hat man immer miese Drops, man. Aber sonst gut, sagst du, das freut mich. Dann läuft die Möhre wieder. Gamble, dankeschön noch für den Gifted an Cyrenia und Matt Kirby, danke für den Primal-Siebten. Mach weiter so, es macht einfach Spaß, dir zuzugucken, dankeschön. Und Bonzia, danke für den We-Subs am 8. Und Timo, dankeschön für den Prime-Sub und herzlich willkommen. Und Questio und Patrick und Big Gordon und Mech und Chuck-Wolf, vielen Dank für die We-Subs. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Heute war ein leichter Matt Monday, aber ich bin zufrieden. Jeje. Ja, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Dankeschön für den Support. Danke für die Subs. Bleibt gesund. Dienstags, Mittwochs ist immer frei. Wir sehen uns dann am Dönerstag erst wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und lasst euch nie anquatschen. Wunderschöne gute Nacht. Tschüss. Bye, bye. Küssi. Bis dahin. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020